hab ich wo man so 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 aber hoffe dir geht's gut nein mir geht's tatsächlich gar nicht gut aber ich versuche ich versuche das zu kompensieren sagen wir mal so sagen wir mal so sagen wir mal so ich hoffe es geht euch gut ich bin nur ein bisschen verwirrt gerade aber das ist öfter so ich bin kurz in Amadeo ich bin kurz kurz in escribite wo Untertitelung des ZDF, 2020 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 nervig wenn ich hier auf osterson doch immer durch so spümmel der job fährt wie der beste location ja dachte ich mir nicht stelle einfach hier genau auf dem weg ein kaktus genau hier ja guck doch einfach mal aus wo zeichen kupfergold wo ist nino schauen wir dann gleich mal rüber und die sachen war ich jetzt gar ja gut alles kriegen wir sowieso nicht mit glaube ich ich habe jetzt die kutsche voll armwolle die ihr irgendwo hin liefern müsst und sonst wer bekommt das denn alles irgendein herr mit seiner mit einer dame die hier waren aber keine ahnung wie die heißt also ich finde derjenige wenn man schon so eine dämliche liste hat und ich halte da gar nichts von der sollte man die auch vielleicht benutzen wobei ich auch gar nicht weiß wofür das alles ist man sollte vielleicht einfach mal sich aufschreiben wenn man das annimmt und den anderen das weitergeben stelle vor ich habe waffen schranken weiß nicht wohin die gehörten scheiß lieferungen damit in 500.000 platz was man da immer braucht diese pferde dame davon und dem pferderhof mcfalen die wollen auch irgendwas haben das sind die das ich trinke mal kurz was bevor ich umkippe ein paar Minuten hin 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, das ist doch alles eingerechnet, alles gut, das ist überhaupt gar kein Thema, das ist so wenig Mit 200 Baumwolle komme ich so weit und wenn ich da 10 Dollar dafür bezahle, dann ist das ein Witz Ja, aber das ist ja auch, wir machen doch den Viehtrieb Ja, das ist doch egal Und jetzt kommen die Gerichte, ich weiß gar nicht so, ob nochmal jemand was gekauft hat, gestern waren 5 Dollar oder so viel irgendwas Vielleicht hat das, vielleicht hat nochmal jemand was, vielleicht hat nochmal jemand was gekauft, könnt ihr das einsehen, Nino? Ja, da sind im Stand sind jetzt irgendwas mit 21 Dollar, das ist ja von selber kommt das so, irgendjemand hat da auf jeden Fall gekauft Nur wir müssen da eine klare Linie mal machen Und auch wenn die Kommunikation und auch wenn Bestellungen gemacht werden, dass das irgendwie festgehalten wird, weil das geht mir gerade massiv auf den Sack, ja Ja, ich habe das Gefühl, es macht jeder einfach irgendwas Ja, ich sehe Es ist ja nicht schlimm so, ne, nur, nur, dass die Leute dann, die rauskommen, wissen, was sie machen können, ne Dann hätte man, hätte ich das zum Beispiel fertig machen können Ja, die Lieferung wäre ja eigentlich, also, ja, im Teil auf jeden Fall wäre fertig Wir können sowieso nicht alles gleichzeitig liefern, das geht eh nicht ohne Kutschen Also, müsst ihr das eine machen, diese ersten 300, was auch immer, und nachher die anderen War eine Riesenbestellung, ich weiß gar nicht, wie man so etwas vergessen kann, oder gar nicht Wer ist denn eigentlich noch unterwegs? Ist Tony unterwegs? Tony kommt später hier hin, hat er gesagt, er ist doch irgendwas erledigen Frag mich nicht was Ach Irgendwas erledigen? Mhm Ist das so ein Geheimnistuer-Ding? Anscheinend Meinst du, der hat was mit diesen Leuten hier im Westen? Er hat sich so gut mit denen verstanden Mal schauen Also, dann bin ich aber schwer enttäuscht, ja Tja, dann macht er einen großen Fehler Dann reiße ich ihm den Arsch so lange auf, bis er sich selber da drin versorgen kann Das weiß er auch, vor allem, ich kann mir vorstellen, dass die ihn ausnutzen für irgendwelche günstige Munition oder irgend so Und der ist noch ein bisschen jung im Kopf Das verhält sich auf jeden Fall teilweise jung, lässt sich ziemlich schnell für irgendwelche Leute ein Auch der neue, der da jetzt plötzlich aufgetaucht ist Wer? 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 Ja, der wurde die Waffe abgenommen Warte, lass mich überlegen, wie der hieß Ähm Der Banane Ich hatte sowieso das Gefühl, dass Toni mit diesen Ratskeller-Leuten sich einen Ticken zu gut versteht, ja Wenn ihr wisst, was ich meine Vielleicht sollte er sich entscheiden, wo er hin möchte, ja Sava Morietta Hieß der Typ, genau Wale Er muss ein bisschen aufpassen Ja, das ist Toni Ja Wir sind, wir sind eine Gemeinschaft und Ich habe keinen Bock, dass er uns das kaputt macht, weil er da meint, mit irgendwelchen Meriganos befreundet zu sein, ne Freundschaften sind gut und wichtig, aber Du kannst kein guter Freund mit einer anderen Banda sein, das geht nicht Ich habe vor zwei Tagen, habe ich Boswell und ihm erzählt, wie es läuft bei mir im Geschäft Ich habe gesagt, wenn ihr an deiner das Geschäft hintergeht, dann lege ich euch ein eigenhändig um Und ich werde auch Toni umlegen, da habe ich keines grubelte, das zu machen Damit ihr das wisst Ich finde Ich finde Ich finde Ich finde Ich finde Und zwar als Verräter draußen Vor der Bixenlacherei Ich finde Hier unter uns Und deswegen Stelle ich manchmal Fragen Wir sollten keine Geheimnisse untereinander haben, das ist Bullshit Wenn mich jemand fragt Ich werde Freude haben später heute Aber mit was das er kommt, keine Ahnung Wenn er jetzt irgendwelche Mühe macht, um sich ein paar Joints zu besorgen, dann Hat er noch nicht ganz verstanden Na gut, er ist jung, er wird ihn eine Freude machen Ja, vielleicht Ich weiß es nicht, er hat nur gesagt, wir werden Freude haben dann Okay Ich weiß nichts Ich habe nur einfach ein schlechtes Gefühl aktuell Irgendwie, dass manches nicht so ganz ehrlich läuft Und dass irgendwie Die Leute immer drum herum reden Und nichts mit der Sprache rausrücken Und das geht mir auf den Sack Wir sind eine Familie Und wenn du was mit deinem Laden brauchst, dann geben wir dir das Und wenn wir was brauchen, dann gibst du uns das Wir kennen uns Und wenn Tony irgendwelche Probleme hat, soll der sagen, was der für Probleme hat Aber genauso, dass wenn er zu intensive Beziehungen zu irgendwelchen Mexikanos hat Und bei mir da, vielleicht bin ich ein bisschen zu engstirnig, aber ich mache mir große Sorgen um sowas Ich weiß, dass sowas schief gehen kann Naja, vielleicht reden wir später alle mal zusammen Aber ja, alle ist immer schwierig Nach diesem Treffen Und ich wäre auch dafür, dass nicht alle mitkommen an dieses Treffen Darum habe ich es auch nicht allen erzählt Aber ich wäre eigentlich dafür gewesen, dass wir da vielleicht zu viert auftauchen Können wir machen? Also sollten schon alle davon wissen, oder? Ja Aber Aber nichts mit so vielen dahin gehen, oder? Ja Na, das ist schon richtig Das wird kein Ärger geben Da bin ich ziemlich überzeugt davon Überzeugt Perfekt Weil es geht um Geschäftliches, es ist was anderes Und die andere Auseinandersetzung ist, glaube ich, mittlerweile Hallo, Daryl Na gut, denkst du, das ist hinfällig, ja? Ja, wir reden da sicher nochmal drüber Aber ich denke, das ist Besser für beide Parteien Wenn es am Schluss einfach wegen einer Schlägerei Und wegen einem kleinen Messerstich im Knast Nicht gleich ausachtet Ja, ja Die waren sehr respektvoll auf jeden Fall gestern Na gut Ich war alleine, also sowas nicht Dann hoffe ich, dass wir das so halten Aber auch interessante UL-Zeiten, wann die zu dir kommen, hm? Das gestern noch war Ja, das haben sie Ja, das war eigentlich auch nicht so gedacht Weil der Laden war geschlossen Ich bin zufällig da hingegangen Ich bin zufällig Ich hole noch die richtigen Werkzeuge Noch ein paar Samen Und dann komme ich wieder Und dann standen sie dort im Geschäft Und dann haben wir geredet Ich bin zufällig da, um die Ware von Mr. Stein abzuholen Ja, das seht ihr Das wissen wir schon mehr Ah, Mr. Steiner Wer hat die Bestellung angenommen? Äh, derselbe Herr, der mir gestern das Material auch gegeben hat War das Mr. Boone? So ein Blonder Oh, Blond, weiß ich nicht Der ist Wissen Oder Water, Pearson Oh, schwierig Natürlich Absolut unangenehm gerade Weil ich hab das nix vorliegen Was da jetzt genau bestellt wurde Könnten Sie uns da mal gerade Auf die Sprünge helfen? Äh, 300 Gänseblümchen glaube ich War das 300 Aber auf jeden Fall Also 300 Mal Drei Sachen Gänseblümchen Ich weiß nicht, ob es wilde Möhren waren und Weizen oder so Weiß ich gerade nicht Wenn es für das Pferdefutter Pferdefutter war Da brauchen wir Genau Die Möhren, Gänseblümchen und Weizen Und das war zu heute bestellt? Das war gestern bestellt Und der Herr meinte Dass er Wegen eurem Platzmangel Nur 150 Machen könnte Ich wollte auch nur nachfragen Also wenn er jetzt Nix da ist Dann Ist es eventuell ein Missverständnis Weil Ja, ich weiß Es gibt eine Bestellung Aber das ist Das machen die anderen Jungs Aber die sind gerade nix da Wenn es zu jetzt bestellt wurde Dann möchte ich mich natürlich Im vollen Umfang Dafür entschuldigen Dass das jetzt noch nix fertig ist Ach, alles gut Ähm Aber Ich gehe gerade davon aus Dass ich ihn einfach mal frage Sobald er da ist Was da schief gelaufen ist Ja, auch um Gottes Willen Dann läuft ja Und dann soll er das Dann soll er das aufklären Demnach Aber das war dazu jetzt bestellt Zu 22 Uhr heute Er meinte Er meinte Wir wollten Ich wollte mal vorbeikommen Dass ich die Sachen Dieses Wochenende abhole Bzw. dass ich ihm gesagt habe Dass ich heute Abend da bin Und dass ich den ersten Teil abhole Und den restlichen Teil Dann spätestens Sonntag Spätestens Sonntag Ja, dann denke ich Dann wird es Bis Sonntag wird es dann fertig sein Wie gesagt Ich habe ihn heute noch nix gesehen Ja, auch alles gut Nö, nö, schon Perfekto Dann melden wir uns diesbezüglich Einfach Ja, einfach Einfach bei Rosi melden Sie, gerne Muchas gracias Dann noch einen schönen Tag Ebenso Danke Wir müssen unbedingt Geld sparen Und mehr Lagerplatz kaufen Das reicht Aber es kostet 500 Dollar Apropos Geld Kauft euch lieber Truhen Truhen Wie läuft sowas mit so einer Truhe? Zum Wettbewerbwerb Ja, ein Zahlenschloss ist vorne Vierstellig Die kann man ausbauen Bis 2000, ach 2000 Tonnen 2000 Kilo Und die Kosten 200 Dollar Die große bei Fritz Mit einer Tonne 270 Eine Tonne ist 170 Ist immer noch günstiger als das Lager zu erweitern Ist aber auch fragwürdig Warum ist das denn so teuer? Na ja, gut Aber gut zu wissen Ist auf jeden Fall sicher gerade das Lager, ne? Ja, das stimmt auch wieder Ja, wir finden das schon Aber das ist fürs Erste, glaube ich Eine valide Lösung So eine Truhe zu holen Bei Fritz heißt Bei dem Schreiner, oder? Der Werkzeugmacher in Rhodes Ich weiß nicht, ob der in Strawberry Schon Kisten bauen kann Hm Werkzeugmacher in Rhodes Ja, gracias Für die Information Sehr gerne Dann nehmen wir das ein Dank, Chef Gut Wissen Sie auch, wie diese Brunen heißen? Äh, wie hießen die große? Äh, The Boom? Ich hab The Boom Okay, okay Es ist so eine zusammengenagelte große Holzkiste Okay Gut Notfalls einfach Äh, wenn Fritz da ist Den fragen Der hat ja mehr Ahnung Ja, am besten sie warten lassen Ja, auf jeden Fall Gut, dann Dankeschön Gute Fahrt, ebenso Adios Ich geh mal davon aus Dass spätestens Sonntag Auch einfach Sonntag gemeint ist, hm? Mal sehen Werden die Jungs schon machen Aber wir müssen das trotzdem Mal irgendwie festhalten Ah, achso Was hat die bestellt? Ähm, Ganserblumchen Weizen Und Wildermore Wieso haben wir denn so viel Scheiß Baumwolle gemacht? Okay Gänse, Blümchen Na, auf Gänseblümchen kann man auch schlafen Aber Baumwolle ist weicher, hm? Vielleicht ist es wie Was war das nochmal? Gänseblümchen? Gänseblümchen Weizen Und Wildermore Weizen Wildermore Jeweils 300, ne? Da kann ich es leider nichts machen Ola 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 Osi Das weiß ich nix Mhm Wird geschlagen Von eurem Mann da hinten Hinter dem Haus Das ist ein Arschloch Verprügel Gehen wir den nächstes Mal Okay Ich stand einfach nur neben den Einfach so Guck so, warte So Und dann Komm, wir gehen da hin Ja, bitte, mach das Da war richtig gut Ich konnte nicht mehr aufstehen Echt? Hm, danach habe ich mich versteckt Und bin weggerannt Ich war nicht vorliegt Bist du hier gewesen? Die ganze Zeit Ja, so Ich bin von einer Minute gerade erst aufgewacht Und dann wurde ich dir gebrügelt Wo ist der? Äh, warte da hinten Der da? Ja, der da, genau der Einfach so So Noch so ein Ding Und es hat sich erledigt Ja, wo sie gibt sie? Geh, hast du verstanden? Frau Power So, und jetzt nehme ich dir noch dein Geld Was du heute erarbeitet hast Du blödes Arschloch Wie, du hast nichts erarbeitet? Dixer Oh, Luciento Da war eine Biene Warte, lass dich ansehen Da war eine Biene Da war eine Biene? Ach, du bist denn Dass mir ein Gesicht so angesprochen Ich wollte dich retten Von dieser Biene Hast du kein Einiges Warte Ich muss nochmal draufhauen Dixer Dinschika Braun Ach ja So, Ding ist geklärt Ich muss, ich muss irgendwann so stark sein wie du Das musst du mir irgendwann beibringen Ich bete dich aus Danke, mein Sensei Was bin ich? Ein Sensei Hast ein Sensei Sensei, das ist ein Lehrer Sensei Ja Lehrer Hm? Nennt man das so bei euch? Ja, aber ich kann nicht auch, äh Äh Nur sag denen jetzt, ich bin Dein Sensei Oder wer das heißt Mein, ähm Meine Mannsache Okay Warte, ich hab das geklärt für sie Ja, zeig uns Hat den richtig einen Aufs Mord gegeben Ich werde sie jetzt ausbilden In Gewalttätigkeit Genau Wieso sieht das? So maltrittiert aus Sie hat eine Biene auf der Wange Und ich hab die weggeschlagen Ja, eine Biene Ach der Scheiß, die Biene hat sie doch noch zugestochen, hä? So wie ich wohne das ist Ja, deswegen ist mein Gesicht ein bisschen angeschwollen Okay, okay Warum bist du halt nackt? Die Frage ist, warum nix Ich frage mich eher, warum die anderen nix nackt sind Ich bin jetzt ihre Sensei Was? Ich bin jetzt sie Sensei 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 Ah Schau mal, da unten ist eine Blume auf dem Boden Oh, ich hab sie leider kaputt gemacht Scheiße, ich darf ihn nicht ansehen Ey, Joe, wo guckst du denn? Was? Hab ich da irgendwo was? Nein, alles gut Nicht dreckig, oder so? Wie dem auch sei Okay Pfff Der Kaktus sagt, das ist Kastis Kastisch, Kaktus Genau, Kaktin sind spitz Genau Wie dem auch Lecker Hat jemand Hunger? Ich hab noch, aber ich hab was für dies Hör mal, das hier Gracias Bringst immer so schöne Sachen mit Das hier Äh, sieh, mein Business Gracias Brauchst du das langengift Dankeschön Eventuell Eventuell Dann Gracias Gracias Du hast jetzt jeder ein Rührei bekommen Hier Dankeschön Hab ich frisch gekocht Hast du auch, Nino? Ja Perfekte Ganz frisch Ganz frisch Decker Decker Oder sind deine Slaffanzucker Mit Kohlung Mit was, mit Kohle? Mit Kohlung Was ist das für Stoff? Die Ist ja Seide Glaub ich, Johanna Seide kühlt Seide hat Eigenschaften, was kühlt Ich kann auch, ich kann auch die Jacke ausziehen Warten Genau wie Leinen Wenn es warm ist, gut ist Und wenn es kalt ist, wärmt es In Akzent auch Hallo Skira Wir müssen später reden, Jungs Und zwar Eindringlich Über Eindringlinge Eindringlich Also eindringlich Eindringlich Bin ich gut Seide Ja Doch 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 Bei 40 Grad Seide ist tatsächlich gut Aber Ist ein tierisches Produkt Oder woanders Leinen ist schon besser Ja, das stimmt Eindringlich 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 Oh, was ist es? Okay Heißt Wir müssen einfach ein paar Dinge besprechen Oh, ich hab gefragt Ob wir das hier machen Oder woanders Ach so In die Halbfall Woanders Damit uns keiner auf dem Saket Weil das Sachen sind Die nur Schö Die man Genau Entschuldigung Wer sind sie? Ich Ja Ich bin Nino Davis Ah, okay Ja, sorry Und ich brauche noch ein Sombrero Jetzt haben wir fast alle einen Scheiße, man Hat man aber einen geklaut Schöße Oha Das Hast du? Hola, bruder Oha, scheiße Könnte man nicht wissen Hat dich auch nicht erkannt Verdammte Scheiße Anschau, bruder Hä? Was machst du denn? Ich will den Sombrero gar nicht mehr Ich ziehe gleich mal ein paar Schauen Steht der mir? Steht der mir? Steht der kann man tragen Seidesten heißen kann man tragen Der passt um meinen Lippen An mir ist der besser Sieht der besser aus Die Che Capron Na, bruder Steht der, bruder Nicht schlecht Hat er sich gut eingekleidet, oder? Ist auch ein Das Leben der Westen Sieht aus wie Brüder Da Da Der hat der Hose Da mehr was Ich hab die Scheiße Scheiße Der Hose hat auch her Was? Ich hab die auch das am Brüder auf jeden Fall das war ganz schlimm als wir letztens nachts waren wir drei dann habe ich den genau den hier angesehen sie dachte ich schon ich gucke noch mal beitag im dunkeln und den werde ich mir wahrscheinlich holen ich komme raus toni steht vor mir wir hatten eben besuch die lieferung was für eine lieferung die war für sonntag verdammte scheiße die stand hier eben zu dritt ich habe ich habe das ich habe der dame gesagt dass ich freitag und samstag nicht quasi dass mir immer so auszeiten gönner nicht auf der farm bin und dass sie sonntag für mich am besten passen würde es war allerdings auch nichts die frau selber sondern ihr mann mit zwei weiter jahren und dem mister steiner habe ich gestern auch gesagt dass es mir ganz gelegen wäre wenn die mist steiner 150 quasi abholt dass ich die erste ladung machen der mister steiner weil mich steiner wohl immer so gegen 1 zu 21 stunde ins bett geht dass er dann um 22 stunde kommt das hat heute gemacht er wird 22 oder richtig aber heute ist nicht so unter verdammte scheiße es ist sehr warm ich bin um euer wohlbefinden befürchtet dann schmeißen wir es einfach meinen schmutz weg damit du hast alle gesagt ich hab mir noch so ein ding geholt um die brüste abzubinden damit die bisschen kleiner aussehen noch kleiner sind gar nicht so klar was habt ihr denn jetzt gesagt langweilig damit die nicht so wippen beim reiten ach so ich hab gesagt dann wird das bis sonntag bestimmt passieren habe ich gesagt so richtig die frage ist jetzt halt wie viel platz haben wir überhaupt in unserem lager noch nicht so viel aber wir haben eben erfahren dass wir so eine kiste kaufen können die kostet 270 dollar ist und was 2000 was auch immer platz rein ich glaube die ist erst kleiner aber die kann man auch irgendwie eine tonne kostet was auch immer aus zwei tonne 270 oder da habe ich das weiß verstehen wie sieht das mit dem hauslager aus ich glaube schon dass wir auch nicht weiter da sind wir auch noch nicht weit scheiße dass wir da mal auch mal heute das möchte man das nicht viele sagen was ist das was ist der plan wurde also erst mal gratulation ist wir haben den kredit haben wir glaube ich jetzt raus außer wir kaufen jetzt noch mal kur blablabla aber wir haben den kredit haben wir jetzt raus ich denke dennoch wir sollten nichts das an einem stück zurückzahlen aus mehreren gründen dass wir nichts zu valid darüber kommen dass auch nichts gut nachher haben wir leute hier stehen die was vom kuchen abhaben wollen ja und wir sollten sowieso mal und wenn es nur für jeden mal 50 dollar sind dass jeder mal irgendwie gehalt bekommen hat und dabei muss ich ganz ehrlich sagen frei und nino machen so viel wenn man denn gerne was mehr geben aber so viel würde ich gerne noch nichts auszahlen weil wir brauchen noch immer noch was für die steuer das will ich immer darauf haben und naja dass wir diese kiste vielleicht kaufen hat das wäre vielleicht nicht schlecht auf jeden fall alles was ist auf jeden fall günstiger als wie wenn wir jetzt das lager ausbauen wobei ich habe gerade vielleicht habe ich auch weiß verstanden hat er gesagt 1000 kilo kosten 270 du kannst die erweitern bis 2000 ja und hier kostet zwei es kostet 1000 500 dollar und lebens das ist das ding was ich auch denke das ist das also unser hauslager ist sicherer als die kiste definitiv da kommt keiner da kommt ja dann das lieber dann das hauslager land ein bisschen mehr investieren andererseits eine kiste kann man investieren für so sachen wo nur so saatgut oder dass der ertrag reinkommt und man wirklich sagt da wird nichts anderes außer bestellungen reingepackt weil am ende ob wir jetzt zehn dollar ist verloren haben das juckt mich nichts aber ins hauslager also in diesem lager da kommen die wichtigen sachen rein so denke ich dass wir die die essen sachen ins lager packen und die samen dann weil die samen sind günstig die sagen kannst du sie sind nichts wert zusammen oder wenn wir an einem tag gerade was da lagern weil wir wissen da kommen gleich leute oder so und wir machen was fertig dann kann man das da reinpacken aber grundsätzlich und da bin ich bei joe sollte man langfristig in diesen größeren hauslager investieren auf jeden fall das ist echt auf jeden fall schlauer auf jeden fall sicherer und auch schlauer einfach hat die frage was wir jetzt machen wollen wir jetzt genau wir müssen ein paar sachen erledigen ohne dich ausschließen zu wollen senorita aber ein großteil davon können wir leider nichts mit dir zusammen machen alles gut soll ich jetzt weg wir wollen das sind oder nicht genau wir müssen gleich wir gehen gleich dann woanders hin so ok wie gesagt bitte nicht böse nehmen aber es gibt nicht böse weiß was ich mal schön komm ich gebe dir noch was zu essen damit du nichts traurig bist danke das dankeschön so es ist aber nicht scharf das ist sehr scharf sogar das ist scharf das brennt dreimal ok wenn ich mich traue es sich das ich habe es gibt noch ein schärferes aber ich habe dir das ein bisschen weniger scharf gegeben wenn fünf mal brennt dann dann hast du ein problem wenn du das verträgst gebe ich mir nichts mal das schärfere wenn ich das nicht vertragen was bekomme ich dann mache ich dir noch was meter ist kommt ein bisschen mann der mich da rein der macht das ein bisschen perfekt und haben wir sonst noch irgendwas was wir heute abgeben müssen bei irgendjemandem sowohl buchse mache als auch rand heute ich habe nichts offen und ich habe keine ahnung muss ehrlich sagen ich kann noch mal gleich irgendwie telegramm gucken ob da die dame sich gemeldet hat die kleine soll mal rüberkommen hier ja pass auf dann machen wir das jetzt so wir gehen vielleicht einmal mit den kuhn falls das geht in der zeit schon gemacht perfekt und ansonsten noch einmal gucken ob eier und milch und ansonsten würde ich sagen wir machen uns parat wir machen uns fertig und dann reiten wir los dann reiten über amadio schauen noch telegrammisch vielleicht reiten wir bei der kutche kutchenbauerin vorbei ich gucke was jetzt auf dem konto ist genau dann gebe ich euch gleich mal eine eine aussage dazu was wir gerade auf dem konto haben und dann packen wir uns weiter und dann geht's los außer der kann aus irgendeinem grund nichts mit und dann reden wir wenn wir woanders sind denn wir haben also joe hat besucht bekommen und mit toni muss ich sowieso auch noch mal reden mit mir und guckt ihr nach den eiers und mich weiter kommst du gleich mit oder bist du nur kurz da ich wollte eigentlich dann jetzt nur hier eben die sachen erlegen aber der wird heute nichts mehr wieder kommen ja das thema ist nur habe hat sich auch für das wochenende quasi verabschiedet wenn er jetzt sonntag kommt ja dann machen wir das halt das wird schon hin haben wir wissen ja jetzt was sie brauchen von jedem 300 ganze blumchen weizen und morse richtig er dann machen wir das macht ihr keinen kopf wenn du jetzt keine zeit hast dann hast du keine zeit für was verkaufen wir das ja ich hatte gesagt die 300 jeweils also 900 sie pro stück fünf fans also fünf vierzig dollar war die abmachung also insgesamt bekommen wir 45 mehr erinnern perfekt machen wir wo wollt ihr denn jetzt sind wir müssen was besprechen gleich deswegen machen uns gleich mal auf die reise ein paar dinge zu besprechen deswegen das ist eigentlich scheiße aber es kann sein dass wir euch ein ein bisschen übergehen müssen mit entscheidungen ja gut wie gesagt ich bin sowieso jemand der deine entscheidungen akzeptiert von daher ich stehe voll und ganz hinter dir und hinter den anderen egal was entscheidet dann weiß ich bis heute wir werden euch auf jeden fall auf dem laufenden halten dich und habe wie gesagt ich wollte wird gleich einmal begreifen und ich denke dass ich dann am morgigen tag auf jeden fall da bin alle morgen 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 abend dann ich freue mich tragen stunden ja ich mich auch habt ihr also wie gesagt ich kann jetzt hier noch was eben machen wenn du es ein bisschen anzufangen ja genau ich mache jetzt dann 300 ungefähr ich werde jetzt von jedem 100 machen ich werde von ich werde irgendwie gar nicht ein schöner rücken kann auch entzügen ich war scheiße warte mal red ich mal um was ist denn das da ich hatte nippel mal siegmann wo war die nicht vorher schon so wir sollten übrigens nix alles immer auf der auf der stand legen wir brauchen auch ein bisschen was im vorrat falls mal einer kaufen möchte hier ja auf jeden fall das stimmt schon an einfach nur damit also denke ich jedenfalls also wir haben ich aber nichts mehr ich habe nichts mehr reingelegt also ich habe bis alles jetzt was ich dann noch gestern gemacht habe oder heute morgen noch habe ich alles da die gekochte eier die nehme ich noch sie ja ich werde ich werde wahrscheinlich so ich sag mal einiges auch bei mir noch lassen mal gut so viel wie du kannst ein bisschen platz haben wir wie gesagt dann hätten wir 100 von den ist ja mal 300 von den 900 werde ich wahrscheinlich abdecken jetzt gleich sehr gut dann muss ich morgen was noch machen und dann kommt ja die miss steiner dann kann die quasi sag ich mal 600 mitnehmen und dann muss ich noch eine ich sage mal ja eine eine ladung anbauen um für den herr steiner dass er dann sonntag danach noch kommt vielleicht kriegst schon vorher nicht muss ja schon joe sagt mir habe ich irgendwo was ich muss mal in den spiegel sehen joe guckt immer so komisch ist dann alles gut ist denn ich bin hässlich scheiße ist meine narbe im gesicht oder das ist meine narbe oder er ist toll oder sagt man eure ehrliche meinung steht mir das ich finde es passt zu meinem lippenstift ja die frage des lippenstifts passt zum hut richtig ich dachte immer das ist blut schön das ist aus blut gemischt und ein bisschen von diesem mandel ohl Und dann habe ich noch ein bisschen Tierfett, um das alles zu binden. Verdammte Scheiße, ich war gestern ein wenig überrascht. Ich hatte irgendwie so eine verwischte Blutleiche auf unserer Veranda gesehen. Ich muss mal eben... Genau. Oh no, das war gar nicht ich. Das war zum Pendejo. Den habe ich abgeknallt. Und dann musste der bei uns versorgt werden. Er kam mit Bandidos hierher. Was sollten wir machen? Okay, ich gehe eben pissen und dann... Lo siento, Joe, im Übrigen. Lo siento, also... Perdona me, dass wir deine Chica nicht mitnehmen können. Aber wir haben zu viel zu besprechen. Deine Chica im Sinne von deine Bekannte. Aber ich finde sie ganz putzig. Ich habe sie. Ich soll sie nicht bekommen. Sie ist schon ganz süß, ehrlich gesagt. Weil die eben schon auf den Hintern hauen, dann dachte ich so... Oh no, wir kennen uns gar nichts. Äh, lass mal lieber. Ich gebe den Pinkel und dann... Dann können wir los. Ach das. Ich gehe hinter. Psssssssssssssssssssssssssssss. Kürz auf, kam es gleich. Was ist das für ein Geräusch gewesen? ist ich habe schnell der pk Hey, jeder mal Hammerstrahltaufe, dann bist scheiße. Das ist eine Schlange gewesen. Unschau. Ich hab keine Barbie. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Wort gewollt ist, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Wort gewollt ist. Ich muss sagen. Und jetzt sind wir, wir gehen, 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 wir gehen. Ich weiß nicht, wie das Wort gewollt ist. hola ich würde mal die ich sage die kurz ich sage die kurz ja 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 die gitarre passt oder das kleine ding hier das ist ein mandolin was auch immer also das andere zimmer hast du auch noch nicht gesehen da ist eine poppe da spielen die jungs manchmal mit schau mal welche jungs meinst du naja unsere letztens habe ich ich könnte schwören Joe hat die in der Hand gehabt ja wir hatten wieder mein Parfum mitgenommen scheiße man ne es gibt's hier noch das ist unser Büro sie ist recht groß schön und hier können wir mal uns hinsetzen und irgendwas besprechen wenn mal ein bisschen leiser sein muss ja und unten finde ich ist auch ganz schön haben auch eine schöne Küche hier kann ich dir auch noch zeigen da Chili kocht sieht man das wird schön durchziehen ja genau und hier ähm da haben wir auch ein paar Sachen da kannst du auch mal gucken genau so ich gebe dir jetzt hier den Schlüssel dann kannst du auch mal reinkommen Åh Hola! 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 So. Du hast ja Toni gelassen. Wer kommt jetzt? Ich hab ihm den Schlossi gegeben. Ich bring noch ein paar Sachen hier zum Lager. Brauchen wir irgendwas noch zu essen und trinken oder so? Ich hab ja schon was mitgerundet, ja. Habt ihr alle Proviant? Ich würde noch ein paar Milch nehmen. Ich bring noch mal mit. Ich bring noch mal mit. Wusstest du gar nicht, dass du mit Puppen spielst? Ja, manchmal, wenn mich niemand sieht, wieso? Die Rosi meint eben, dass du mit der Puppe gesehen wurdest. Der hat die in der Hand gehabt. Was? 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 Hat sich gerade angehört als bei deinem Tier. Mua! 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 Da! 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 So, wir können los, ne? Ich dachte, wir gehen los gleich. Ja? Was willst du so? Nach Son-Denis? Äh, achso, genau. Wir sollten vielleicht erstmal in dem Kollektiv hier gerade erzählen, was der Plan ist. Also erstmal, Amadeo, Poststation, über Kutschenbauer, Blackwater gucken, ob die da ist. Und dann nach Son-Denis oder was direkt? Mhm. Machen wir in Son-Denis. Wir müssen in den Salon mit denen reden. Genau, die haben wohl die Hand über gewisse Sachen, hm? Ja. Und oder? Auf jeden Fall müssen wir mit denen reden, was das angeht. Das ist ja. Ich hab noch ein paar mehr dabei. Falls noch jemand was braucht. Hast du noch Mann nämlich? Ein bisschen könnte ich noch brauchen, ja. Könnte ich noch gebrauchen, ja gesagt. Warte. Gibt dir erstmal Sorge, dass jeder irgendwie drei hat. Nino auch noch? Äh, ich hab, danke. Perfekt, ja. Feldflasche ist auch gefühlt. Perfekt. Ah, ich wollte noch auf dem Weg gerade in meinem Laden noch ein paar Eier hinlegen, ja. Aber dann habe ich alles gemacht. Oha. Ist ja schon was verkauft worden? Ist ja offenbar. Äh, ja. Tatsächlich. Lass deinen Hut wieder haben. Nies dann waren irgendwie 5 Dollar oder so. Und jetzt sind es irgendwie 20 oder 21 Dollar. Oha. Also da war auf jeden Fall jemand dran. Also da war auf jeden Fall jemand dran. Oha. 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 Das war schön. Ja. Alle mitbekommen, dann würde ich sagen, ich trinke noch mal was und dann... Weiter! Bis morgen! Hasta luego. Hasta mañana. Äh, und dann? Oder so. Lerne noch dazu. Verzeihung. Manjana ist morgen, luego später. Aber es ist kein Problem. Hast du gut gesagt? Naja, wie gesagt, ich probiere mich ein wenig dem Westen anzupassen. Gefällt mir. Ja. Ja, Walter. Brauchst du auch noch so ein Sombrero? Ja, vielleicht rede ich's auch irgendwas so, ey. Ha, 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 ha. Tolle, tolle, tolle Mexikanos, ey. Du brauchst einen Sombrero? Ich brauche auch noch einen. Ich brauche auch noch einen. Die Naturlis. Die Naturlis. Aber so wie ich mich kenne, ist sowieso immer wieder dunkel, wenn ich das wollen will. Das finde ich schön, wenn du so sprichst, mein Freund. Sie, spreche wirklich wie eine kleine Mexikanos, ey? Kann ich bald auch. Ich bin hier, seitdem ich hier mit euch, äh, Ruhm hinge. Ich bin hier noch mal eben zum Marktsstand, ihr könnt ja dann da hinkommen. Hier. Ja, da. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß es, ich glaubte, dass du... Es hat Toni immer noch nichts erzählt, worüber wir uns denn freuen werden, hä? Werde uns in Terke hin? Ich hoffe es nicht so. Adios, Senorita. Bis nächstes Mal. ! Ja! Ja, wir haben dich so, wenn es nicht so. Ja. Ja! 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 Ja. Ja! 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 Ah ja, geht um dir. Ich bin ziemlich, ziemlich niedergeschlagen. So, wieviel Geld ist jetzt hier drauf? 230. Guck ich jetzt auch noch mal. Oh ne, das tut mir echt leid für dich. Ich weiß nicht, dass du da mal um der Eck kommst. Mensch-Besitzer-Menü, 1039. Jetzt haben wir fast 1300. Also zwischen 1000, oh, das wollte ich nicht. 2000, äh, 1200 und 300. Ja, bei mir war jetzt ein sehr, sehr, sehr bedrückender Tag, ne? Wenn man sich verabschieden muss, so von Lebewesen, ist es halt immer... Die wäre vielleicht nicht schlecht. Ist dich nach Dammelwied? Ach übrigens, wir haben jetzt inzwischen den Kredit raus. Wir haben um die 1200 Dollar. Bisschen mehr. Wir haben noch Geld auf dem, hinten auf dem Konto, damit ihr Kühe kaufen könnt. Und wir haben, auf dem Hauptbuch haben wir einiges. Also insgesamt 2250 oder so, keine Ahnung, ich kann nicht so gut rechnen. Wenn man das zusammenzieht. Ich hab mal das Geld von dem Stand auch schon genommen und hier reingelegt, ne? Äh, hat, hat sich hier jemand schon etwas verkauft? Also hat da jemand was gekauft? Mhm, für 21 Dollar. Aber denkt dran, da ist auch Steuers drauf, ne? Naja, selbstverständlich. Wir müssen ja hier, der, 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 der da steht, ja? Du müssen dann, dann müssen wir ja bezahlen, ja. D. Mode. E? Da kann man ja schon fast sein, dann kann man uns ja jeder hier mal so ein hundertemal ausanlassen, oder was sagt ihr? Hm, okay, aber dann kommen wir die Hälfte nicht zurückzahlen. Wollte die Hälfte zurückzahlen auf, okay. Das ist halt die Frage, oder? In Dritteln können wir auch, hm? Ja, je weniger, das ist so unwahrscheinlich, ja, deswegen, ja, unscheinbarer ist die ganze Sache. Also ein Drittel wäre so... Aber, aber, aber was haben wir denn, wir haben doch mit Miss Rush abgemacht, dass wir ein Viertel zurückzahlen. Wir können das auch ziehen, ne? Aber ich würde es vielleicht ein bisschen schnellere Weg haben. Nein, ich bin eher kein Freund von Schulden. Okay, aber auf einmal zurückzahlen, finde ich auch nichts. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das würde tatsächlich vielleicht den ein oder anderen falschen Eindruck vermitteln. Dann lass uns doch 400 Dollar zahlen. Und alles, was drüber ist, also ein bisschen für die Steuer zurücklegen. Und alles, was drüber ist, zahlen wir einfach auch schon. Aber wir brauchen noch was für die Kühe. Ja, genau. Für die Rinde. Ein bisschen was zurücklegen. Alles. Zieh. Da ist ja schon was zurückgelegt worden. Nicht für die Kühe, da reicht das schon wieder aus, doch. Zieh. Ja, genau, noch ein, zwei Tage warten. Dann machen wir noch ein paar Rinder bis dahin. Mhm. Ja, aber mit dem Essen wird auch jetzt anlaufen. Genau. Aber ist doch alles okay, Werk. Wenn da was da ist für die Kühe, dann ist doch alles in Ordnung. Ich würde sagen, diesmal 400. Nächstes Mal 400. Und beim letzten Mal dann 300. Perfekt. Ja, genau. Die Mandelbäume sind auch alle fertig, wenn wir Milch machen wollen. Tony, wo warst du heute? Können wir die anderen gesteckt haben? Ich meinst du, zu arbeiten. Jo meinte, du warst unterwegs. So, sieh. Das habe ich's, Mode aus und gesagt. Vielleicht, äh, erfahrt ihr das heute alle noch. Aber es ist nichts Wichtiges. Geheimnisse, Geheimnisse. Ja, auf nach Amadeo. Es ist kein Geheimnis. Was ist denn ein Geheimnis, was? Was sagst du? Ich, äh, werde hier ein bisschen vorbereiten. Weiter, muss bald im Bett. Aber wir erzählen ihm alles. Und er steht hinter uns. Egal, was wir entscheiden, hat er gesagt. Und er hat sich auch. Hasta luego. Habt ihr keine andere Wahl? Höhöh. Warte uns damit nur noch mal sagen. Hasta mañana? Heißt das? Scheiße. Es steht hinter uns. Es haben alle ein Sombrero außer mir, verdammte Scheiße. Genau. Aber es wird ja jetzt noch wieder dunkel, also brauche ich mir auch gar keine Hunde. Wenn es das nächste Mal hell ist, hole ich mir ein. Und hol mir mal generell ein paar andere Sachen. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, dann sind wir schnell in Amadeo. Aber ich glaube, das wird trotzdem nichts mehr, oder? Wobei, es wäre schon schöner, wenn ich auch einen hätte. Go, go, go. Dann machen wir schon. Oh, und wenn es gleich dunkel wird, muss ich bei einem Feuer... Oh, ich mitreiten. Hey, Toni, du hast aber keine Geheimnisse vor uns, oder? No. Ehrlich, na. Danke, Winfollow. Scheiße. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst vor anderen. Hey, aber das ist nichts Wichtiges. Ich habe nur Angst vor den eigenen Leuten. Die, du wirst am Ende sehen, oder? Dass die uns in den Rücken fallen. Wenn ich es das auflöse, dann sagst du, was wichtig gesehen. Ich habe von nichts Angst. Machen wir so. Nur davor, dass unsere Leute was passiert. Oder dass die uns hintergehen. Im Salon von Dumbledore. Am meisten habe ich Angst, dass ich jemandem die Pistole an den Kopf setzen muss. Die, die wässt mich. Wohl geht. Scheiße, Mann. Die, die wässt mich. Du uns das nix an, Toni. Por favor. Rosi hat's richtig. Die ist richtig paranoid. Sie. Bin mal gespannt. Das wird noch cool mit dem App hier. Die ist so paranoide ein bisschen. Vielleicht für zwei Dollar. Ich kann was aushandeln. Ein Storyline reingeschaut? Ja, mal kurz. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich morgen nochmal reingehen. Vielleicht circa 1,80. Okay, da werde ich auch mich einmal waschen lassen. Ah, eins habe ich noch vergessen. Limon und ein Lasso oder sowas. Achso, schaut ihr mal gerade, ob die euch geschrieben hat, die Dame? Äh, ja. Ich spring mal hier dann kurz rein. Ja, da ist schon wieder dunkel. Ich hasse mein Leben. Okay. Okay. So ein Krokodilkopf, Leute. Den könnte ich auch nehmen, ne? Aber der ist aus Stoff. Ich will schon so einen Strohigen. Mal gucken. Hören wir einen goldenen, oder? Oh, ich hätte gerne so eine Frontalansicht, aber das geht nicht. Ich kann so seitlich nur gucken, glaube ich. Ja, gut. Manche haben eh den gleichen, ne? Zeitgleich. Und fernkaufen. Okay. Jetzt erst mal Hose. Okay. Jetzt erst mal Hose. Okay. Dann hier. Jetzt erst mal Hose. So. Erstmals bei Tageslicht gucken. Dann sehe ich uns nicht. Nun fragst du, Ordi? Also wie gesagt, morgen würde ich nochmal dort reinschauen. Das mache ich morgen bei Tageslicht. Stiefel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Und da sieht man aber auch nichts noch. Und da sieht man so ein scheiß Hemdlo. 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 Okay. Hallo. Oh, wie ist es denn, Greco? Und da sieht man so ein scheiß Hemdlo. Und da sieht man so ein scheiß Hemdlo. Und da sieht man so ein scheiß Hemdlo. ich weiß ja das jetzt eh nicht um die uhrzeit top okay das ist ein bisschen sehr herrne egal machen wir morgen ach Handschuhe müssen wir noch und Was machen wir dann? Ah, die sind eine andere Sühle kommen mit ein paar Leuten. Im Ratskeller ist auch Salazar. Das heißt, er kämpft Salazar gegen Salazar. Salazar gegen Salazar. Und Salazar ist dieser Gärtner da. Ja. Gärtner gegen Pirat. Ja, 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 ja. Wer bist du denn? Oh. Bisschen offizieller. Rott ist eine gute Farbe, See. Ich bin zwar noch nix ganz zufrieden, aber es ist auch wieder dunkel. Gucken wir das nochmal bei Tag an. Muss jetzt erst mal reichen. Sieh, es war lange genug Tag. Ja, sieh, aber da vergesse ich das immer. Bisschen jetzt, Mutter. Ja, ja, ja. Frei. Alles gut bei dir? Genug munition. Perfecto. Die Rosi, damit du das auch weißt, hier gab es heute eine Sieserei. Warte. Äh, die Leute vom Ratskeller, Sanchez und Salazar, Kalito, haben einen gejagt. Waren wohl die Leute aus Rhodes. Mhm. Das sind die... Einige Minuten lang. Die das an uns abgeben wollen, hm? Warte, und wer stand am Ende noch? Das weiß ich nix. Weißt du übrigens schon, dass hier die Leute aus dem Ratskeller unsere Leute bedrohen? Das ist noch nicht geklärt, hm? Was machen die hier? Unsere Leute? Na schön, die sind, ähm, die haben Walter bedroht. Und der geht darum gebeten, dass sie ein bisschen langsamer durch unsere Range durchreiten. Und darauf fiel denen nix besseres ein, als sowas zu erzählen, von wegen beim nächsten Mal, äh, wird er ein Problem bekommen. So unter dem Motto. Das gibt es nix. Ja, das gibt es nix. Und ich hab die beim letzten Mal auch angesprochen, die sollen da nix so durchheizen. Und da meinten sie, wir können nix anders. Äh, der Typ wartet auf seine Lieferung. Hab ich gesagt, ist mir scheißegal, aber da waren die schon weg. Weißt du, wir werden uns mit denen unterhalten. So, wo sind wir? Oh, steht dir. Schon. Oh, was ist das denn? Welche, oder? So. No, das wird nix, Mude. No, no. Was sagst du zu dem Cosette? Lieb auf, Mude. Sieht gut aus. Si. Perfetto. Ist nix zu viel, oder? Nö. Mude, du bist zu alt für mis. Ist das so? Du zweit, oder was? Ja, wenn du sagst, er ist zu alt, dann muss ich ihm helfen. Mude. Das ist unfair. Mude, was haben wir das? Wer hat denn einen Plan? Okay, komm. Brauch ich eigentlich Dolaris? Brauch ich eigentlich Dolaris? No, oder? Da hab ich alles ausgegeben. Außer das, was auf der Bank ist. Du musst einfach noch an einen Fluss. Hm? Was? Du musst noch an einen Fluss. In den Fluss? Mich mal schnell waschen und so. Ja. Hm. Und einen Stall. Ist frei. Wo ist der? Was ist denn? Hast du dich jetzt sick gemacht? Ich? Nein, ich hab mir nur einen Mantel geholt. Warte her. Bist du da hinten? Ich hab Rosie so angezogen wie Rosita so ein bisschen. Und ich feier's irgendwie. Dann bist du Rosita. Warte. Noch nix. Ich habe... Ich habe eine Frage. Warte. Warte, wo bist du? Ich spring mal bei dir auf. Hm. Wo ist er denn jetzt? No, she. Ah, das ist so. er war auch da drin müssen der nächste Stahl müssen wir sowieso in der Fallen Rentsch der Kutte genau in die Richtung Mischmehr und hat man über der Kutschen ein Dingster die Bekonten ließen oder Tiefs Landing oder hier im ganzen Westen ist sie neu was ist neu? hier gibt es auch eine aber ich sage euch ehrlich die einzige Fahrt die sich lohnt ist Tumbleweed nach Blackwater 5 Dollar der Rest sind alles nur winzige Beträge hast du das schon ausprobiert? der Lieferant gibt jetzt auch weniger von Blackwater nach Rhodes die Hälfte das ist ein Abzocker die das waren mal acht jetzt sind es nur noch vier okay ja da muss man halt mehr essen, trinken Waffen und Munition ausverkaufen muss das Outfit noch ein bisschen heller bekommen ich will nicht so ganz schwarz ein bisschen mehr weiß mit rein oder grau grau fände ich halt auch mal mal gucken oder Rot und Beige finde ich auch nice muss irgendwie zu dem schwarzen Hut fassen aber so ist schon nice auf jeden Fall auch Wasserrott ist hier ja ich habe das immer Hunger an einem Poncho oh, sie versteht ihr sehr hübsch aber auch eben überlegt ob ich mir einen Poncho hole aber ich habe keinen Dollar das mehr gehabt ich habe nur einen Dollar was für einen Poncho gehabt mir hatte ich eigentlich dabei scheiße habe ich gemerkt das war schon zu spät in die Banker dazu scheiße egal die Hälfte meines Geldes wird sowieso in Klamotters fließen weil ich immer abends einkaufen gehe und am nächsten Tag merke dass gar nichts zusammenpasst wobei jetzt gerade geht es finde ich aber irgendwann hat man dann genug und kann dann immer das passende raussuchen ich muss Geld ein bisschen ansparen ich brauche vernünftigen Revolvers was kosten Kattelmann äh nix Kattelmann was kosten andere Revolver wir bekommst du auch nix Kattelmann bekommst du nix Bauch ja so einen habe ich ja schon scheiße ich habe äh sie kosten 60 Dollar na gut was habt ihr für Revolvers? äh Navy heißt der, ne? Navy ja ich habe auch ein Navy die ist ab äh Volkanik und soviel ja ich bräuchte mir auch noch mal ne Brot das ist eins was ich noch brauche und irgendwo noch ein schönes Jacke wäre was ist ein Stück Brot? ne ein Stück Brot cc verkaufen wir auch was verkauft er auch? c 40 Dollar er macht uns Konkurrenz mit seinem Brot scheiße was ist das für ein Brot? ist das mit Goldeneigges gefüllt oder was? das ist ziemlich hart das was die Pferde nicht mehr essen ei senores ich habe ein Pferd gesehen ich habe mich so verliebt so eine Scheiße ach so was nicht was? was? was denn? ähm senorita bonita hat eins geritten das war so wunderschön und kräftig ein was? ähm das war ein Roadster aber die sind scheiße teuer was sind Roadster? IRA 480 Dollar keine Ahnung ob der Polera 600 was du haben willst? ich habe mich noch nirgends gesehen was ich haben will mhm auf den Reckton Wölfe rechts das Wölfe rechts wo? vorne nein keine Wölfe das ist ja eine Wölfe die ja eines geritten scheiße Roadster mit oder ohne Verdeck noch voll Roadster ich finde es peinlich wenn ich mit meinem Kattelmann schieße deswegen machst du lieber warte wobei ich habe ich sage euch wie es je nachdem das ist wie so wenn eine Maus piepst und daneben eine Katze rar rar sie rar gleich sitzt hier jemand im Busch und will scheißen und kackt sich einfach komplett ein bevor er die Hose runter hat weil er denkt wo müssen wir um 10 reite ich überhaupt richtig? Richtung Blackwater wir können hier lang reiten aber er hat nach außen rum er sitzt irgendwo im Busch und scheißt sich in die Hose bevor er die runterziehen kann ein bisschen ab ab un ab 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 Was machen wir nach Sankt Dennis? Ja, da geht mein Herz auf. Und meins erst. Da wollte ich die ganze Zeit schon hin, ne? Nach links, nach links. Wo reitet ihr denn? Ist keiner, ist nix jeder so ein Navigator wie du, Toni? Wenn wir eine Schifffahrt machen, ist er der Navigator. Nur wenn ich weiß, wohin es geht. Steht er da vor seiner Riesenkarte. Wow. Kurz Nassenspray nehmen, Leute. Willst du dich was denn, Mutter? Hast du ihm gerade unterschwellig gesagt, dass er stinkt? Ja. Toni, du Scheißgerl. Ich lösche mich dann aber auch eben mal. See. D, er wollte sich was denn. Nicht, dass ich es ist. Das ist eine gute Idee. Empfehle. Klingt auch schon wie so ein Buffel. Klingt auch schon wie so ein Buffel. Klingt auch schon wie so ein Buffel. Eine Mail, Frau. Nicht so weit, Mutter. Da hinten sind Krokodile. Ich röte euch, wenn es so weit geht. Ja, perfekt. Jetzt fühle ich mich auch wieder sauber. Ja. Freikann ist nicht mehr, denn. Das ist zu weit. Scheiße. Ah, Marie, wenn wir meine Sachen wieder annehmen. Wie? Ah, herrlich. Ola. Ola. Wo hast du? Sonst was? Sonst. Wie ist er hier? Was denn? Hier. Was willst du mit der? Riech den in den Arsch und drück ab. Und dann? Wirst du vielleicht mal wieder was in deinem Arsch? Das wäre ein Meter weiter weniger. Das stimmt auch wieder. Das wäre auch müßer. Wenn wer was in welchem Arsch hat. Egal. Wann ist die doppelläufige Abgesäckte in meinem Arsch ab? Wirst du erst mal jetzt breakwarschen? Jedem Tierchen sein Pläsirchen, sagt man immer. Nein, nein. Ich mochte das nicht. Ach so. Ja, wer weiß. Ich würde einiges erklären. Ich wäre ein bisschen zu groß. Lieber so einen kleinen rein. Der ist eh. So eine Halbautomatik-Pistola, hm? Die nur in der Kugel hin. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was mit Tony los ist. Perfekto. Was denn? Nichts, nada. Inte. Alle. Putschenbauer auf. Bin gespannt. Nope. Aber den Bixen machen, Blackwater. Der Hohenbock. Der Lurin-Sonde ist auf jeden Fall offen. Das ist perfekt. Ja, dann lass uns direkt dahin, wenn der Kugel-Bauer zu hat. Ich wollte ganz kurz zum Markt in Blackwater. Da kann ich ein bisschen was aus der Tasche. Die Omotor wollte zum Style. Ja. Ach so. Eine Fährd-Holem. Kurzer Zwischenstopp. Mhm. Ach so. Señorita Bonita hat schon so ein bisschen angedeutet, dass sie die Trainings auch gerne mal für Freunde ein bisschen günstiger macht, hm? Oh, das klingt gut. Das klingt super. Und da wir uns sehr gut mit ihr verstanden haben, vielleicht sollten wir sie auch mal besuchen. Sehe ich sie. Unbezügt. Magst du sehr gerne. Ich auch. Ja, war ein netter Abend. Mhm. Hinter diesem Muge habe ich die Buffalos gesehen. Die Buffalos. Die Buffalos. Die Buffalos. Ich mag den Buffalos. Den Buffalos und ich habe eins was gemeinsam. Wir schnuppern gerne am Gras. Ja genau. Ja genau. Habt ihr euch eigentlich mal entschieden? Ja. Ja genau. Habt ihr euch eigentlich mal entschieden? Sowas ja. Ja. Ach so. Ja. 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 Ich bin auch für Gras. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. 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 Okay, schön, Tony. No problem. So, let's go. 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 nix das ist gar nichts zu wenig auf jeden fall siehst du den mantel von mutter ein bisschen sich einfach den folgen von der augen und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kakao überall in der ganzen Nahwand geklebt. Es war so ekelhaft. Meine Hände, mein Gesicht so. Oh mein Gott. Es war richtig unangenehm. Und dann musste ich irgendwie einen Euro bezahlen, damit ich da auf die scheiß Toiletten kann, um meine Hände zu waschen. Da war ich richtig angepisst. Und da war ich jetzt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und vorhin haben wir so zum Lachen gebracht, was Spaghetti aus der Nase singen. Okay, es reicht mir gleich. Was ist los? Nimm ich mal einen mit, vor favor. Ich hab... ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Gehen wir zuerst nach Rhodes und dann direkt ins Salon. Äh, mehr egal. Weiß einer, wo diese Brauerei da ist? Das ist auch irgendwo der Nähe von Brolissen. Da müsste ich zumindest mal nachfragen. Aber das können wir auf dem Rückweg machen. Okay. Besonders, wenn wir irgendwie Tequila bestehen möchten, erstehen. Erstehen. Weiß das. Und hat er sich noch... Ja, toll. Dankeschön. Ich habe alle amerikanischen Wörter gelernt. Böfel. Ah! Böfels. Böfel für meine... Böfel. In Böfel. Ich bin gespannt. und ich erst bei drast und drei gehen rein oder was denkst du wir beide und noch jemand das sind gleich zwei ist ja die schlange mit den jäger noch rechts hat es den laden dann ganz kurz rein oder es gibt es nicht gar nichts ach sigaretten so wasser perfekt das braucht man doch ein bisschen tabak für meine pfeife ich muss das mit der fall ist ja nicht so viel bargeld was hat denn alles ich habe ich gut ich sagst da ich muss scheißen guten rutsch machen heute noch drüber ja und mir kommt gerade so ein bisschen so auch Minder Ein Kondorchen, na, wie ist es? Pizzabrötchen Geführt nach Wunsch Pizzabrötchen habe ich immer am liebsten einfach mit Kräuterbutter gegessen früher Da war ich immer ganz so pur unterwegs Und wo ich noch im Internat war, gab es eine Pizzeria im Dorf Ich bin gar nicht so der Pizza-Fan, ne, aber Pizzabrötchen so ganz normal Gut, inzwischen sowieso nicht mehr Dann seid ihr mich ja, äh, ein Tier mehr verzehren Also wenn so Pizzabrötchen sind, die wirklich komplett Ähm, was wollte ich jetzt gesagt haben? Ähm, also wenn wirklich ohne tierische Produkt ist Und dann schön aber mit so einer Kräutermargarine in der Wäsche und Staus Ich hab nicht mal mehr einen dabei ein volk einer so viel mit so bin ich kann dir die 290 geben wie gesagt die würde ja auch ein muss einfach mal wieder das decken was hast du denn hast du was genommen das ist das auch haben das mal zu mir kommen kurz wenn du bist nicht so maus kannst du mich mal festhalten hey das ist direkt so schön warum noch nix so graziez es er sich jetzt war Ja, ich weiß nicht, dass du das? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sehr lieber gefüllt. Das ist besser als in der Pizzeria. In meiner Pizzeria, in meiner Pizzeria. Allee. Kugelpizzer offen, ja? Ah, der Apfel-Tabak ist gut. Der ist richtig gut. Oh, ne. Keine Ahnung. Ich mag das. Ich mag einfach nur diesen Teig so, ne? Ich bräuchte das nicht gefüllt. Wobei bei mir gefüllt wahrscheinlich eh nur mit Gemüse wäre und irgendwelchem veganen Käse oder so. Wenn überhaupt. Kräutern. Ja, der Teig schon. Es geht ja um die Füllung. Ich bin kein Fan von so veganen Pizza-Belegen, ne? Also... Ja, klar. So Brokkoli, Knoblauch und Zwiebeln und sowas. Das ist schon geil. Ähm. Und ich brauche sowieso nicht so gern auf Käse so. Aber... So gefüllt weiß ich nicht, ne. Da bin ich wirklich so klassisch. Gib mir einfach dieses Brot und ein bisschen Kräuterbutter und ich bin glücklich, ne? Gerade wenn der Teig geil ist, ne? Da... Chat, wie ist es bei euch? Seid ihr Team... Füllung oder ohne Füllung? Ohne? Ja, ne? So. Kräuterbutter fertig. Boah, ich... Boah, ich... Hab richtig Bock irgendwann auch mal wieder so Pizza-Brötchen dann zu essen. Dann mach ich selber so eine Kräuter-Margarine. Ich hab damals immer noch richtig geile gemacht. Und ich muss noch mal vegane Tatsuki noch mal machen. Inzwischen sind die Alternativen so geil, ne? Was auch immer da gerade war, ich gehe von ein Krokodiles oder so aus, ja? Oh, ein kleiner Bär. Oh, der Mustang hat gar keine Angst gehabt gerade, ja? Ja. Bär mag Bären. Ja. Das ist Gonzalo. Gonzalo, der Bären, Liebhaber. Ja, ja. Äh, Jungs! Wir haben gesagt, wir gehen gleich mit drei Leuten rein und zwei bleiben draußen, um zu checken, was los ist, ja? Joe und ich würden gerne reingehen. Ist es in Ordnung für euch und dass noch einer mitkommt? Ja, ja. Wer kommt mit? Mir ist das egal. Ich hab nix gehört, wer soll mit rein alles sitzen? Ähm, Joe und ich würden gerne reingehen und noch ein Dritter und zwei bleiben draußen. Ja. Wer von euch dreien möchte noch mit rein? Mir ist das egal. Mir ist das auch egal. See, allen ist das egal. Ich würde sagen... Such dir einfach einen aus. Schöne, Nino, dann kommst du mit. Okay. Und Frei und Toni passen. Draußen auf, Schöne. So, vielleicht sollten wir mal die Gewehre, ähm, ans Pferd hängen, ja? Ja. Ich geb dir mal meins. Hier. Döse. In den Sonnenplatz. ... Wir müssen mal rüber. Ah. Ei, der feine Herr, den kennt man doch. Wer war das? Es war Dynamito, hm? Kenn ich nix. Dynamite. No, sag mir nix. No? No. Ah. Ist auch nicht schlimm. Aber er soll nur Gesichtern. Er hat uns zum Stich gelassen. Ah, vale. Er soll nur Gesichtern, dass er viel stinkt. Entschuldigung. Er hat sich letztens mit Dego angelegt, seitdem haben wir ihn nix mehr gesehen. Ah, vale. Vielleicht besser so. Scheiße, ich mag ihn eigentlich, hm? Aber gut. Wenn er sich dagegen entscheidet. Und hier rumpinkelt. Ich bin ehrlich gesagt froh darüber. Reg nicht mehr so viel nach Scheiße. Dynamito hat immer große Vorliebe für mich, hm? Das war's Schusser. Das war's Schusser. Wie lange. Du bist so weit? Ok. Okay. Könnt ihr mal hier in der Nähe bleiben? Euch ein bisschen umsehen. Wenn wir in allzu langer Zeit nichts rauskommen, dann... Wie lange? Sagen wir mal so. 15 Minuten ist so. Könnt ihr mal klopfen? Mal sagen, ihr müsst mal eine Frage stellen oder so. Dann habe ich Hunger und Durst. Sehr genau. Sehr gut. Und wenn ihr Schüsse habt, dann sowieso. Sehr gut. 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 einen tisch aus wo sie sitzen möchten kann man sieht es lieber ein bisschen mehr drinnen doch hier in der mitte zum beispiel so was darf ich ihnen bringen verschiedenste alkoholische getränke die sie natürlich kennen wir hätten kräuter schnaps aber ich kann ihnen tatsächlich die sachen des hauses empfehlen das ist einmal in das ein amaretto nicht in amaretto ich habe gerade gegessen ist das perfekt amaretto wieder gerne links auch ein amaretto und die lady jetzt nicht mal dazu sollte sie ja nicht stören oder eine wunderschöne gute nacht gute nacht barater also sie haben nicht gemeint guten tag ich dachte sie reden mit den anderen die leute ja dimitri ein amaretto für sie alles gut eine für sie lassen sie sich schmecken das bedeutet so viel wie guten abend genau rosalita mendes mein name ebenso können sie das mal wiederholen bitte rosalita mendes miss rosalita mendes freut mich mein name ist gino chancreta das meine linke das meine fratello mein bruder die freude ist ganz meinerseits das vergnügen hatten wir schon auf einer nun ja etwas lustigen art wichtiges betonen wenn sie sich gewissermaßen auf dem falschen etwas lustigen fuß begegnet nun ja ich sage so ich bin einer mal fairen straßenschlägerei weiche ich nicht aus hat vielleicht mal auch ein bisschen gut getan die luft rauszulassen sie das einzige was mir nichts gepasst hat war dass sie in seniorita sich eingemischt hat ich glaube ansonsten wäre es wirklich lustig geblieben das ist nun ja sie ist meine frau wir sind verheiratet und irgendwas irgendwas ist da passiert dass das passiert nehmen sie es nicht irgendwie persönlich und ja es ist passiert was passiert ist genau das es ist passiert und ich denke dass es nichts worauf man irgendwie groß anknüpfen muss deswegen sind wir ja nicht hier und wie kann ich ihnen leiter ist eine einladung wenn das mr müde nehme ich an richtig richtig genau eigentlich ja habe ich gestern einladung bekommen das herrn der uns gerade bedient hat geht um gewisse geschäfte wir gerne mit einsteigen oder das wird mir jetzt unter uns besser gesagt gleich erklärt wirklich ich gehe jetzt um das ganze zu klären die was wo er sie besitzen doch die büchse nach reihen aber die noch richtig da können sie sie sind eine ja wie soll ich wie nennt man das bei ihnen investieren sie sind eine gruppe von leuten die füreinander einstehen die durch dick und dünn gehen und sich gegenseitig sorgen und ja ein bisschen geld verdienen möchte nämlich an oder habe ich sie dort ist richtig so kann man das nennen sie eine familie eine familie ohne dass wir den gleichen namen tragen was wissen sie denn schon alles was treiben sie so den wohl typlichen tag naja aktuell ist es so dass wir unsere wir haben unsere gewerbe wir versuchen ein bisschen eine für informationen zu kommen menschen kennen zu lernen wenn sie gleich ausgetrunken haben gerne das gespräch gleich in den hinterhof verlagern haben wir ein bisschen unsere ruhe das begrüßen wir bringt das macht mehr senior namen zusammen schönen abend und sonst wie läuft das geschäft ich hörte wie gesagt sie haben eine büchsenmacherei ich glaube das tut dem westen ganz gut wir können nicht klagen es ist ruhig zwischen den leuten und das geschäft läuft schaffen muss das ist perfekt so schön wenn ich klagen auf jeden fall es ist sehr sehr gut ein bisschen belebt sagen sie der westen lebt und zwar mehr als die leute behauptet und geglaubt haben bisher habe ich noch leider nicht so viel über den westen hören können ich selber war auch noch nicht da so eine ganz weiter reise senior ich wusste nicht ob meine kutsche das so lange durch hält wenn sie vom richtigen kutschenbauer ist bestimmt mal das nämlich an wir sind sehr gute freunde davon uns auch natürlich mal den geschäften von nun ja bekannten doch mal anzuschauen deswegen werden wir so da so irgendwann aufeinander getroffen wenn wir uns hätten ihre etablissement angeschaut uns von ihrer qualität vielleicht sogar überzeugt wir selber pflegen auch natürlich den besitz von besonderen waffen sehr das ist immer gut für uns jemanden zu kennen der sich auf diesem gebiet sehr gut auskennt natürlich wie sieht es hier in sony aus gibt es hier eine buchsenmacherei ach hier gibt es so zwei preußern die ein bisschen so tun als würden sie die büchse brei hier in büchse macherei in sony niveau bekommen aber sie müssen wissen es gab sehr viele anwerber für dieses geschäft hier unten im asia vielte sind bestimmt schon mal vorbeigelaufen ist sehr schöne waffen laden nur weiß ich auf dem aktuellen stand dass es was die buchsenmacherei angeht genug geschäfte im county gibt jetzt vorliegende mit ihren im westen in einem in roads und ich glaube in blackwater gibt es noch eine waffe in geschäftssee na gut der rosten dann gibt es ein wenig mehr von allem her ja es ist ja im westen gibt es einmal eine pferde rand dann gibt es unsere rand und es gibt die buchsenmacherei aber ansonsten ist da noch nicht so viel also alles was irgendwie westlich wohnt wird sich auch ein wenig auf uns konzentrieren das kommt ihnen ja dann ganz gut weniger konkurrenz ich sehe wobei ich immer denke konkurrenz wird immer dann irrelevant wenn die qualität stimmte das ist ja genau das gleiche für uns wir haben hier vier bis fünf etablishments die alkoholische getränke anbieten oder speisen da ist es nicht einfach an der spitze stehen zu können und deswegen muss man mit eigenen sachen überzeugen korrekt meine freunde korrekt hallo priege so okay scheint als wäre die erste begegnung ein bisschen schnee von gestern ist interessant ich hätte gedacht da kommt noch was zumindest dass das müde so ein bisschen darauf besteht dass man den schaden wieder gut macht ich bin mal gespannt ob er da noch was in die richtung anspielt oder nicht oder ob es dann dabei bleibt so 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 Das ist die Musik. Nooo, nichts. Das ist doch so. Das ist doch so. Uuuuhh. Sentimiento. ... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist so krass, die Tolkien-Tage sind schon halbwegs ausverkauft Hmm. Hmm. Auf dem Lichterfest in Dortmund. Okay. Lass mich mal gucken. Hmm. Dezember. Ich weiß nicht, steht noch ein Fragezeichen, aber wenn alles richtig ist, dann vom 7. bis zum 10. 12. Mal gleich Bescheid geben. Auf Wiedersehen. Wiedersehen zusammen. Machst du denen mal eben Bescheid geben? Perfekt. Oh. 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 Was hast du für einen Eindruck gerade? Noch keinen. Oh. Ist schwierig, ja. Mhm. Aber... Es wird geschäftlich bleiben so. Heute. Denke ich. Bin ich ziemlich überzeugt. Mhm. Na, das Gefühl habe ich auch. Mr. Cangretta erwartet Sie mich im Hinterhof. Wenn Sie mir folgen wollen. Perfekt. Einer unserer Amigos ist gerade noch draußen. Vielleicht können Sie den dann noch nachbringen. Hm? Geh mir schon mal zurück. Ja. Oh. Warte. Ja. Sind wir noch nicht da. Ansonsten kannst du auch auf sie warten, ha? Und, äh... Nachkommen? Ah. Verflucht. Blitz dich. Ja. Ja, guck mal. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ihr könnt nun hören gestört reden. So. So, also, sie planen, in eine Art von Geschäft einzusteigen. Vielleicht ein bisschen, nun ja, Geld unabhängig von ihrem Hauptgeschäft dazu verdienen zu können, oder? So. Richtig, ja. Haben sie da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht mit, nun ja, diversen Substanzen oder Geräten? Sagen wir mal so, in unserer Heimat, haben wir uns ein bisschen intensiver mit solchen Thematiken beschäftigt. Mehrere Firmen geleitet, nebenbei ein bisschen, ein bisschen was in die Richtung gemacht und genau das wäre hier auch unser Plan. Eine Anlaufstelle für Leute zu sein, die eben auch von anderen Tellern ist, ne? Und der verbotene Teller schmeckt sowieso immer am besten. Sie, das steht außer Frage, natürlich. Ich kann Ihnen so viel sagen, was das angeht, sind Sie auf jeden Fall bei mir an der richtigen Stelle. Wo ich mit Ihnen aber das Gespräch fortführen kann, muss ich Sie auf ein paar Regeln verweisen und so ausmacht. Noch zu? Dieses Gespräch, was wir hier führen, ab dem nächsten Zeitpunkt, bedeutet Deskretion an erster Stelle. Was das diese Geschäfte angeht, bin ich hier Ansprechpartner. Bedeutet aber auch nur für Sie. Das heißt, wenn andere Leute auf Sie zukommen, dann sollten Sie natürlich nicht direkt sagen, no, gehen Sie zu Monsieur Jean Grette in den Saloon und fragen Sie nach Drogen, als Beispiel. Ja, ich schätze Sie auch nicht so ein. Würde ich Sie anders einschätzen, hätte ich Sie nicht zum Gespräch eingeladen. Perfekto. Ich hätte darauf gehofft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie wissen, wie Sie mit Geschäften und durch der Führung und dem Verkauf und irgendwelchen, naja, Materialien, dass Sie da Erfahrung haben und wissen, wie es zu laufen hat und natürlich auch dafür sorgen können, dass Sie natürlich das, was Sie bekommen oder haben wollen, auch verteidigen können. Die Deskretion steht dabei definitiv an erster Stelle. Natürlich, da brauchen Sie sich auch bei mir keine Gedanken machen. Natürlich, ich arbeite mit vielen Seniores und Senioren zusammen und wenn mich jemand nach den Geschäften mit anderen Leuten fragt, dann bleibt das natürlich auch bei mir. Das bedeutet, niemand wird von mir erfahren, was Sie bei mir beziehen, was Sie bei mir kaufen, was Sie für uns machen. damit wir das einfach einmal festgelegt haben. Damit es am Ende nicht heißt, wenn irgendetwas passiert und wir vorbeikommen müssen, wir hätten das nicht erwähnt. Mhm. Gut, jetzt stellt sich mir die Frage, Sie haben gesagt, Sie möchten eine Anlaufstation für, nun ja, Leute sein, die vom Teller essen möchten. Naja, wie? Ich kann Ihnen so viel sagen. Es gibt Substanzen und das einige, die ich Ihnen anbieten könnte, die Sie nun ja verkaufen, bei uns beziehen, anbauen und an die Leute bringen. Des Weiteren kann ich Ihnen etwas anbieten, auf das jeder andere auch Zugang hat. Da geht es um so Sachen wie Dietrich, zum Beispiel. Haben Sie bestimmt schon mal gehört oder gesehen. Mhm. Da gibt es aber noch weitaus mehr zu holen. Müssen Sie sich das auch irgendwo, nun ja, ein bisschen mit guter Arbeit und Loyalität verdienen. Umso mehr Sie sich Mühe geben und zeigen, dass Sie das gut führen können, umso mehr bin ich bereit, Ihnen zu geben. Wenn Sie verstehen. Das sind Sachen, über die Sie jetzt wahrscheinlich noch nichts reden wollen, ne? Nun ja, was heißt nicht reden wollen? Im Endeffekt, wenn Sie sagen, Sie brauchen eine Werkzeuge, um irgendwo einsteigen zu können, sagen Sie mir, wenn Sie es brauchen und ich besorge es Ihnen. Mhm. Das ist kein Problem. Ich rede hier vom großen Ganzen, nichts Materielles, sondern eher eine kleine Status, verstehen Sie? Zum Beispiel, zum Beispiel, nun ja, da wo ich herkomme, da gab es jemanden, der stand an der Spitze, was es gewissen Substanzen angeht. Natürlich haben uns Droger nie interessiert, wir sind die Italiener, wir, ja, das ist nicht so unser Ding. Heißt, die haben die Hand über alle Drogensachen, oder was? Leute, die mit solchen Substanzen zu tun haben wollen, auch da rankommen, natürlich, sehr. Und, wie soll ich sagen, dieser Herr hatte einen Ruf sich erarbeitet, war auch irgendwann mal ein kleinkrimineller, hat ganz unten angefangen, den Gassen von New York. Nach zwei bis drei Jahren wurde er immer mächtiger, einflugsreicher, die Leute wussten, wo sie vom Teller speisen können, sehr. Und dementsprechend wurde er irgendwann zum ersten Barone der Droger sind in New York. Verstehen Sie, worauf ich hinaus möchte? Mhm. Nicht jeder wird das bekommen, was sie von mir bekommen könnten. Sie sagen, sie wollen in einer Anlaufstelle in dem Westen sein. Dann soll es auch nur eine Anlaufstelle geben für gewisse Dinge. Verstehen Sie? Das bedeutet, sie erarbeiten sich einen Ruf da drüben. Am Ende, nun ja, wer weiß, wie es in einem Jahr aussieht, aber wenn ich Ihnen das gebe in die Hand, dann rechne ich damit, dass sie irgendwann, nun ja, diese Anlaufstelle im Westen sein könnten. Mit viel Respekt und hart erarbeitet, äh, fleißig. Nun müssen Sie mir sagen, interessant, auf was Sie es abgesehen haben. Auf Substanzsinn, auf materielle Dinge. Die Frage ist mal so ganz allgemein gefragt. Andere Länder, andere Möglichkeiten. Was gibt es für Möglichkeiten? die Drogen herzustellen? wir hätten Joints zum Anbieten, also natürlich nicht die Drogen an sich, sondern alles, was Sie dafür brauchen. Ihr könnt ja die Möglichkeit bekommen, nun ja, Samen bei uns zu erstatten und diese im Westen bei Ihnen anzupflanzen und dadurch Drogen herzustellen. Drogen gibt es verschiedene, verschiedene. Es gibt was zum Rauchen, es gibt was zum Zähnen und es gibt etwas zum, nun ja, Opium, zum Beispiel. Oh ja. Nun ja, ich lese es einfach mal auf. Wir hätten natürlich Joints, das wäre etwas Cannabis-mäßiges, verstehen Sie, zum Rauchen. Dann hätten wir Kokain, eine sehr gute Droge und Opium. Ist Kokaina hier illegal? Natürlich. Alles, was ich Ihnen anbiete, ist illegal. Na, ich weiß ja, dass Kokaina zum Teil auch für Mediziner benutzt wird, deswegen hatte ich mich gefragt. Ja, aber das ist eine andere Art von Kokain, so wie ich das richtig mitbekommen habe. Genauso wie es auch Schlafmohnen gibt, was bei Patienten verwendet wird, aber wenn Sie Schlafmohnen richtig zubereiten, wird es zu Opium. Und in einer guten Pushdroge, verstehen Sie? Mhm. Des Weiteren kann ich Ihnen natürlich aber auch das Alkoholgeschäft anbieten, wenn Sie daran Interesse haben, einen Munchen herzustellen und zu verkaufen. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal erzählen, was wir so ungefähr vorhaben. Das wäre gut. Wir haben nicht nur die Buchsenmacherei, sondern auch die einzige Ranch im Westen. Schola Springs Ranch. Wir wollen dort Essen und Trinken anbieten und natürlich das, was die meisten Rancher zu anbieten, aber vielleicht auch das eine oder andere, wo ein bisschen was drin ist. Es kommt natürlich da nichts auf die offizielle Speisekarte. Vielleicht mal einen Kuchen mit ein bisschen Cannabis drin. Oder vielleicht was, um die Potenz zu steigern in Form eines Getränkes. Ein gewisser Alkohol. Und wenn wir uns da ein bisschen fächern, das ist die Frage. Was kann man an die Leute rausgeben? Es sind es immer nur einzelne Sachen, die herausgegeben werden. Hat es auf die auf die Leute verteilt, oder? Wie läuft das? Nun ja, sie müssen sich das so vorstellen. Kommen natürlich ja bei mir die Samen. Diese Sachen halt anbauen zu können. Das bedeutet, sie sind dann in der Lage, aus diesen angebauten Substanzen Drogen herzustellen und diese können sie weiterverkaufen. Zu welchem Zweck sie sie verkaufen, ob es ihr zum Konsum ist oder zum Weiterverkauf, das ist ganz ihnen überlassen. Das einzige, was sie nicht machen können, ist die Samen quasi bei mir zu kaufen und diese dann weiter zu verkaufen. Weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Damit würden wir uns ja auch selber in den... für die Ausdrucksweise würden wir uns auch selber in den Arsch nehmen. Das ist gar nichts in unserem Sinne. Das müsste und würde schon bei uns bleiben. Aber so wie ich das gerade rausgehört habe, bestehen sie vielleicht auf nun ja einen anderen Verwendungszweck dieser Drogen, wie sie schon gesagt haben, als Beispiel eine Kuchen, wo das nun ja nicht so ganz so auffallen würde, zum Beispiel. Auch. Nur ist es halt die Frage, also schön in erster Linie auch diese Sachen, aber wenn man einen Schritt weiter geht und wirklich das pure Zeug anwendet, ist halt die Frage, ob naja, ob es da so viele Punkte für geben wird, wo man das überhaupt beziehen kann hier im County und ob das unter den Leuten aufgeteilt wird, die das vertreiben. Das war also eher meine Frage. Ah, naja. Nun ja, also was ich Ihnen sagen kann, es ist natürlich gibt es schon den einen oder anderen, der mit Joints sein Geld verdient. Das dachte ich mir. Natürlich kommt mit jedem Geschäft, was sie haben möchten, das Risiko, dass auch andere das Geschäft vollziehen können. Natürlich wird das kontrolliert und nicht jeder zweite Kleinkriminelle bekommt einen Zugang zum Herstellen von Joints, weil am Ende macht ja jeder das Gleiche und es ist nichts mehr Besonderes. Bisher gibt es eine nun ja, Partei, die sich um die Joints kümmert. Was mich aber davon nicht abhält, auch zu sagen, wenn sie darauf bestehen, ihnen das auch zu geben. Nun wüssten sie sich dann natürlich gewissen, nun ja, es kann halt zu Konsequenzen natürlich kommen, wenn andere davon Wind bekommen, dem müssen sie sich bewusst sein. Mhm. Wenn sie aber sagen, no, ich möchte natürlich jetzt nicht direkt einsteigen und mir schon den ersten Krieg vor die Haustür ziehen, würde ich, ja, was anderes nehmen, was jemand noch nicht hat, eventuell. Also, was wir, ich weiß nicht, spreche ich gerade für alle, ha? Direkt irgendwie einen Krieg brauchen wir jetzt nichts unbedingt. Aber Cannabis für zum Beispiel Törtchen oder Küchlein oder so, das ist ja schon wieder was anderes. Das wäre was anderes. Aber man könnte sich bezüglich der reinen Drogers ja auch erstmal auf was anderes spezialisieren, wie zum Beispiel Opium, ha? So. Und ob man dann irgendwann sagt, man nimmt das mit den Joints noch dazu. Komm, at me, es, guck dir das an, komm gerne zu uns in den Westen, wir begrüßen dich, je nachdem, wie du uns gegenüber trittst, das kann man ja dann immer noch sehen. Mhm. Aber man könnte erstmal ein bisschen sachte anfangen. Wie sie sagen, man muss sich ja auch ein bisschen erstmal beweisen. Einen gewissen Namen aufbauen und nicht allzu offensiv sein. Denn das geht auch schnell nach hinten los. Wir wollen ein bisschen mit Köpfchen reingehen. Das ist gut. Das habe ich, so habe ich sie eingeschätzt. Natürlich, ja, Mr. Müder, ich bin Ihnen schon noch ein bisschen sauer wegen dem Messer, aber... Ach, das war ein kleiner Schnitt. Ach, wenn Sie nicht so kleine Riener ohne mich... dann, äh... würden wir hier jetzt nicht sitzen. Da bin ich ja nicht. No, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde Ihren Ansatz gut und ich bin auch bereit, Ihnen alles, was Sie fürs Opium brauchen, bereitzustellen. Würde Ihnen einen Preis geben, für den Sie diese Samen ankaufen können. Dann müssen Sie noch eine kleine, nun ja... eine kleine Hilfsmittel bei mir kaufen. Das erkläre ich Ihnen dann aber in Ruhe. Und wie Sie dann das Opium verkaufen. Unter welchen Preisen? Natürlich nicht so hoch. Sie sollten ein bisschen human denken, natürlich sehen. Was kann man dann dann alles in einem kleinen Rahmen vorgegeben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn ich Ihnen sage, also ich werde jetzt nicht zu Ihnen sagen, Sie verkaufen ein Opium für zwei Dollar und wenn Sie drunter darüber verkaufen, gibt es Ärger. Nur so wird das nicht sein. Ich gebe Ihnen einen anderen Spielraum und wie Sie diesen Nutzen es Ihnen überlassen. Das ist ja eine gute Referenz für uns. Wir wissen ja gar nichts, was sowas wert ist und da etwas an die Hand zu bekommen, das ist gerade für den Anfang sowieso gut. So, ja. Passen Sie auf. Wir machen das so mit dem Opium zuerst. Und ich bringe in Erfahrung, einige Leute werde ich mich auseinandersetzen, ob nun ja vielleicht mehr aus Cannabis rausholen ist. Wie Sie gesagt haben, mit diesen Törtchen und so, das hat mich irgendwie ein bisschen neugierig gemacht. Ich bin immer offen für neue Ideen und leite diese gerne weiter. Ich bin eine ziemlich gute Bäckerin, Signor. Das hat doch was Gutes und aber was dabei herauskommt, ich kann Ihnen nichts versprechen, aber ich kann Ihnen nur eine Versprechung geben, dass ich das mal erwähnen werde. Mhm. Dann sehen wir weiter. Wie sieht es mit Kokain aus, Signor? Wird das aktuell vertrieben? No. Und wenn es auch, wenn ich Ihnen einen Tipp geben könnte, glaube ich, würde Kokain noch besser in den Western passen als Opium. Ja, die Frage ist, ob es jetzt sofort ein Stein gemeißelt wäre oder ob wir dann einfach mal uns besprechen unter unteren Leuten und einfach nochmal schauen, was wir nehmen. No, also das gar nicht. Also, Sie überlegen, Sie nehmen sich so lange Zeit, wie Sie möchten. Wie gesagt, das ist ja Ihr Geschäft, was Sie letztendlich dann auch für einige Zeit führen und nun ja, ich bin heute auch kein Freund davon, von halbherzigen Entscheidungen, deswegen wäre es mir natürlich auch lieber, wenn Sie sich dann in Ruhe auseinandersetzen. Sie haben ja jetzt gehört, was es für Möglichkeiten gibt, was das Geschäft angeht. Mhm. Droge und Alkohol, sämtliche Substanzen, da bekommen Sie einen Zugang und dann können Sie überlegen. Sehr gut. Was ich Ihnen noch anbiete zusätzlich, das ist das, was wir jedem anbieten, ist, was es angeht, wie Dietrich und nun ja, Werkzeug zum Einbrechen und ähnliche Sachen. Sie möchten, können ich die nennen, was es bei uns zu kaufen gibt. Mhm. Gerne. Und wenn Sie da was benötigen, kommen Sie, kommen Sie einfach vorbei und ja, sprechen, jemanden, dass Sie nun ja mit mir reden möchten oder mit jemand anderem und nun ja, dann wissen wir eigentlich schon grob, worum es geht. Mhm. Soll ich Ihnen einmal aufzählen, was Sie für Möglichkeiten hätten? Sehr gerne. Ja, mich würde es interessieren. Einen Moment. So. Also natürlich könnte ich Ihnen Dietrich anbieten. So, Dietrich ist zum Öffnen von nun ja, Schlössern. Selbstverklärend. Dazu eine Einbruchswerkzeug, das in Kombination ist so das Paket, was die meisten kaufen. Sie sehen ein schickes Haus, Sie brechen die Tür auf, gehen rein, haben Dietrich für die Kisten. So, ja. Des Weiteren könnte ich Ihnen anbieten. Nun ja, ich weiß nicht, ob das so in Ihrem Stil ist, aber wir haben ein Werkzeug, womit sich Gräber öffnen lassen. Von legendären Bandidos im Western gibt es da bestimmt einige. Ei, Merde. Da muss man drüber reden. Ich bin sehr gläubig. Ich sehe, deswegen habe ich... Aber ich wollte es nur gesagt haben. Es stellt sich bei mir alles auf, gerade, Senior Locianto. Gut, dass ich Korsetten habe. Noch nichts. Und das wäre es eigentlich schon fürs Grobe. Wovon redet man da preislich? Preislich wären wir bei einem Dietrich bei 2,99 Dollar. Und das Werkzeug? Werkzeug wäre 1 Dollar darüber, bei 3,99 Dollar. Und Sie haben noch mehr, haben Sie gerade angedeutet? Ich sehe, es gibt noch ein paar Sachen, die wen besorgen können, wie zum Beispiel... Nun ja, wenn Sie jemanden haben zu entführen, dann... scheißen Sie auf irgendeine Bandage, die Sie um uns Auge legen. Wir besorgen Ihnen einen Eimer, der gut sitzt und diese Person wird nichts mehr sehen. Ei. Und da gibt es dann natürlich noch einige Dinge mehr, die für Sie, denke ich, auch relevant sein könnten irgendwann, aber... Soweit sind wir noch nicht, dass ich Ihnen die Information gebe. Genau, darüber unterhalten wir uns dann, wenn Sie es für richtig halten. Nicht gut. Aber sonst haben Sie eigentlich das Grobe und Wichtigste, soweit ja, erzählt bekommen. Senores, habt Ihr noch Fragen? Eine hätte ich noch. Also, die Drogen, die muss man dann einzeln an die Leute bringen. Da gibt es nicht irgendwie einen, wie soll ich sagen, Großhändler? No, Sie müssen das an die Leute bringen. An die Bewohner, an die... Ja, an die alles und wir, denn natürlich, wem Sie da vertrauen und Drogen verkaufen, dass ich bei Ihnen sehe. Wenn ein Sheriff kommt, dann würde ich nicht sagen, na, wollen Sie ein bisschen Kokain? Das ist dann natürlich nicht so schlau, aber... Wenn Sie jetzt denken, es gibt irgendwelche Leute, die irgendwo stehen und was abkaufen, na, so ist das nicht. Ja, sonst habe ich auch keine Fragen mehr. Tja. Wenn er dann, wie gesagt, überlegen Sie sich gut, was Sie machen wollen und wenn Sie bereit sind, kommen Sie einfach auf uns zu und... Wie gesagt, Diskretion. Ich möchte nichts davon hören, dass das irgendwie im Umlauf ist, dass es bei uns was zu holen gibt. Wenn es Leute gibt, die Sie darauf ansprechen, wo Sie Dietrich oder sonstiges herbekommen, wenn es Leute sind, die Sie vertrauen, wo Sie wissen, okay, die machen mit solchen Informationen keine Dummheiten, können Sie gerne anschneiden, wo es sowas zu holen gibt. Nicht bei Namen, sondern bei Lokation. Warte. Das behalten wir. Wie gesagt, seien Sie vorsichtig. Drogen ist ein sehr heißes Pflaster, vor allem in diesem County. Und wenn Sie sich geeinigt haben und wir das nun ja finale Gespräch führen, werde ich Ihnen dann ein paar Regeln nennen, an die Sie sich dann halten müssen. Das sind aber keine, nun ja, allzu einschränkenden Regeln. Und dann können Sie mit dem Geschäft anfangen. Na gut. Dann, muchas gracias für Ihre Zeit. Wir werden uns besprechen und alsbald auf Sie zurückkommen. Rechnen Sie mal mit morgen. Ebenfalls. Hören wir uns bald. Sehr gut. Auf jeden Fall. Wenn. Dann, eine schöne Tag noch. Dann schön, viel Spaß. Ja. Ebenfalls. Adios. Tschüss. Tschüss. Sehr gut, oder? Wir müssen noch unsere Hüte holen. Na, da vorne geht's raus, schauen wir. Interessante. Ich will noch den Hüte. Ja. Tschüss. Das ist immer doch her. Du bist doch schon mal ein Stück weiter gekommen, hm? Auf jeden Fall. Perfekto. Wo sind die Jungs? Dann würde ich sagen, unsere Besprechungen bezüglich dessen, was wir machen, machen wir auf GoArma, hm? Mhm. Ich weiß nicht, wo die sind. Scheiße, ich hab kein Geld. Wir müssen Geld haben für GoArma, hm? Ja, wir müssen sowieso noch mal zurück anscheinend, hm? Nein. Es gibt anscheinend auch hier eine Brücke, wo wir rüberführen, nach Mexiko. Okay, dann müssen wir auch mal gucken. Wenn wir Geld brauchen, müssen wir das mal wieder nach Hause. Mhm. Was haben die Jungs? Nein, suchen wir mal. Könnte natürlich auch einfach ein paar Mal in die Luft schießen. Ja, du würdest dich wunderlich... Soll es schon ein bisschen eingeklemmter. Ja, Chat. Hallo, Bosti, by the way. Und Orti. Wer ist denn alles noch da? Was denkt da zum Drogengeschäft? Das könnte ganz schön interessant werden. Das sind typisch unsere Leute, die haben einfach keine Geduld. Nichts, dass da irgendwie... Ach, da ist doch nichts passiert, vergiss es. Drogengeschäft. Ja. Drogengeschäft, Mammuschka. Drogengeschäft. Ja. vielleicht sind sie auch in der zähle wobei die beiden sind eher ruhig eher während joe und ich in der zähle wahrscheinlich ich habe kein geld wir haben alle kein geld für guarma wir waren gerade arbeiten arbeiten und die für die dollar wie viel dollar die gute hafen aber es habt ihr noch bisschen was ich habe kein geld ich habe wir müssen erst mal wieder zurück und geld tun aber wir müssen am ende wieder hier in kredit ein bisschen anpacken und weiß nicht arbeiten können auch eben ein bisschen jagen gehen kann man die höhe irgendwo verkaufen hier gibt es dem dann im metzger das ist das doch noch mal geht sein dann gehen wir ein paar alligatoren ich muss auf jeden fall jetzt gleich mal eben wissen gehen ich auch den treffen ist da vorne wo vorne es geht jeder bisschen jagen oder wollte gemeinsam gehen ich kenne mich ja nicht aus dann gehen wir doch zusammen einfach und wenn wir uns verlieren treffen uns am markt aber das ist nicht zusammen gehen mit dem richtigen getroffen was meinst du ich geh mal eben hier wartet auf mich lassen wir schon in sankt denne so eine blumen reinpinken inwiefern hobbs hallo by the way gu Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 was ist los ist was ein komisches geräusch gemacht mut die ist gerade ein serie vorbei geritten und das finde ich auch nicht so cool hat er seinen namen gesagt und freie hat auch gegrüßt und so geklungen als würde ihn gleich dort wollen ein leben im stutzen was solltet ihr davon wovon sollten wir gleich mal eine runde darüber sprechen was kostet die oberfahrt gute frage es hat man gehört schon mit der coach ich war mit der kurze von hier nach eines bergten auf das kind das gibt nicht viel mutter zeige ich dir drei hin drei zurück oder 150 ja dann das ist mir nicht sicher ja gut aber wenn jeder sechs solare satan sie die sonst bleiben wir dort wo immer machen wir ihr geht vor ihr kennt euch aus mit den alligators wir waren doch letztens an einem platz wo ganz viele waren warte toni da ist noch mein gewehr ja verstehe ich absolut hops glaubt nur ich finde monopole immer scheiße weißt du ich meine monopole sind immer kacke das heißt wir dürfen theoretisch können wir nicht gegen die spielen das ist immer das was ich so ein bisschen also ja kann man schon aber dann am ende hat sich das dann auch erledigt deswegen finde ich bei sowas also ist jetzt nur meine meinung so ne sollte es immer eine zweite stelle geben also aber gut so was muss ich natürlich auch mal herauskristallisieren es muss immer eine zweite stelle geben ähm weil sonst passieren da so sachen wie boah ich hab mal auf dem server zum beispiel gespielt und ähm da haben wir crime gemacht und es gab nur einen büchsenmacher und dann hat der sheriff gesagt so hier in meiner stadt kauft ihr keine büchsen mehr so und es gab halt keine anderen büchsenmacher das war am ende so nervig weil man das dann immer über support klären muss und so es war unnötig ne dachte ich mir dachte ich mir hops dann konnte mir jetzt auch nicht vorstellen dass dass ihr das bei einem lasst aber ähm und das glaube ich das ist glaube ich das wichtigste an sowas und deswegen beißt mir gerade auch in den sauren apfel und machen das weil oc juckt mich das sowieso nicht nur ob wir da beef mit denen haben oder nicht nur fürs ic spielen ist es gerade ein bisschen inkonsequent dass wir das jetzt machen müssen weil eigentlich hatten wir angespielt und die auch die haben das überall rum erzählt dass es da stress gab eigentlich hatten wir jetzt angespielt dass wir den schon noch mal entgegen kommen wollen mit freundlichkeit und sehr viel kraft aber gut jetzt ist halt so ne aber und das ist das wichtigste worauf ich jetzt anknüpfen wollte ihr braucht da halt eine zweite partei für die die das gut macht und wenn die die eine partei ist die das gut macht muss man sich ein bisschen daran orientieren so und daher absolut verständlich das geht nicht dass du da dass du danach eine truppe nimmst die erstens noch nicht lange auf dem server ist oder was auch immer oder jetzt schon scheiße gebaut hat oder so es muss schon irgendwie hand und fuß haben und deswegen finde ich gut dass sich das kristallisieren lässt und erst mal erst mal ein bisschen zeit braucht deswegen machen wir da jetzt auch mit weil wir wollen ja ein starten so das ist bb gonzalez aus dem sumpf ja siehst du so was passiert wie nimmt man das wir sind so gut keine art medulare ist dabei heute fahren wir auf jeden fall nach guamma wir wollen die ganze zeit schon hin verdammte scheiße ich bin mit 15 dollar das weg gelten musste vermute dieben geben habe selber was gebraucht und habe frei noch was gegeben für die pfeife ich habe für 20 dollar ist klamotten gekauft aber hat sich gelohnt ich muss noch ein bisschen freien ist noch nichts ganz perfekt das geht in die richtige richtung das machst du so ich denke was ich bloß mit johler und die vielleicht jagen mit den gewählern aber ist ein bisschen effektiver hola den alligatoren es donde ist das ich glaube ich werde die gar nicht sehen mit meinem maulwurf augen und wird einfach in einem drin stehen und der frisst mich gleich möchte gerne im westen begraben werden ist das ganz genau ich sehe das nix und dann ist vorbei hat sich ausgerosit aber joe kann euch die infos dann auch noch geben oder nie das kommt das wird das kann sein dann kann ich mir danach einen besseren pferd und das hast du nichts gehört oder hey mach nix so alles gut ich behalte ich noch eine weile sind wir hier schon zu weit ich glaube schon wir müssen wieder zurück wir müssen dahin wo der dicke alligatores war der weiße weiß dass noch einer wo das war ungefähr aber wir müssen durch den weg einfach da waren fünf und meine rot flinte und ich richtig gut helfen bei dem großen großen hattest du auch mit dem ist rot aber für die alligatores aus der nähe zu totem gerade mit flinken geschossen ist sie schrott befett die das sind und die weiter ist auch noch ich sag dir wie es ist ich möchte auch was hast du schofield und vulkaniker sieh sieh aber da musst du mich noch mal beraten wenn ich ein paar dollar habe sieh machen wir oh jeh jaja ich weiß schon warum ich den besten mag hier ist es so feucht warm das ist das ist speedy ich lasse hier speedy der bringt sowieso nichts glaube ich wobei sieh krötenfleisch soll lecker sein ich hab's noch nicht probiert aber die kannst du ein bisschen in dein ziel messen ich hab schon überlegt maulwurfsfleisch für die zu nehmen die mir auf den sack gehen dann verkaufen wir maulwurfs chili an welche wichser die merken die sowieso nicht raus das ist so gut gewurzt und die kriegen los bekommen sowieso nichts mit das kann doch nichts wahrer sein ich glaub weiter links müsste was sein ne lass mal links hier rüber das sieht so aus wie da wo wir waren das sieht so aus wie da wo wir waren waren überall welche und jetzt das kreis verkackt Das Pferd kriegt auch schon einen halben Nervenzusammenbruch hier. Mache ich mal was Verrugtes, hm? Oh, Merde. Ganz verrückt. Andere Seite, hm? Was macht denn der Puma da? Scheiße. Damit habe ich mir nichts gemeint. Alles in Ordnung? Geht es allen gut? Was hat es? Los, komm her. Was ist los? Ah, Puh hat mich erwischt. Ich hatte mal eine Bandage. Ich schaue mal nach dir. Ich habe Bandagen, falls du ihn mal anziehen kannst. Ah, setz dich mal. Hier an den Baum. Oh, Scheiße. Oh, der hat dich gut gekratzt, hm? Ah, aber richtig Scheiße. Ich glaube... Ich glaube, das müssen wir nähen, amigo. Oh, Scheiße. Mutter gibst du. Das soll doch schnell gehen. Scheiße. Ah, dann... Hier. Dann runter mit dem Hemd. Wir drücken dir das erstmal ab. Ja, Scheiße. Ich brauche die Bandage zum Abdrücken. Geh, dann nehmen sie doch. Nimm sie frei. Ich drück dir das dann fest. Ach, Scheiße. Was ist denn los mit ihm? Nein. Na gut. Das, äh... War zu spät. Zu Mars bringen, oder? Na, das was über leichte Wundversorgung hinausgeht, will ich lieber nichts anfassen. Ja, wir rufen hier an den Arzt. Komm. Ach, vielleicht... Ich sehe schon hier in der Nähe, hm? Ja, ja. Ich würde mir jetzt keine Bandage gefehlen. Das war zu viel für das Kleide. Na gut. Na gut. Aber hab dich nicht so, das war nur ein Kätzchen. Wusste gar nichts, dass es hier Pumas gibt, hm? Nein, das war nicht so. Das war's schon. Ja, das ist der nächste. Irgendwann noch ein Vieh gesehen? No. Joe, was sagst du? Keine Ahnung. Was sagst du? Also ich habe ihm das abgebunden und wenn der Arzt kommt, dann wird der Arzt schon im Ermessen sehen, was man damit macht. Vielleicht würde ich es nähen, aber... Oh. Merde! Ach, dem geht's gut. Das ist ein bisschen der Schock. Schade. Humor-freies Pferd wieder hierher. Hey, Chico. Alles gut. So einem Herrchen geht's gut. Der schläft noch. Er kann noch so eine Getschen gebrauchen. Okay. 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 Scheiße, jetzt krieg ich den da nix raus. No, das wird nix. Ah, das wusste ich nix. Ah, das wusste ich. Ah, das wusste ich. Warum war mir das klar? Okay. 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 Und noch einer da. Ja, wenn keiner kommt, dann lass uns doch nach Rhodes reiten. Oder kommt da jemand? Doch, doch, es kommt einer, es kommt einer. Sehr gut. Wow, schaut euch diese schöne Tiere an. Blödes Arschloch. Er ist frei gebissen. Oder gekratzt, ja. Weil da hinten sind auf jeden Fall noch anlegert, wo das ist und sowas. Wo? Was bringt denn einer? Das weiß ich nix, ich hab ne Haut von einem mitgenommen. Warte, ich kann mal eben mit uns checken. Oh, ne. Da wollen wir noch was. Muss mal auf die andere Seite, ja. Muss mal hier durch das Schlamm. Da hinten, aber hier haben wir noch einen Glauben in hier. Also hier in dem Bereich. Wir müssen ein bisschen hören, die Grummen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Martha! Alles Gute für dich, Martha. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Nein, ich muss doch wohl noch hier sein. Nein, ich muss doch wohl noch hier sein. Habe ich da gerade grummeln gehört? Oder bin ich stumm? Ich höre doch irgendwas grummen. Oder bin ich stumm? Oder bin ich stumm? Wie kriegen wir den denn da hinten weg? Ich kann ihn ein bisschen weglocken, kann ich versuchen, bist du dort drin, an Land? Ja. 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 Der weiß nichts. Oh, ein Puma, das ist scheiße. Ole! Ja, hat ihn ein bisschen gekratscht. Hat ihn ein bisschen gekratscht. Ja, ein bisschen. Oh, das wird ihn ausgemützt. Oh, was? Oh. Vor allem, als ihr Puma sagte, dachte ich erst, sie wäre eine heiße Frau oder sowas. Haben Sie das Fell auf Ihrem Pferd? Oder ist das ein Alligator? Schauen Sie mal. Der Puma muss hier irgendwo liegen. Hier. Heben Sie den mal kurz auf. Schauen Sie. Okay. Das muss ein betrunkener Puma gewesen sein, wenn er hier einen Arsch für Ihren Hals verwechselt hat. Ja, aber scheiße. Ich weiß auch nicht. Ich wurde gerade weg. Ich bin runtergefallen, wollte mich wegdrehen, hatte mir einfach in den Arsch gebissen. Du scheiße. Gut, bück dich nach vorne. Scheiße. Wow. Das wird so ein bisschen kitzeln. Jemand fickt eine Mait, würde von dem Puma nix in den Arsch gebissen werden, hm? Was? Ich bin doch sanft zu erschen, das passt schon. Ist das müde? Das brennt, verdammt. Das ist müde, ja. Aber scheiße. Ich glaube, ich weiß noch, wo ein paar Alligatori sein könnten. Wenn wir gleich gucken. Sieh, sieh. So. Du konntest doch einfach den Puma auf dein Habe und dein Leder. Wunderbar. Dein Leder. So, das ist so weit passen. Ja? Das ist in Ordnung so. Mochtest du, dass ich den Puma mitm- Sieh, mit Puma ist gerade schwierig. Oh, das wird er treibend. Ja, richtig spaßig. Ich werde ab der Scheiße. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Du hast jetzt. Was wird sich noch schon damit? Ja, wir wollten eigentlich nur so, ja. Ein paar Dolaris, äh. Jagen. 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 Und dann sind wir ja auch zu sehen auf den Puma getroffen. Verdammte Scheiße. Äh, ja. Warte, haben Sie den jetzt auf dem Pferd, den Puma? Ich hab den auf dem Pferd. Also ja, okay, gut. Dann draufgeschissen. Warum? Egal. Ich will mir den jetzt einfach nicht anschauen. Er ist hübsch. Keine Ahnung. So. Könnte meine Schwester sein. Welche Pfeffer hat er? Äh. Gepunktet. Äh. Gepunktet. Rot. Dunkel. Braun mäßig. Ist auch, glaube ich, eher ein Panther als ein Puma. Wollte ich mir grad sagen. Hier gibt es keine Berglöwen. Hier sind Panther unterwegs. Wollte ich grad sagen. Das ist ein Panther, ja. Und die Panther. Und die Panther. Oh Scheiße. Ja. Die Panther. Sagen wir mal so. Die kündigen sich nicht an. Da kommt kein. Sondern da kommt einfach nur. Äh. Da mach er in die Puma. An der Porte zum Himmel, der sagt. Du darfst hier rein. Was ist das Nächste, was du wär, was du siehst? Ja, ich durfte auch tief in seine Augen blicken, verdammte Scheiße. Ja. Wieso wachsen die welche aus Marsch? Ja. La Bandera. Noch nicht. Gut. Alles in Ordnung. So. Danke Ihnen, Doc. Auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank. Ja, immer gerne. Fühlen Sie sich wohl. Es ist schon dann nicht. Danke schön, Doc. Danke schön, Doc. Danke schön, Doc. War dieser Arzt wieder in, äh. War wieder bei Ihnen? Und kurz haben wir gesagt. Ich hab ihn ja gesehen. Das erste Mal hab ich ihn heute gesehen. Dieser kleine weiße Zwiderwurzel da. Ja, du Scheiße, ja. Wer? So ein kleiner Zwiderwurzel, der den weiß gekleidet und miteinander läuft. Das ist euer Arzt in Armadelo. Der warst du gerade beim Snyder. Wie heißt der? Ja, der hat mich versorgt. Ich glaub Diego. Oh. Oder? No. Ich hab schon vergessen wieder den Namen. Die. Wunderbar. Ah, gut. Nein, die Leute gehen mir noch auf den Sack heute. So. Sie natürlich nicht. Sie sind immer geschätzter Kunde. Wolltest du schon sagen, Lucien? Nein, nein, nein. Sie sind geschätzter Kunde. Alles in Ordnung. Brauchen Sie sonst noch was? Ähm. No, ich glaube nichts. Was zur Hölle soll ich jetzt? Hat auf mir dann Scheiße zuzustecken. Nein. Was war das? Ja, irgendjemand mir Eier zugeschneckt wird. Auch mit dem Scheiß. Ich weiß diesmal nichts, ne? Wunderbar. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. An ihm Tag noch was, äh. Adios, Sigurd. Ach, in Jean Denis kann es sein, dass ihn jemand Pferdescheiß in die Taschen stopft. Nicht wundern. Aha. Soll ich einer machen, dann haue ich dem aber auf die Schnauze. Das merken sie gar nicht. Der ist leise wie ein Ninja. Er läuft an ihnen vorbei. Auf einmal haben sie Pferdescheiße. Sollen wir nochmal gucken, dass jeder von euch auch nochmal ein Vieh auf dem Pferd hat? Achso, brauchen wir nur noch eins? Ja, wir haben alle, ja. Ja. Frei braucht noch eins, genau. Aber wir können auf dem Weg zurück nach Chantinie, können wir am Wasser entlang. Oh. Wegen Vogel. Mhm. Was? Wegen Vogel. Komm mal hier. Kennt ihr so die kleine Kirche? No. Mal mit. Wally? Ah, ja, doch, habe ich schon gesehen. Für... Für die ganz Kleinen ... Je bitte Saul. Aiii organiz Mann, aber, Linus!!! Wie geht er rein? Wie soll ich denn da reinkommen? Warte! Da fasst du doch mit meinem Arsch gar nichts durch. Muss einen bisschen tuken glaub ich, aber sonst weres. Scheiße! was für eine scheiße ist das denn ist es für kinder ist oder so und dafür ich komme nichts mehr raus was denn du musst erst mal wieder rauskommen da ist auch nicht vermisst du für mich ist ein bruder der hat noch keins die kirche ist ja gut peaches mary danke für eine folge herzlich willkommen sie wollen wir weiter dann auf nach st dennis oder kann denn noch jemand mitnehmen die haben alle zum markt ich habe das geht ja das macht nicht so und ich bin rosalita ich will auch mal müssen spaß haben was ist das spaß da das ist das ist das ist das ist Quiero que... Bien. Also wären wir zurück nach Abadio gegangen, hätten wir das Geld auf jeden Fall schneller gehabt. Aber so ist ja auch witzig, ne? Willst du das Wildswein mitnehmen? Ich bin ein Borst. Ein Borst. Wer auch immer nix auf dich aufgepasst hat, jetzt gehörst du mir. Und es ist mir absolut egal, ob man das hier macht oder nix. Scheiß auf Sontini. So, Perfekto. Schnell weggehen, bevor die Leute den Kadaver sehen. Scheiße, was ist denn dieser Markt? Herzlich willkommen in Rosalitas Welt. Scheiß auf alles. Hm, da. Hey Leute, ich hab ein Wildschwein gesehen, ich hab's mitgenommen. Sehr gut. Ich glaub, die Ärzte haben ein bisschen blöd geguckt, aber juckt mich nix. Scheiß auf Sontini. Sie hat das Wildschwein mitgenommen. Ja, die Ärzte haben ein bisschen komisch geguckt, aber ich soll mich ja nix jucken. So, die haben mich gerade kurz vorher gefragt, hey, da ist ein Wildschwein, will sie es mitnehmen? Also, ich hab jetzt, ich hab jetzt zwei Dollar ist neunundneunzig. Eins, siebenundneunzig. Komm, wir reiten noch einmal am Wasser entlang, ja? Warte mal, aber wenn wir nur drei Dollar brauchen, dann... Ey, wir wären schon viel schneller mit diesen Brettern gewesen, die Scheiße. Die hätten so einen 50 Dollar. Komm, wir machen jetzt noch einmal diese Scheiße da mit den Brettern und dann ist gut. Sagen wir, wo das ist. Das ist ein Regebogen. Hier, das wird dir auch gefallen, das sag ich dir. Ich hasse mein Leben jetzt schon. Ich weiß, wie das läuft. Ich war an der Bacchus-Station anfangs und hab das gemacht und ich hab mir... Ich bin so ausgerastet, ich hab die ganze Zeit daneben gehauen. Ich hab einen Nerveszusammenbruch bekommen. Das ist nicht sowas, komm mit. Wale, ich bin gespannt. Warum sagst du, ich weiß, das gefällt dir? Das wird jetzt richtig lustig, oh Mann. Ihr müsst jetzt gleich einem Vorarbeiter folgen. Ich denke, sein Name war Pops. Pops? Si, Pops. Pops. Si. Pops. Hola, Pops. Pops. Si, gracias. Was ist denn jetzt hier? Als Zielstarbeiter musst du den besser zeigen. Okay. Komm, Pops. Wo ist denn Pops? Pops. Pops? Gerund. 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 Wir wollen ja ein bisschen arbeiten. Ja. Ah. Ah. Ah, no. Die Signoris. Wer von euch ist Pops? Wer von euch ist Pops? Ey, sei nicht so frech. Blödes Arschloch. Als Maul. Wer, wie hat deine Mutter dich überhaupt rausbekommen? Ich schlag dich mit dem Brett, wenn du noch einmal so frech bist. Pau. Pau. Warum gehen die anderen da hin und... Wow. Du separierst mich, hm? Dir gefällt das, oder? Keine Ahnung, dass dir das gefällt. Was für ein fett Arsch! Selber fett Arsch! Inche Cabron. Ah, si. Wenn ich das alleine machen würde, würde es schneller gehen. Porke. Du bist ein richtiger Porke. Ein Cabron. Von Porke bist du. Pops. Voll cool mit dem dicken MWC. Feier ich. Einfach wie ich O.C. Ja, mein Herr. Porke. Dicke Porke. Anseit mir mal, hm? Hey! Ah, Schloch. Hola. Hola. ich komme gar nichts durch mit dem brett so ich habe es komm, wir holen uns mehr holen bla bla orkito hallo elli sieh sieh lauf noch langsamer du blödes arschloch hast du mich gerade schon wieder fett arsch genannt wie die bezahlung ist nix gut ich hab eben auch ein porc geschlachtet es ist ähnlich aus wie du nur weniger weiß gekleidet sie nur pops natura ich hole mir noch mehr holz es ist so genehm senior das ist immer ausbezahlen lassen wie stresst mich voll wieder zurück zum anfang nach jedem mal oder was du bist ja richtig flink porc wir machen kurz so arbeiten erledigen weil wir nach guama wollen und unser geld und amadio gelassen haben wir ottos die stelle bekommst du kuchen tony ist ein champion wie viele von diesen fetten porc brüdern gibt es eigentlich noch hauptsache der regenbogen ist hier der ist wunderschön sieh törtchen senor irgendwann gibt's törtchen ich hab genug sieh ich hab drei komm komm wir bringen eins noch weg ich hab drei Eurofünftig das sollte reichen wohners seid ihr euch sicher kommt man dafür auch wieder zurück eine ahnung Hey, schauen Sie mir nix auf den Arsch! Hey! Jetzt reicht's mir! Wow, das war knall. Er hat mir auf den Arsch geguckt. Ja gut. Er würde sowas machen. Nur ein Unhold. Ist die Hose gut? Mhm. Ah, noch hier nix. Da. Na klar, für du voraus ist alles okay. Wie viel hast du Morde insgesamt? 3,50. 3,50. Warte. Und ein Kaltholz und ein Krokodil-Ei. Ich hab 4,99$. Ah, du bist reich. Meint ihr, das reicht? Wie viel hast du jetzt? Wie viel hast du 4? 6,99$. Äh, irgendwie will keine mehr mein Brett haben, ja. Grazie. Bist du meinst, du meinst, wir haben die Scheiße? Woher hast du so viel Geld? Ich hab mir das so ein Fahrer freigemacht. Freigemacht. Ja, siehst du. Wie viel hast du? Freig. Äh. 7,99$ und... Ja, das reicht. Immer scheißen. Kriegen sie. Hola. Hola. Haben sie so einen stinkenden Fettsack gesehen, im Anzug, der sie... Si, ich hab den mir immer auf die Schnauze gehauen. Aber wie war das? Oh. Ähm. Der hat mir an den Arsch gepackt. Si. Jetzt kann das Fettsack gehen. Nein, oder nicht. Si, natürlich. Ich wette, er hat nicht... Doch, mit seinen ekelhaften Porky-Fingers. Also sagen sie, sie hat sich sexuell belästigt. Si. Oh Gott. Okay. Wir gehen zu ihm, wir klären das, kein Problem. Nein, ma'am. Was denn? Was ist genau passiert da? Also, er hat gesagt... Die ehrliche Variante. Bück dich mit deinem fett Arsch. Dann hab ich mich gebückt und den Brett genommen. So hab ich das gemacht. Und dann sagte er... Was für ein geiler Arsch. Gut, er hat ihn nicht angepackt, aber... Naja, und dann hab ich ihn geschlagen. Ja, okay, gut. Wo ist der Mann? Äh, keine Ahnung. Der stand da eben. Oder wo? Und hat mir irgendwas gegeben und das hab ich ihr abgegeben. Jetzt hab ich Dolores bekommen. Ach so. Ach so. Wie? Was denn? Ich könnte schwören, er hat mit seinem Bauch meinen Hintern berührt. Vielleicht war's nix die Hand, aber... Wissen Sie, ich hab's so gemacht und dann hat er mit seinem dicken Bauch meinen Hintern berührt. Ja, ja, wir suchen einen anderen Fettsack. Oh. Äh, mh, lo siento. Und, äh, ich mein diesen Pops, also... Ja, ja, ist in Ordnung. Ähm. Okay, okay, okay. Winten. Du hast alles geklärt. Das ist nix witzig. Ich hau ihm nochmal aufs Maul, wenn er das nochmal macht. Ach so. Ja. Schauen wir mal, ob ihr... Dieser dreckige Pops. Jawohl. Ich hab so Angst, wenn die da hinten so steht und nichts sagt. Ich verbiss mich jetzt hier, bevor Chucky die Mörderpuppe uns jetzt alle frisst. Was? Wo ist denn hier eine Mörderpuppe? Hinter ihn. Hinter ihn. Da. Ach, die Scheiße. Was ist das denn? Ich glaub, das ist nicht Chucky. Ola, heißt du Chucky? Warte, langsam wird's unheimlich. Wir sind halt bei unserem Plan hier. Chucky. Chucky. Aber... Nein, so heiß ich nicht, aber okay. Das macht komische Geräusche. Mach das. Wie heißt du denn? Ich bin Raya. Raya? Klingt ähnlich. Ja. Raya hot. Ich hab Angst. Ist das ein Geist? Ich denke so. Warum hat so ein kleines Kind... So heller Haare. Ich weiß es nicht. Scheiße, das ist ein Geisterkind. Tut mir leid. Sehr erfreut sich hinzulehren, Sir. Ja, freut mich auch. Leute, ich kläre das. Alles gut. Ich... Ich hab dich gemacht. Besser. Also... Nein. Du bist also... Saki. Saki der Geist. Hä? Was auch immer sie genommen haben... Nein, ma'am, bin ich nicht. Weil... Leute, ihr braucht keine Angst haben. Ich bin gläubig. Ich mach das. Padre Nuestro. Estas en el Cielo. Santificado se da tu nombre. Venga a nosotros, Toraino. Hagashe tu voluntad en la tierra como el Cielo. Anos... Wie zu viel? Was denn? Wir müssen das Vaterunser aussprechen. Sie... Es ist doch nur ein... Verzeihen Sie, ich bin... Ein kleines Kind. Ein Geist, ein... Genau, ein Kind bin ich. Ein Kind? Oh, das hab ich natürlich direkt gesehen. Ach so. Du doch auch, Toni, oder? Natürlich. Was ist denn sonst? Warum bezeichnen Sie mich denn als Geist? Finde ich nicht nett. Ähm... Es hat ja auch keiner gesagt, dass ich nett bin, verdammte Scheiße. See, genau. Weil jemand meinte irgendwas von irgendwelchen Mördern oder so. Und... Ach so. Und ich soll ich für ein Mörder sein, oder was? Ja, du weißt. Du hast eine Augenklappe und helle Haare. Okay, die hellen Haare, die hab ich seitdem ich klein bin. Ich weiss nicht warum. Die Augenklappe hat sich bei mir... Seitdem sie klein ist, auf dir gehört. Ähm... Los, Jenta, sie... Genau, seitdem du klein bist. Sehr süß. Sie ist doch klein, oder nichts? Ey, scheiße. Ich hab' mir noch alles gesehen. Scheiße. Sie ist doch den Doktor. Äh... Genau. Die Augenklappe hab ich, weil ich halt ausgepeitscht wurde. Und war so hals. Wer hat dich ausgepeitscht? Ja. Kleines Kind. Die... Okay. Äh... Sie, genau. Oh, mein Gott. Dann... Ich bin nicht böse, Mö. Okay. Warte, das ist sehr gut. Und weil du nichts böse bist, bekommst du ein bisschen Rührei von mir. Du tust um sehr, wenn ich fragen will. Schau mal. Hm, lecker. Und Kinder trinken gerne Milch. Dankeschön. Hm. Dankeschön. Oh, warte, sieh. Genau so schön wie das. Sieh, sieh. Wow. Genau, weil Kinder gerne Milch trinken und Eier fressen. Mhm. Hey, jetzt seien sie doch mal ein bisschen lieb. Ich hab... Äh. Ich hab dir grad... Ich hab beim Rumpfurzen, sag ich dir. Ja, das ist richtig gut. Wissen Sie? Vielen Dank. Das sind leckere Äppel. Ja? Das ist aber sehr lieb. Schöne. Lass es dir gut schmecken. Kleiner Zacki. Wissen Sie? Nein, ich bin Raya. Raya, genau. Was? Ja, was? Ja, was? Ja. Woher Topsi? Ich hab dich ja noch nie gesehen. Wir wohnen eigentlich im Westen. Da möchte ich... Da wollte ich schon lange hören. Äh, so. Da musst du nur aufpassen, weil da gibt es ganz viele stachelige Kacktee. Könnt ihr bitte mit ihr reden? Ich weiß nichts, wie man nicht redet mit Kindern. Mach du das doch jetzt. Machst du das sehr gut. Äh, da gibt es Kacktee und die sind sehr stachelig. Ja, gibt es da. Das ist egal. Gibt es da diese Taktischfrüchte? Sie, die gibt es sogar bei uns. Ehrlich? Genau, wir machen Limonade damit. Wow. Mhm. Darf ich vielleicht mit... Wir müssen leider gerade weiter, aber du kannst uns gerne irgendwann mal besuchen, komm. Wir sind auf der Chola Springs Ranch. Mensch, vielleicht findest du irgendeinen Opfer, der dich da... Also einen Erwachsenen, der dich da hinbringt. Okay. Genau, dann bekommst du einen Taktusschweigensaft von uns. Wenn du nicht bist, sogar zwei. Ich bin immer lieb. Scheiße. Hören Sie nicht auf das, was dieser Dock ihnen sagt. Der kann keine Kinder leiden. Hm, warte. Na gut. Dann... Genau, wir müssen... Alles gut. Wir müssen leider los. Wir sehen uns, kleine Sakiraya. Bis dann. Bis zum nächsten Mal und lass dir gut schmecken. Adios. Pass auf die Sehnen, Chucky. Pass auf die Sehnen. Er kann keine Kinder leiden und ich so... Oh ne, Kinder. Das zieht fleckt ab. Scheiße. Ich glaub... Ich hab grad irgendwie... Hab ich das okay gemacht? Mama Rosi, das seh ich doch, Mama Rosi. Oh no, auf keinen Fall. Ich hab meine Gewehre mal in die Satteltasche gepackt. Ich geh mir nur mit... Du hast sie eingeladen. Also jetzt nimm die mit, äh, jetzt nimm die mit nach droben. Ja? Ja, du hast traurig geschaut hier. Mann, Mann, Mann. Äh, ich war doch nicht zu ihr, oder nix? Ja, schon. Aber du wolltest ja mit, ne? Das können wir nicht machen. Wolltest du überdoppeln nehmen? Wie du mochtest. Ja, sehr. Okay. Ich hab's nicht so mit Kinder. Er fragt, ob er sein Gewehren mitnimmt. Misch so nicht? Schöne. Ehrlich. Ich weiß nichts, was auf uns zukommt. Mhm. Der Regenbogen. Das ist ein Doppelregenbogen. Da drüben gibt es Gold zu finden, Signores. Gibt es hier auch. Oh, oh. Das ist schwammend. Hat er ein bisschen Mitleid mit dem kleinen Vieh? Ja, ich auch. Ist niss. Kenn ich mich gar nicht. Ich kenn mich auch so nix. Ich glaub, ich hatte sowas wie Milch einen Schuss oder so. Ja. Sagen nix du auch. Die Milch macht das leichter. Ist niss. Deswegen hab ich ihrem Mann dem Milch gegeben. Wegen dem Überschuss. Hola. Da geht das. Hola. Hier nach Gorma. Oh. Zieh, fünfmal. Warte, da fällt einer. Fällt einer. Wo ist er? Fällt einer. Ja. Aber sieh, du musst dich auch noch umdrehen. Ah, schon Ding. Ja, jetzt. Und sagen, dass da einer fällt. Es fehlt noch einer. Auch hoch. Wer fehlt denn? Mierda. Mierda. Das ist ja typisch, ich seh da. Da ist ja der. Wo ist Dino wieder hin? Dino. Jetzt sieh mir vollständig, fünfmal. Okay. Und das ist. Das ist mir extra zu preiszahlen, weil das Schiff wäre schon lange los. Das ist aber eine schöne Dampfer. Das ist mir extra zu preiszahlen. Auf nach Guamma, meine Freunde! Hallo, Hilti-Girl. Hola. Herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, die Fahrt geht nicht zu lang, weil ich muss, glaube ich, was trinken. Aber lustig, die haben eben vom fetten Mann geredet und ich dachte, die meinten diesen MPC, weil ich den die ganze Zeit geschlagen habe und die das irgendwie gesehen haben oder so. Ah, wie lustig. Ich hoffe, dass ihr da seid. Ich hoffe, ich liebe Guamma, ich finde das so schön. Verdammte Scheiße. Was für eine Fahrt? Ei, Merde. Die anderen etwas so schön sein. Wunderschön. Wenn wir hierbleiben, por favor. Ich wusste nichts, dass ich so weich werden kann, aber scheiße. Und sie ist draußen. Da ist es. Da ist, was sind wir gelandet hier. Das ist, ähm... Guamma nennt man das. Guamma, das ist ein Teil von Kuba, hm? Oh, was ist denn da hinten? Oh, was ist denn da hinten? Die Mutter, du musst den Hut aufsetzen. Sombrero. Dann fällt es nicht so auf. Oh, die haben so, hm? Achso. Ah, nix. Was denn? Ah, nix. No, sag nix, Rosie und dann nix. No, vergiss es. Sag! Ja, vergiss es einfach. Was hab ich denn wieder gemacht, Mann? Ah, es ist unfassbar hier, ne? Si. Au, was ist das? Es ist sie. Ei! Da ist Platz für Spider. Ja, frei. Boah! Ich hoffe ja, dass irgendwann die Gitarren implementiert werden vielleicht, ne? Dass man die auch als Frau zum Beispiel nehmen kann, oder so? Das ist ein Instrument, ein Skript. Perfekt. Das ist fantastisch, hierher. Auf jeden Fall. Ich, 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 ich. Oh, oh, lo siiento. Jetzt müssen wir leider die Nacht hier verbringen. Hm. Komm, wir gehen zum Strand, oder? Oder wollen wir hier bleiben, und dann besprechen wir alles. ich finde das im perfekten ort zu müssen aber so besprechen gleich was jeder so denkt setzt euch und willst du das am strand machen können wir auch hier machen ist ja eh keiner mehr da perfekte wir sind hier zusammengekommen um ein besprechen zu machen weil wir waren eben drin und zuallererst was nichts willst du erzählen oder soll ich zuallererst hat sich der senore italiano so ein bisschen in die richtung geäußert dass ihm das durchaus noch bewusst ist was da passiert ist aber dass er das auch gerne beiseite legt man hat aber im unterton gehört dass er eben noch nichts so ganz damit einverstanden ist aber offenbar schon vieles von uns gehört hat also eher ein positiver tonus könnte man sagen er hat uns das ein oder andere angeboten er sprach davon mit guter arbeit und loyalität wird man sich vielleicht einem einen guten stand erarbeiten und es hört sich ein bisschen so an dass je nachdem wie man es angeht man einer von den ganz großen werden könnte aber das muss man sich erarbeiten man fängt klein an beißt in den dreck macht sich die fingers mutzig irgendwann eventuell die früchte zu ernten es kommt ja auch immer darauf an wohin man möchte wie viel und wie weit man gehen macht er hat angeboten dass wir diese instrumente bekommen können was wer war das gerade danke auf jeden fall ich glaube da war ein käfer am bein ich will wieder ganz mehr ja ich auch oh mein gott wer war das und oh mein gott wie geil so genau wir könnten uns diverse sachen erarbeiten wir können instrumente bekommen um einbrüche durchzuziehen wobei wir ja naja ein bisschen dezente reagieren wollten aber es ist zumindest gut zu wissen falls wir mal jemanden haben von dem wir wissen dass wir da rein müssen könnten wir die triche besorgen und werkzeuge für einbruch es gibt auch werkzeuge um gräber zu rauben aber ich als gläubige mexikanerin finde das ein bisschen schade ich stehe auch noch mal ein bisschen anders zum tod als andere aber könnte man theoretisch auch wenn wir mal irgendwann haben oder so genau dann ging es darum es gibt bereits leute die dann bis vertreiben es gibt bereits leute die sich vor allem mit den gras sachen beschäftigen gleich sehr genau aber das soll jetzt nichts heißen dass wir daran verzweifeln wir haben uns nur erst mal in die richtung geredet und ich hoffe dass wir da alle hinter stehen dass wir nicht sofort großen stress mit anderen brauchen wir arbeiten uns das nehmen erst mal was anderes wir nehmen also wir können kann habe ich bekommen für die törtchen denke ich mal aber jetzt nichts für eigene joints oder was auch immer aber wir wissen doch wie es läuft wenn wir wenn wir das für unsere eigene leute machen dann wird das wahrscheinlich auch so funktionieren es geht aber erst mal darum dass wenn wir was nach außen vertreten wird es entweder opium oder kokain aus sein kokain passt gut in den westen hat er gesagt und ich muss sagen ich pflichte ihm auch bei aber wenn wir am ende opium nehmen soll es auch das in ordnung sein mit ok haben wir die auch einverstanden wird auch gut kokain auch ich werde tatsächlich für das kokain also ist eigentlich doch nicht gefragt aber ist es nicht sogar legal ist es doch nicht egal also kokain also kokastrauch und wenn du daraus irgendwas limonade oder so das kann legal sein aber das was daraus extrahiert wird was diesen heftigen effekt hat das ist illegal das ist drogas kokainer passt gut in den westen ich muss ihn beipflichten und naja wenn man den weißen sand vom westen vertreibt so was in die richtung könnte das auf jeden fall eine gute runde machen wir wären habe ich das richtig verstanden die einzigen im westen oder habe ich habe ich das richtig verstanden oder nur aber generell vertrieb von so was wären wir die einzigen im westen genau und das wird auch nichts geben in die hand gegeben also man muss schon irgendwie ein gutes bild von uns haben und dann kann man immer noch sehen er hat auch gesagt er würde uns auch gras geben aber das würde in einem krieg in und ich sag's euch wie es ist als wir das irgendwann haben wollen und wir sind bereit dazu dann haben wir uns das aber gerade sollten wir erstmal klein anfangen ja es kurz ich kann ab und zu mal was zu rauchen damit nicht glücklich wenn jemand anfängt zu angeln dann wird er sich auch nichts direkt die dicksten fische vornehmen und er wird daran verzweifeln deswegen denke ich wir fangen mit den kleinen fischen an und wir arbeiten uns vor zu größeren fischen wir bauen uns erstmal etwas auf einer grundsoliden basis auf und dann kann man immer noch nach den sternen greifen der westen wenn wir das gut machen wird uns zu füßen liegen und auch aus dem osten werden ich würde behaupten dass kokain geschäft ist sogar das lukrativere und beliebtere weiß gar nicht wieso dass sich jemand fürs groß entscheiden soll also sicher ums gucken also bin ich bei dir denn wenn jemand runterkommen möchte sich ein bisschen entspannen möchte gras natürlich es gibt auch sorten die dich ein bisschen auf buschen aber für die richtig wichtigen sachen oder für box kämpfe oder was die leute wollen sich vorher eine nase ziehen damit sie längere durchhalten oder was auch immer ist kokain viel viel wertvoller für den eigenbedarf werden wir bestimmt was bekommen was sie das ist ja das nächste ich habe euch noch gar nicht so komplett richtig erzählt wie es geplant ist mit den rezepten aber ich habe was vorbereitet und ihr müsst es nur noch absegnen kokain fördert auch die potenz ja kombiniert mit den richtigen stoffen den afrodisiaca ist das zum beispiel rosenextrakte oder aus himbeeren wenn das zusammengepackt wird ist ein afrodisiacum der chico wird seine chica nehmen der wird die durch den ganzen county tragen während er sie vögelt wir wissen ganz genau wie viele harte kerle wir haben oder auch die chicas wenn die mal nichts wollen das wird deren lust anregen lust ist dieser tage eines der wichtigsten geschäfte warum sollen wir das nichts anregen so käme zum beispiel in den können wir kokain im bäris rosen und wasser und dann hätten wir eine afrodisiacum dann gibt es die torschen und da wird der senior wie ist ja noch mal gino wird er sich umhören das kann ja dann das sein was für die leute zum runterkommen ist was brauchen wir für dörtchen wir brauchen weizen wir brauchen mich wir brauchen zucker und diesen purple oder was auch immer und dann haben wir doch den saloon die kassi wird den saloon betreiben wir können sie gut liefern essen trinken normal aber vielleicht auch mit naja ein bisschen alkohol vielleicht etwas was sie nichts an jedem verkaufen wird und dritten unter der hunter an der bestimmten ecke vielleicht gibt es im saloon eine 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 klappe im boden wo die bekannten sachen aufbewahrt werden die rose des westens zum beispiel monschein rosen zucker naja das sind so die sachen und dann wären da dann noch eventuell eine eine normale alkohol den wir auch legal anbieten können diesen vielleicht so was mit kaktus und was auch immer und in färre stimulans und damit kommen wir wieder zu einem punkt färre stimulans das wird nichts lange legal sein denke das wird anfangs schon noch legal sein aber irgendwann wird es verboten in die leute werden ihre pferde damit naja bei pferderennen zum beispiel wisst ihr wie ich meine die pferde länger können ist nichts gut fürs pferd das kann man mal machen aber leute werden übertreiben das werden andere leute sehen und dann wird das ganz schnell nichts mehr legal sein aber das wäre eine möglichkeit und wir kennen die ganzen scheißkerle die auf ihre viecher scheißen haben die lieben sowas mode ist ja total egal wir sind auch scheißkerle ansprechen wir sind auch scheißkerle das ist in ordnung aber noch beschissenere kerle werden bei uns kaufen es wird ein nischengeschäft das muss uns klar sein das sind keine abnahmemengen wie senorita steiner kommt und möchte 20 mal rührei haben aber es ist eine gute möglichkeit naja und dann um nochmal wieder da zurück zu kommen genau das mit dem gras hat schon jemand ich denke auch kokaina wäre das beste wir können aber gerne abstimmen am ende werden wir wenn wir die sachen gegeneinander aufwiegen aber auf den punkt kommen dass kokaina am sinnvollsten ist denke ich ich wäre auch dafür dass wir das selber eigentlich gar nicht groß vertreiben sondern uns wirklich zwei drei dealer suchen die das für uns nehmen ok das ist auch wenn jetzt mal irgendwie etwas passiert du musst jetzt zuerst mal zu dem und den müssen sie zuerst mal ausquetschen bis er noch geredet wenn du da die richtigen leute nimmst finde ich auch dass wir quasi das anpflanzen das produzieren herstellen und das an andere weitergeben und die das dann vertreiben die sich damit was kennen großabnehmer es gibt keine kleine menge die die das brauchen ganz genau dass die die drecksarbeit quasi machen und das an die leute bringen wir werden nix die leute sein die das unterm tresen beim buchsenmacher haben oder bei uns sind heransch auf keinen fall genau das wollte ich sagen das ist das ist sehr gut gedacht und absolut richtig das werden andere machen deswegen müssen wir kontakte aufbauen zu anderen wir müssen schauen wem wir vertrauen und wem nix wir müssen ein bisschen aufpassen was diese ratskeller leute angeht nach vorne hier und nach hinten drohen sie unseren leuten warum weil sie bei uns langsam reiten sein wer wegen so einer scheiße uns anfängt zu drohen und seinen sack auf den tisch schlägt wegen so einer kleinigkeit stellt euch vor was die machen wenn ihnen mal wirklich was nicht passt deswegen freundlich aber bestimmt aber ein bisschen mehr auf abstand würde ich sagen naja das ist das was grob erzählt wurde wir haben gesagt wir werden uns am wochenende noch entscheiden und vorbeikommen wieder wenn wir mit senora sangretta sprechen und ja es versteht sich natürlich von selbst dass es um absolute diskretion geht wir werden niemandem erzählen dass wir sachen von ihm beziehen oder von seinen leuten höchstens wenn wir mal jemanden etwas besser kennen und ihm ein bisschen vertrauen sagen wir aus welcher richtung das kommt aber es werden niemals namen genannt und auch nur wenn wir uns alle untereinander diesbezüglich abgesprochen haben ob wir dieser person vertrauen können die diese information bekommt wenn jemandem sowas raus rutscht kann auch schnell das mal mit dem leben kosten das wollen wir nix ich sag's euch am ende wie es ist ihr und die anderen das ist das wichtigste was wir machen was wir eingehen werden das ist risiko behaftet und zwar sehr mal sehen wie lange es gut geht aber auf was wir am allermeisten achten sollten das sind wir da geht nix drüber da geht nix drüber gibt es denn jemanden der sagt gegen kokainer spricht etwas ich habe nichts dagegen anzuwenden der senora hat sich relativ klar ausgedrückt dass es auch noch mehr sachen gibt die er uns beschaffen kann aber über die wird erst gesprochen wenn eine geschäftsbasis besteht eine vertrauensbasis man muss sich erst mal kennenlernen und wer weiß aktuell scheint es so als würden das in die richtung nur die leute machen vielleicht kommt irgendwann ein mitspieler monopole halten sich nix das kann ich euch sagen je nachdem jemand sonst stellt aber ja aktuell werden wir von denen beziehen müssen und das heißt wir müssen auch die alten streitigkeiten vorerst beiseite legen hast du mir gar nichts um ehrlich zu sein aber musst du mir wohl in den sauren Apfel beißen na gut dann werden wir also zu denen gehen und sagen sehen wir sind dabei kokainer geschäft für die range haben wir dann jetzt die aufgaben noch herauszufinden ob das klappt mit dem cannabis für unsere törtchen mit dem kokainer haben wir ja sowieso dann alles da und dann müssen wir dann auch schauen wie das vielleicht aufhören mit den lieferungen mit solchen lieferungen für andere ranges und so wie meinst du es ist das anpflanzen für andere irgendwann sie irgendwann hast du zu viel arbeit genau wir müssen gucken was wir er übrigen können und wie viel in die richtung weil wir werden einiges machen und ich sag's euch wie es ist klar hat man eine gute beziehung zu den leuten aber mit diesem klein scheiß anpflanzen da macht man kein geld mit wir wenden 20 dollar es auf um am ende irgendwie 50 zu bekommen oder so das ist klein scheiß natürlich wenn hin und wieder mal so ein auftrag kommt dann kann man das mal machen aber das ist nichts was regelmäßig passieren sollte wenn wir das jetzt noch mit annehmen denn und da hat joe absolut recht wir haben bisher nichts so groß geplant wir haben eigentlich geplant vielleicht ein paar törtchen herzustellen aber das was sich uns gerade eröffnet bringt uns auf eine ganz andere ebene und dann haben wir genug damit zu tun für uns selber Sachen zu pflanzen vor allem müssen wir auch den Kucka Sträuch das müssen wir auch irgendwo anpflanzen und das wird dann mit einer Kutsche funktionieren wo wir dann die ganzen Wassereimer rein stellen denn da werden wir wahrscheinlich keine Möglichkeit haben das allzu nah bei uns zu machen wir müssen auch einen Ort finden wo wir uns treffen wenn es mal anders zu geht wir können nichts von unserer range aus agieren es wird in den nächsten Tagen so ein bisschen von jedem die Aufgabe sein einen Ort zu finden wo man Dinge auch ein bisschen ungesehener machen kann vielleicht müssen wir eine Reihe Bäume pflanzen bevor wir dahinter irgendwas anderes pflanzen wir werden uns da schon ein paar Gedanken machen ja ich habe eine Idee seh jetzt mit diesen Kellern aus wo es verlassene Brauereien drin sind das können wir uns mal angucken zeig mir das mal gerne kennt ihr das schon? naja wo ist das Mode zum Beispiel zum Beispiel beim Strawberry im Wald drin gibt es doch das ist eine Häuschen willst du so weit weg aus dem Westen? äh ich bin so weit weg nein ich würde das schon mal essen machen ich würde das schon mal essen machen ach ihr meint äh solche Hutten die man mal findet gibt es keine im Westen davon? ich glaube so ein vielleicht finden wir eine im Westen wir müssen das doch schon draußen machen oder? äh das pflanzen sieh es geht um die Treffen ah ja Treffen wie das hier ja ok ich weiß ich weiß weil wir können egal wie gut wir uns verstehen auf der Ranch da muss mal der falsche irgendwie vorbeikommen solche pikanten Sachen auch einen anderen Platz stimmt schon genau jeder findet sich jetzt an irgendwas jeder macht sich einfach ein paar Gedanken sieh ich finde es gut wie wir uns hier etablieren das Land redet von uns die guten im guten und die schlechten scheinen zu riechen was bei uns abgeht dann ja mal gucken wann die ersten leider kommen wenn ich dir eins versprechen kann Nino die gibt es jetzt schon ja auf jeden Fall die wird es immer geben die wird es immer geben genau wir kriegen leichte Vorgaben was die Preise angeht es wird sich so um die 2 Dollar hin und her richten wenn wir am Ende 2,50 nehmen oder 3 wird uns keiner den Kopf abreißen denke ich aber es gibt so eine ungefähre Richtlinie wie wir das zu vertreiben haben aber ich denke egal wie wir werden sowieso Geld damit machen wir werden mit jedem Scheiß Geld machen ich sag's euch wie es ist sogar mit frei und mir können wir Geld machen wenn man irgendein Cabron irgendwas braucht musikalisch dann gehen wir da hin dann spielen wir da ein bisschen hi hi ha ha dann haben wir schon wieder ein paar Dollar wir werden auf jeden Fall keinen Hunger leiden und das ist das wichtigste wir haben lange genug gelitten ich bin schon lange nicht mehr aber es gab die Zeit wir werden uns mit dem Anpflanzen auch darauf konzentrieren das für das Essen zu machen die Gerichte und nicht für irgendwelche anderen was zu machen ja mit dem Kokain wenn wir dann noch genug zu tun haben ja ist nicht auch so mit den Rindern haben wir eine gute Einnahmequelle das läuft und ja wenn wir mit dem Essen noch Leute begeistern können wird da ja auch noch was reinkommen man kann ja mal eine Bestellung anpflanzen für jemanden der für uns wichtig ist ja ein Geben und Nehmen so genau also wenn da jemand ist der von Relevanz ist wie so eine Bonita vielleicht aber die wird wahrscheinlich ihre Sachen woanders beziehen die hat ja die Emmerheit direkt um die Ecke aber ihr wisst was ich meine falls es mal dazu kommt die Dame hat übrigens inflationär häufig beteuert wie sehr sie den Westen liebt aber was irgendwann wird auch im Westen wieder irgendwas weiteres sitzen es werden mehr Leute kommen und wir müssen diese Stellung die wir gerade haben müssen wir absolut ausnutzen Schaut mal wir haben gestern Gerichte eingestellt und heute schon 20$ in der Käse gehabt Joe's Laden läuft auch an oder? Läuft an brauchst du etwas von uns ist okay sollen wir irgendwann nochmal zusammen losziehen nein 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 alles gut ich kann bestellen ich bestelle das Material Minenarbeit ist vorbei sehr gut wir müssen jetzt noch herausfinden für die Ranch wir müssen denjenigen kennenlernen der Alkohol herstellt egal in was für Preise wir haben wenn wir bei dem bestellen weil wir wir brauchen einfach für diesen legalen Kram das kriegen wir nichts hergestellt wir können nur illegal ihr wisst es doch wir brauchen genau für das illegale brauchen wir eine Destil die wir ja durchaus bauen können wir haben ja zwei Leute die sich sehr gut mit Metall auskennen Baupläne dafür bekommen wir denke ich hätten wir nochmal mit ihm sprechen müssen aber ich denke das geben die uns und dann müssen wir schauen wo wir das hinstellen das ist auch wieder so ein Ding aber für das legale Zeug müssen wir halt jemanden finden der uns das verkauft seid ihr denn soweit auch mit den Rezepten die ich vorgeschlagen habe einverstanden? damit wir das mal eintwenden können? ja ich hab da keine Anwendung und wenn doch dann sagt es mir was sagen die anderen? da gehört ein Tütchen Kokain nicht zu den Rezepten oder? das ist ein Zusatz das ist was anderes hm? bin ich einverstanden genau also das ist ganz was anderes das mhm genau ich muss nochmal schauen was wir für faire Stimulans brauchen aber ich denke das wird sich dann auf die jeweiligen Sachen beziehen Perfekto na gut dann haben wir soweit alles in die Richtung dann müssten wir mit dem Senior sprechen und der wird uns die Mittel dafür zur Verfügung geben und genau genau alles andere machen wir wenn wir drüben sind ansonsten würde ich sagen schauen wir uns mal die Insel an wir können sagen jetzt schauen wir uns ein bisschen um hier oder? ja auf jeden Fall hat sich gut an es ist aber dabei na gut perfekt gefällt mir na dann viva la Mexico viva la Mexico viva la Westen und la Kokaina ja ja ei merda Mannessin juckt schon das finden wir heraus ich weiß nur was ich wunderschönes du hast was wunderschönes kann auch wunder ja super gefährlich sein was ist mit Mode Digas mía Da kommt er, ja. Warte mal, ich habe ein bisschen was gesehen. Ein bisschen. Auf der Bühne, warte. Wie cool ist das denn? Nice. Die habe ich ja auch schon gesehen. Gut, dass du sie mitgenommen hast. Schön, oder? Können wir gleich irgendwo Lagerfeuer machen, oder so? Süß, süß. Vielleicht finden wir auch einige frei. Hm, ich weiß nicht. Sagt was. Die gehen wir da lang. Mal gucken. Echt? Du wirst mich in der Hand halten? Oha, nice. Ach so. Ach da, als Item hops. Ah, du bist ein Schatz selber. Da müssen wir aber... Boah, ich denke mal beim Schreiner bestimmt dann. Na Gott, dann spiele ich erstmal noch aus. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Isla del Diablo. Ah. Plata o plomo. Ich finde keine Karte davon. Klingt nicht besonders einladend. Das heißt, so viel wie... Silber oder Blei. Das heißt, entweder wir entrichten was, oder wir bekommen Blei. Okay. See. Ich lasse es gerne darauf ankommen. In Dechos. Vielleicht kommt ja gleich einer vorbei und möchte Steuern eintreiben. Mhm. Ich gebe ihm Steuern. Lass uns darauf ankommen, oder? Hm. Vielleicht sag ich. Wer sagt jetzt dir? Plata o plomo. E se. Insel des Teufels. Probieren wir es mal. Ei merda. Was denn? Wo bist du? Also oben. Scheiße. Was denn? Saut euch mal die Aussicht an. Achso. Ich krieg... Ich krieg Nervenzusammenbruch. Das Wasser ist richtig so... Durchgieß. Ei. Irgendwas quietscht dir. Hast du das gehört, Toni? Sieh, sieh. Sprich die ganze Zeit. Pass mal. Guck mal da unten. Ein Kroner Leguan. Sättet das. Oh, nicht sießen. Erst mal Screenshot machen, wenn man schon mal hier ist. Oh, oh. Wer ist denn da so nett? Adios, amigo. Ruf gelaufen, ne? Würde ich mal sagen. Klappt nicht. Ich bin komplett verliebt. Oh, da ist im Wasser. Bin komplett verliebt. Magst du aber gehen? Links, rechts. Erst mal rechts. Oh, das... Wie ihr mochtet. Ich hab keine Ahnung wo. Nimm mich hier nicht aus. Ja, guck mal. Noch so ein Leguan. Guck mal. Der ist ganz klein. Sieh. Komm mit. Wir haben ein gutes Zuhause. Sieh. Wir nehmen dich mit im Westen. Sieh. Der wollte mich angreifen. No, bitte nicht. Komm mit. Wir nehmen dich mit im Westen. Und wir nennen ihn. Und wir nennen ihn. Äh. Wie nennen wir ihn? R. 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 Komm, R. R. Was? 네. Warte mal. R. R. Ich bin gut so, sag ich in Legornen. Hallo Roberto! Wer ist das denn? Guck mal, Roberto hat ein Freund. Si, si. Ich hab ein bisschen Angst. Äh. Äh. Ey, das war zu den anderen. Schau mal, wie der mich gerade angeguckt. Die. Scheiße. Roberto! Eieiei. Ich bin ein bisschen verliebt. Si, den nehmen wir mit. Frei wird ihn lieben, er ist Grun. Si, si. Ich glaube, ich werde zum kleinen Mädchen, aber ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Schaut mal! Schaut mal! Wir haben Roberto gefunden! Schaut mal! Roberto! Das ist Roberto! Das ist Roberto! Stammte Scheiße. Da war eben noch so einer, der hat mich auch ganz lieb angeguckt. Das war Roberto, seine Frau, die will mitkommen. Ich mag sein, guck mal was er vom langen Schwanz hat. Der ist aber noch ganz klein. Ja, ja. Wie der ist noch klein. Die, das hast du mal die anderen gesehen. Äh, scheiße. Ich fand den... Ich fand den... Ich fand den noch größer. Der hat ein Sackgesicht! Was hat denn der davon Sack am Kinn? Roberto, der grüne Sackgesicht! Roberto! Kann Roberto auch was? Was sagst du? Kann Roberto auch was? Oder wird den noch auf der Schulter? Der ist jetzt so klein. Kann ich ihn... auch runtergeben? Guck mal, Frey, der ist Grun! Der ist Grun! Wir können ihn abrichten, dann kann er für uns Joints drehen, irgendwann. Guck mal, was der für kleine Hände er hat. Er macht das... Ah, weiß ich noch nicht, den Fingern scheiß Wechsel. Ach, für eine Scheiße! Ah! Wechsel. Nicht schlecht. So, die Tito mögen mich nicht. Dann wir auf Guarma. Guck mal hin. Sie, wohin? Sag. Wir brauchen auf jeden Fall bald was zu essen. Ich hab noch was. Ich wär dafür, dass wir da... Ja, wir haben... Ich wär dafür, dass wir da hingehen, wo der Rauch aufsteigt. Äh, schön, geh mal rein. Ja, 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 ja. Ähm... Und dann geb ich dir was zu essen, ne? Oder willst du jetzt was? Mhm, mhm. Nö, schau ich doch. Ja, da bist du wieder auf die Schulter, ne? Oder fragt ihr dir, egal wohin. Ist ja schon soweit. Ich hoffe doch, dass er mitkommt. Wo wollten wir ihn? Komm mit, Roberto. Wir gehen zum Wasser. Sieh. Bring ruhig. Nicht zu tief. Ja, du kannst flimmen. Und dann... Wolle. Kann man das trinken hier? Ja, ne? Ich hab halt nicht genug zu trinken. Guck mal, wie der trinkt. Trinkt ihr das? Ist das Wasser gut? Was sagst du, Roberto? Du hast... Ich hab richtigen Wund. Ist die Frage, ob man das Wasser hier trinken sollte, hm? Das kommt aus dem Fluss. Warum nicht? Das ist doch ja auch immer nicht hier. San Tennis, ja. Ist doch keine Pisse, ja. Gott schön hier. Aber falls sowas brauchen sie? Na, ich hab... Ich hab alles. Ich hab trinken. Ich hab trinken und essen. Ach so. Ich hab auch noch mal einmal nicht. Aber hier würde ich runter austrinken. Das ist ja so. Komm mal zur Quelle. Ja, lass auf jeden Fall mal dahinten. Habt ihr schon probiert? Ja. Ich nicht. Ja, ja. Kannst trinken. Kannst trinken. Ist gut. Ich kenn mich. Ich komm nachher durchfallen und dann scheiß ich die ganze Fahrt über. Nee, das ist... Der Leinballer. Das war sauberhaft, das habe ich nie getrunken. Also es hat übrigens... Das war ein Pferdetransport da. Wir könnten beim nächsten Mal die Pferde mitnehmen. Glaube ich jedenfalls. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall da, wo der dunkle Rauch ist. Da scheint irgendwas, äh... Interessant zu sein, glaub ich. Dann gehen wir da mal hin. Und... Später müssen wir uns diese Burg da angucken, oder? Ui! Diese. Äh... Ui! Scheiße. Roberto! Roberto! Ui! Carlito! Carlito und Roberto, unsere Tiere dann. Und Tarwe, der ist auch sehr haarig. Ja, da müssen wir so einen Wildschwein da fangen, oder? Das ist dann Zebra. Ich glaube, ich will so einen Papageien haben. Mhm. Später. Der da die ganze Zeit sagt. Penderer. Penderer! Penderer. 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 Wie es geht? Das ist mein Papagai, Bro, ich weiß. Da die ganze Zeit, in der Hussack. Cabron! Cabronito! Da die ganze Zeit. Mierda! Ja, genau so. Ja, genau so. Ja, genau so. Okay, okay. Das schon. Mit der Nacht schlaft, wurde erwischt man, dass du da warst. Hola. Johanna. Hola. Oh, Mode. Was denn? Hihaha! Ja. 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 Ja, genau so. Ja. Wir da! Du dreckige Stuxreise, bleib stehen. Ah! Ja, ja, ja! Ja, ja. Ey, Mierda, reicht jetzt auch! Oh mein Gott, ich kuck mal in die Hose, schnell runter von dem Ding. oh nix ich glaube es bleibt lieber dahin wo du hingehen willst aber ohne mädchen hat mich fast umgebracht man und schlaf gut meine süße mal bis morgen einladend hier roberto mag ich auch dem wird es bei uns im westen auch gefallen ich glaube dann machen wir dem so ein wassereimer und dann kann er darin immer baden ich habe nur frage warum sind da menschenkäfige gute frage weil ich bin mir relativ sicher dass das kein tier käfig ist mir lieber untergehen von diesem grundstück wenn du wasser hier oder was ist da drin das auch die vielen verloben raus bis zu wo bei mir da das im brennenhof ist eine schlange glaube ich und uns hier die hat mich verfolgt verdammte scheiße was mir los lagoas dulces kommt mal hier habt ihr gesehen die schlange hat es auf mich abgesehen dann zu erkennen was das ist die säure die nase nicht zu fest ich glaube das ist was zum schnaps brennen das ist was zum schnaps brennen mhm Siehe, Roberto. Ich sehe auch nichts. Es ist dunkel. Ich sehe das. Oh, ja. Der, der ist ja. ich bin eingeklemmt ich bin eingeklemmt warte ich helfe dir mal I'm stuck Tony was passiert hier ähm was ich euch sagen kann ist man kann hier man kann hier Sprit herstehen Leute man kann hier wirklich was herstehen er liebt keiner oder was siehst du hier weißt du das war gerade eine Moodle so will ich dass du schon verdammt scheiße hast du dir in die Hose geschießen das tut er immer noch dass sie nicht gleich erst verschärfen Tony hey Rosi was ist das zu essen jetzt los hinter also aufgeregt gerade was ist das denn also jemand macht man dann billigeren Schnaps ne kannst du Rohrzucker verarbeiten mhm ja hier macht man schönen Alkohol achso achso ich bin so aufgeregt komm mal äh 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 was sieht dunkel aus no jetzt ist hell ah verdammte scheiße komm wir gehen runter sey da ist ein Loch im Boden lass uns reingehen sey ey wie tief ist das oh mein Gott ich seh gar nix scheiße hat jemand eine Laterne dabei zufällig natürlich immer sie warum nix ich seh nix ich bin doch blind im dunkeln ei auuutsch scheiße wo bin ich auf dem Boden jetzt mach sie am Boden ich halte mich an der Wand fest was machen wir hier scheiße wir gehen durch eine Hohle wir werden nie wieder rauskommen wir werden nie wieder rauskommen Achtung Achtung nicht weitergehen was ist da hier geht's tief runter glaub ich's ja ne ich kann gehen hin zu dürfen no da liegt nix runter ei wo ach da aah weißt du das nix nix ich na schuss zurück oh mein Gott ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix wieso da geht's links weiter sicher aber da geht's runter ich krieg nen Erfenszusammenbruch willst du weitergehen ja also shall we weitergehen ich hab ich hab keine Lust sieh Joe sag dann wie es drüben ist ah ja okay wir kommen jetzt wir haben keine Laterne wir haben keine Laterne ich brauche mal Laterne sieh 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 halt mich fest ich sehe nix sieh komm doch ich lege meine Hand auf deine Schulter auf die rechte bitte sieh sieh ich bin gar nicht da was machen wir jetzt nicht weiter rechts geht es weiter oder doch rechts nichts liegt nicht nur das klasse ist nicht achten wir geht es runter 13 verdammte schweiße wie schön ist das denn die blumen umschluss so wie nur sage ich nino geht ganz am rand und läuft langsam ja wow wow Es ist mutig und weckt sich hin. Also wenn ich tue, will ich das nicht machen. Das sind nur Steine. Das sind nur Steine. Jaja, klatschst du ganz schön auf der Star. Lieber nix. Halt doch die Gitarre noch auf den Rücken. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Die Roberta, guck. Das ist das Paradeus. Jetzt wissen wir wenigstens, wo man das Rad zurück aufarbeiten kann. Ich bin aufgeregt. 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 Was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott. Na gut. Wie macht man diesen Blick? Mit Überschiff. Also damit er festgestellt hast du. Raven Hunt Dank. Was war das denn? Ja. Was ist das? Richtig. 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 Oh ja. Richtig. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das ist irgendwie eklig. Aber lustig. Das ist okay, buddy. Schön. Prosti, mude. Ich glaube auch, dass es mude ist. Ich bin ein bisschen mude. Das ist irgendwie ein bisschen mude. Ich bin ein bisschen mude. Ich bin ein bisschen mude. Darüber bestimmt. Ich bin ein bisschen mude. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich bin ein bisschen mude. Ich bin ein bisschen mude. Und? Riecht gut. Sollte man ein paar mitnehmen und ein neues Parfum daraus machen. Nein. Ey, natürlich. Ich bin ein bisschen mude. Ich bin ein bisschen mude. Ah. ich habe ein paar blumen ist mitgenommen haben wir blumen ist mitgenommen da mache ich mir parfum daraus die richtung gott ich mal hallo der wäsche ist guten morgen so schön guama expedition habe ich so lange schon nicht mehr gemacht ich habe auch bock irgendwann meinen in den schnee zu gehen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße, jetzt sind alle weg. Musik 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 Wo seid ihr? Ja, wir sind hier. Das habe ich jetzt gesehen. Aber ich muss, äh, sein. Mhm. Where do you go? I don't know. Oh, der hat er... D. Bist du fertig? D. 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 Aber wenn der Hund steht, ist Er hat die Tür zu einer? Gute Frage Das weiß ich leider nix Was ist der? Alles was er bekommt Was ist der? Wauw Wauw Hier aus mir. Was ist denn? Nix, alles gut. Wow. Nix, schieß. Nein, natürlich nicht. Wow, da ist ein Roter noch. Oh, ich mach den Roten. Wow. So, den möchte ich haben. Gib mir den Roten. Ich möchte sogar den Brünen. Oh. Das war ein gutes Geschenk. Was sagst du? Das war ein gutes Geschenk. Was denn? Ach so, das hier. Das da. Der ist sie. Überleg da einmal kaputt. Passt du auch einen auf der Schulter. Der lag schon hier. Ich hab nichts gemacht. Der ist hier. Ich bringe ihn zum Tierarzt. Äh, was ist los? Oh ja, ich lasse mich wieder umgehauen. Ich hab gar nichts. Das ist Dreck am Rücken. Ich klopfe dir das ab. Oh ja. Bisschen Fleisch mitnehmen. Das Fleisch von Guarma. Das schmeckt bestimmt gut. Porke. Am Mittag. Okay. Eim ist also Topel. Das ist kein gutes Fleisch, die fressen hier nur Scheiße. Ja? Mhm. Naja. Schade, ich dachte, das Fleisch hier, das hätte Wasser. Boah, so eine Scheiße, das Fleisch riecht nicht gut. No, no, die fressen hier nur Kacke, hm? Ja. Die brauchen gute Pfleger aus dem Westen, sonst wird das nichts. Ja. Weißt du das? Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich Kubaner. Nee, das kann auch sein. Hola. Buenas Dias, Senoritas. Hola. Schön machen Sie das. Oh, Senora, ich mag es, wie Sie Ihre Haare tragen. Haben Sie... Haben Sie einen Tipp für mich? Mal, dass Sie grabben. Mh, denken Sie mir, würde das auch stehen? So ein bisschen mehr wie Sie, Schee. Die, das sind deine Brüder. Deine Armanos. Schee, ich wünsche Ihnen auch noch einen wunderschönen Tag. Adios und... Gracias. Ich probiere es mal aus. Adios. Geht auch noch mehr. Wir haben gerade einen Frisuren-Tipp geholt bei der Dame. Hola, Senor. Hola. Ah, Sie tun so, als hätten Sie nur ein Bein. Sie blödes Arschloch. Denken Sie, ich gebe Ihnen jetzt einen Dollaris, oder was? Auf keinen Fall. Hier, schauen Sie mal. Sie ist doch... Sie ist doch nur da. Wir müssen in die andere Richtung, oder? Der hat gerade gesagt, er hat nur ein Bein. Ob ich ihm einen Dollaris geben kann? Arschloch. Ich bin jetzt noch zur großen Burg. Achso, stimmt. Burg. Wo bist du denn? In der Movie. Das ist ein ganz besonderes Fleck Erde, ja. Ich bin doch von hier aus agieren, aber es ist ein bisschen blöd mit Sandini. Achso, das ist es, hm. Und hier ist nichts, hm. Da muss man immer wieder rüberfahren. Ja, hier hast du auf jeden Fall deine Gespräche, so... Ich hab keiner zuhört. Das ist richtig, hm. Das wäre natürlich... Na ja, wenn es einen Fährmann geben würde, der von Blackwater rausfährt, das wäre gut, hm. Das wäre was, ja. Naja, bringt die Zeit. Ja, vielleicht finden wir eine gute Kneipe im Westen. Ich hab eine Idee. Oh oh. Wir bestellen einen, der von Amadillo oder Thambleweed, irgendwo da am Wasser, auch, äh... die ein Ziff, äh, loszieht. Geht her. Schö oder Blackwater oder so, hm. Ja, ja. Das geht auch noch. Hallo, it's me, Andrea. Schön, dass du da bist. Das geht auch noch. Amen. Und, wie machst du es hier? Das ist wunderschön. Wenn wir mal einen Tag mehr Zeit haben, dann muss man die andere Seite der Kust angucken. Auf jeden Fall. Wie im Paradies hier. Mhm. Wow. Magisch. Mhm. Castillo del Diablo. Plata Oplo. Mhm. Sie stehen hier zu Hause. Von wem? Da sollten wir vielleicht doch nicht hingehen. Zwei. Oh. Also, außer wir wollen Ärger. Wollen wir Ärger? Nein. Nicht zu viel Munition dabei. Wir lassen es lieber. Kommen wir irgendwann wieder? Möchte eine Burg sehen? Ja. Lass mal hier die ganze Umgebung erstmal abchecken. Lass mal jetzt erst mal sicher werden hier mit der Umgebung. Und man weiß, wo man überhaupt lang kann und so. Da vorne ist der Hafen in diese Richtung. So. Mhm. Du kannst dich am Strand entlang laufen. Du bist hier vorne am Hafen. Und da gehst rechts hoch die Insel. Dann gibt's die irgendwo dieses Ditenlager. Und links dieses Haus, wo ja... ... mit der Schnappbrennerei. ... mit der Schnappbrennerei. ... mit der Schnappbrennerei. ... mit der Schnappbrennerei. Oder was machen wir? Sue, vielleicht... Und wenn wir wiederkommen, dann gucken wir an der Seite von Gustav. Es gibt noch ein Häuschen, das ich irgendwann mal noch besuchen muss. Ein Häuschen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Die ist echt am anderen Ende der Insel. Na, see. Meinst du das Einzelne? Mhm. Mhm. Da würd ich sagen, da gehen wir mal hin, wenn wir mit den Pferden kommen. Mhm. Oder? Mhm. Das würd ich auch gerne sehen. Und die Strände da. Können wir auch ein bisschen campieren da. Mhm. Da brauchen wir zuerst noch ein paar Zelte und so. Schön. Wenn wir das haben, dann... Wow. ? 海ige noch mal wieder? So, dass ich jetzt das gut träume. Als sie einst, der vom Kornata-Pertil oder der Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Kornata-Natee. Wirkliche. Musik 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 zum abschluss müssen wir uns noch irgendwo hinsetzen und es wird in ein paar länder gespielt so ein ding ist das die so ein ding warum nicht freimatt musiker die drei und du was das ist doch diese dieses ding dort am hafen und ist doch perfekt ein 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 Ay, hola Caravi. Ach ja, liebe Community, habt ihr auch noch Bock auf ein bisschen Musik? Musik 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 Was ist der bloß? Hast du irgendwas gefressen aus dem Dschungel, oder? Da ist er. Hey, das ist eigentlich vermassungsvolles Gerät. Der hat nix mitbekommen davon. Na, zum Glück. Mhm. Oh, schau mal. Aber nix, mal gehen wir dahinter hin. Okay. See, see. Machen wir. Ich fuhre mich jetzt schon. Wunderschön. Leiste. Oh. See. Wolle. Rosi, scheiße. Was? Was denn? Einfach weitergehen. Einfach weitergehen, okay. See, Rosi, willst du hier ein bisschen rumgehen und Vielleicht dich mal kurz hinsetzen. dann. Ja, der MPC hat Joe beleidigt, das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Wo sind wir denn hier? Tutte jedenfalls sehr gut. Ja, keiner. Anna? Anna. Ist er da? Die, die. Die, äh... Frey, du willst doch bestimmt Musik machen. Die, Frey, du willst das. Was? Ich will was? Die. Wo sieht es aus, als würde sie gerne Musik machen wollen? Ihr beide, zum Grunde einen Abschluss. Sieh, da macht sogar unser Amigo hier auf. Hola. Ja, hola. Hola, hola. Hola. Wie? Was hat denn denn so Schönes? Du wirst nur denselben Zeiss. Ach so. Ich bin ein Füllfederhalter. Oh. Kauft nichts ein, sonst habt ihr kein Geld mehr für die... C. Für das Ticket. Ach, der hatte jetzt irgendwas Besonderes, ne? Es ist einfach einiges günstiger, aber sonst... Glaub ich zumindest. Also, Frey, also winnen wir beide. Ich bin ein Füllfeder, also winnen wir beide. Und da reitet euch so lange gerne noch, ne? Nö. Ach. Na. Hey, gut sendes Wetter hier. Nein. Die übel mich. Was, leck mich? Was? Was? Nicht gutes Wetter hier. Doch. Ach so. ich will es durcheinander nicht ich dir nein wo wie wir waren hier jetzt ja und du auch mit den anderen schreie schöne meint schöne meint eine schöne meint und 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 Musik 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 Wunderschön! Wunderschön! Auf Osterson! Wunderschön! 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 Auf Osterson! Auf Osterson! Fünfer nur Ehrlich. Soll ich noch eins machen bevor du Du eins machst? oder machst du noch ja ich kann auch 1 2 1 2 dinge kann ich leider noch ja sehr gut ich würde gerne und dann muss man ja noch ein okay Ich frage mich immer wieder, nein, 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 hier zu sein. Einfach mal die Augen geschließe, das Paradies genieße, wie die Wellen wieder einschlagen, diese Insel will ich heiraten, aber, aber, hey, ich glaube, ich brauche mehr vom Opio, denn es bringt nicht mal Joe den Opio um, hey, man, ich seh mir frei. Hello, okay. Seit lang, denn ihr wisst, was ich nur brauche, ist doch nur ein bisschen Beistand, denn ich kämpfe immer nur, nur fürs Lied. Und manchmal habe ich irgendwie dann noch Angst, nein, 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 dann ziehe ich mein Gewehr und ich gehe mir durch den jeden Weg dann einfach an Land, solange wir es gemeinsam können. Genau so ist es, Zusammenhalt ist wichtig, aber so viele sehen es nicht und das ist flüchtig und ich denke mir einfach nur eins. Zusammen, nur zusammen, nur zusammen können wir scheinen, deswegen zeig ich euch jetzt hier und direkt, wie wir sind, sind wir gefeiert. Zusammenhalt ist wichtig, auch wenn es manchen gab, nicht so schnell, aber wir haben halt das beste Rezept, Zusammenhalt, egal ob alt oder jung, aber eigentlich sind wir alt. Manche sind auch jung, äh, nee, shit, ich weiß nicht, was ich so sag, jo, Paradies hin und her, ich roch an so ne Blume und seitdem bin ich ne'n bisschen, bin eben so wie der Joe. batteries, deswegen will man aber gern genau wie das Joe. Ey,ョ Bruder, ich weiß, du hast gar'n keinen Bock auf das K Wiki, aber ob'Sache nen bisschen, Bude, hör'r'mô, wenn man wir es schon mal findet. Sonst werden wir unseren eigenen Mondschein trinken. Mal schau mal schau, ab heck, man so sieht es aus. Ja man, ich weiß, dass jeder Mensch nen Traum halt war Und wir haben allen zusammen Oh yes Das ist großartig Oh sorry, der Part, wo du sagst, wir sind alle alt Jetzt furcht mich wirklich Aber ich sehe schon Wundersohn Wundersohn Ich mache nochmal ein Tezukuba, passt Ich mache nochmal ein Tezukuba Ich mache nochmal ein Tezukuba Das ist großartig Und ich sehe schon Ich mache nochmal ein Tezukuba 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 vielleicht dann auch mit dem ein oder andere mehr der lust hat mitzukommen wo bist du denn schöner ausflug ich bin auch nicht so der schiff ich mag nicht gerne mit dem schiff unterwegs sein was ist der runde kotzen ist überhaupt noch jemand da schätzt hallo es gibt noch gar nicht nur Das war's für heute. 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 Vielen Dank, oder? Das war's für heute. 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 Okay. 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 Das war's für heute. 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 Oh, ihr bin mein Kind. Du kämpfst doch nichts mit Wölfen. Wie alt bist du? Ich bin zehn. Boah. Nee. Als ich zehn war, hab ich mir die Hose geschissen. Also fast erwachsen. Mit zehn alleine dann nach Hause, vom besten aus. Mit zehn bist du fast erwachsen. Es geht schon. Äh, schön. Mit zwölf kannst du heiraten. Ist nicht mein Kind! Ja komm, wir gehen schon mal los, wir können ja unterwegs immer noch. Also nehmen wir sie mit jetzt erstmal, oder was? Warte! Du sie mit, ja. Warum eh? Nino! Du hast doch ein Händchen für die Kinder, oder? Also haben wir das Recht nicht, ne für die Zugveränder, verdammte Scheiße. Mir geht das nicht, bei mir ist es zu gefährlich, weißt du, wegen Schießpulver und solchen Sachen, das geht nicht. Ah genau! Und ich bin scharf und schwitze und deswegen, komm einfach mal mit, irgendjemand würde ich schon... Scheiße. Das ist der Hof, weißt du, für Kinder, weißt du, schön, sie kann die Kühe streicheln, sie anschauen und... Sie hat kleine Hände, vielleicht kann sie melden. Du kommst weiter. Gott, die kommen besser in die Ecken. Ja. Scheiße. Das ist ein blödes Zugfahrer. Scheiße, Panorama-Route, bring mich da hin. Panorama-Route. Die... 4-Dollar ist. Panorama-Route. Nein, normalerweise sind 4-Dollar ist ja auch kein Problem, aber heute... C, ist es wirklich okay? Er hätte uns trotzdem mitnehmen können. Er hätte sagen können, gebt mir was ihr habt oder so. Ja. Scheiße, Mann, das ist... Ja, gib mir alles, was du hast. Nicht in Ordnung von dir, pinche Gabron! Jetzt, äh, hast du nicht was mitgab vom Chili-Konka? Lieber gar nichts verdienen als ein bisschen. Naja. Hält sich für was besseres. Ja, komm, ein kleines, äh, genau. Ich hätte ihm ein Kalentholz geben können. Äh. 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 C. Alles ist in Ordnung. Okay. Aber laufen geht so. Ja, geht schon. 4-Dollar ist. Der hätte wirklich... Der hätte es einfach... Nö, der fährt lieber alleine. Blöd, Mann. Ey. Ey. Piss mich. Nicht du. Also... Achso. Also. Scheiße. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Alles gut. Äh, Kind. Ähm. Raya, genau. Ja. Ich kann es dir nichts versprechen, aber ich versuch's. Er ist die Blüm. Nein. Ey, Mannas. Gut, sie macht das echt gut mit Kindern, ne? Ich verstehe es. Ja, ich... Muss ich vor die Mama, ey. Wow, frei. Macht's vor die Mama, ja. Macht das richtig gut. Ja, was denn? Du wärst echt ein guter Papa. Ich... Ich... Ne. Ich will jetzt auch Hähnchen halten, was ich hier... Nimm mal ihre Hand. Ja, ne. Ich bin nicht... Frei. Ich... 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 Darf ich... Darf ich... Darf ich fragen, warum nicht? Ich hab Angst vor Kindern. Warum? Äh... Ich weiß es nix. Die brauchen keine Angst vor mir, Homme. Die haben so kleine Hände, das gruselig wie Waschbären. Genau. Die sind ganz böse. Vielleicht machen wir auch Sachen da, wo Kinder nix zu suchen haben. Genau. Wir haben letztens einen Leruan entführt. Wo laufen wir überhaupt hin? Wieso laufen wir überhaupt? Keine Ahnung. Wohin überhaupt? Ich bin nicht... Ich bin nicht böse. Das meine ich ernst. Sie können meinen Papa fragen, Sheriff Bix? Ja. Wie heißt der? Sheriff Bix. Ich dachte, du hast keinen Papa. Bix ist dein... Bix ist dein Vater. Ist denn jetzt wieder Bix? Richtig dein Vater. Scheiße. Ich nenne ihn meinen Papa. Äh... Und das ist ein Sheriff dein Papa. Ja. Aha. Bix. Und wissen Sie was? Ich bin auch wirklich nicht böse, weil ich hab mit dem Governor gesprochen und ich mach bald mit Onkel Antonio und Tante Valeria ein Waisenhaus auf. Mit Antonio. Onkel Antonio. Ja, von dem Tante Planter sind. Mhm. Mhm. Er möchte mir helfen, ja? Ein Waisenhaus. Wow! Schaut mal da hinten! Da ist auch so ne Bühne mit Musiksachen. Warum haben wir sowas nix im Westen? Ja. Ja. Ich werde mich zum Schreiner reden. Ja. Ja. Dann müssen wir mal zum Schreiner gehen. Ja. Ja. Da ist die größte Bühne, die es gibt hier in ganz Kanzlei. Es wird erst... Ey frei. das ist und onkel frei und onkel nino möchte dich mit auf seinem mustang nehmen mein mustang sind pferde aus dem westen genau bei mir natürlich ich habe auch ein pferd es heißt linda was ist das für ein pferd warte mal bis du onkel harvey kennenlernst und onkel weiter ich glaube ich kann mir das nichts doch ich glaube harvey wird komplett ausrasten wenn du ihn onkel nennst deswegen möchte ich dass du das machst zusammen ich brauche keine hilfe hat der meistens heißt es bei ihm er möchte sehr gerne hilfe bei seiner arbeit also falls man lust hat zu helfen er liebt das kann man einer das kleine mädchen kann die meiner hochheben ich kann nicht man muss auch ein kind suchen frei ich bin wirklich nicht nur wir glauben auch nichts dass du böse bist ich meine papa ist ein sheriff dann musst du ja quasi lieb sein wir mögen die sheriffs ganz genau da vorne ist onkel frei und ich möchte mit onkel frei auch ein kind haben ok wenn du mal eins findest dann sag dann müssen dann müssen sie irgendwann zum waisenhaus tun zum waisenhaus da suchen wir uns dann eins aus sie ich weiß gar nichts auf einmal ist frei irgendwie er nimmt zu viel abstand zu mir auf einmal dachte er mag mich frei ist ein guter musiker er hat eine stimme wie ein engel also wenn der singt da krieg ich richtig harte nippel scheiße das erzählt man kinder nichts oder vergisst das wenn ich ihn höre fang ich immer manchmal an zu weinen dann schmilzt ihr herz das gehört mit dem der hat gesessen und sonst tut er immer so als wäre er nett zu mir weißt du ich glaube ich kann gar nichts mehr werfen ob ich hatte meine freundin die war irgendwie auch über 30 und die war auch trächtig naja und diese hoher nieder die hat auch letztens gekalbt naja ich habe die hey Leute wenn wir schon mal hier sind das was man die mitnehmen ja 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 wo bekommen wir das und ein bisschen leben mitnehmen Autsch. Okay. Wo ist denn? Wo ist denn? Wir haben doch gar kein Geld. Was denn? Kleine Musikerin. Guck mal frei. Ich versuch. Ich bin nicht immer. Was machen wir jetzt hier? Gucken wir in die Küche. Ich möchte hier schnell schauen, was die Kisten so kosten. Wisse, was hat der gesagt? Irgendwas mit The Boom. Eine ist vorrätig, 270 Dollar. Und um die Kiste zu verdrößern, brauchen sie Nägel, weiches Holz, hartes Holz und Leder. Oh, du weißt Bescheid, hm? Ja, ich hab sie mir schon an der Kiste gekauft. Du, wo ist denn das Geld her? Was braucht man, um die Größe zu machen? Nägel, dann brauchen sie, ich glaube, 10 weiches Holz, 20 weiches Holz, 10... 20 Jahre. Sie brauchen auf jeden Fall weiches Holz, hartes Holz, Leder und Nägel. Ja. Okay, okay. Einmal? Einmal oder mehrmals? Was? Ähm, sie können, sie können die Kiste mehrfach ausbauen und größer machen, aber das müssen sie dann schauen. Und wenn sie Glück haben, steht da auch mal ein Zettel mit, also liegt ein Zettel mit drin, was sie brauchen, um die Kiste größer zu bauen. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Oh, ist ja ganz schön beschert. Ah, frei. Ich bin richtig glücklich. Okay. Okay. Ja. Schön. Ja, lass uns weiter. Achso, lass mal. Was hat denn da hier so? Brauche ich irgendwas an Werkzeuges noch? Ah, ich hab hier kein Geld dafür. Merda. Ficken Sie sich und ficken Sie Ihre Preise, Sie blödes Arschloch. Und ficken Sie auch Ihr Sortiment. See? Was, Kleine? Und was heißt Fickle? Genau. Das bedeutet... So, was ähnliches wie... Miteinander tanzen. Tanzen. Man tanzt einfach miteinander. Genau, tanzen. Mach Spaß. Warte, ich zieh dich hoch. So. Eiii. Du hast die Schulter ausgeguckt. Äh, den Haar. Wussten, nein. Hab ich gar nichts. Genau, Ficken ist sowas wie tanzen. Okay. Viel Spaß haben. Mhm. Also du kannst auch jemandem sagen, tanzen sie sich. Dann kann ich das auch dann machen, wenn ich dann tanzen möchte. Äh, nur wenn du tanzt, sagst du nichts. Lass uns zusammen ficken. Dann sagst du... Sowas wie... Lass uns zusammen tanzen. Sowas sagen nur Erwachsene. Okay. Okay. Ficken. Genau. Okay. Okay. Scheiße, ich hab irgendwie ein Déjà-vu schon wieder jemandem irgendeine Scheiße zu erklären. Ich musste mal irgendeinem Typen... Naja. Oh mein. Du musst dich mal erklären, warum sein Ding anfängt zu weinen. Das war auch richtig unangenehm. Ähm. Du meinst den Sneelewutsch? Genau, die einäugige Schlange, wenn die weint. Das musste ich auch jemandem erklären. Also sowas wie Schlange und Höhle? Äh. Scheiße, wer bringt dir so ne Kacke vorbei? Ähm. Ich komm aus Schottland. Da ist sowas normal. Ach so, in Schottland. Wie? Na gut. Scheiße, Mann. Was machen wir hier? Ähm. Genau. In den Westen. Weil es da so schön ist. Du machst das gut. Du machst das gut. Das klingt richtig gut, Assur. Ja. Mhm. Rosie. Tante Rosie. Oh! Los, Janto! Oh, mein Gott. Kacke. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Scheiße. Okay. Warte, ich helfe dir hoch. Oh, komm. Oh, komm. Oh. Was denn hast du? Ja, ist scheiße, ich kriege keine Luft mehr. Ich wollte nur mal gucken, ob die Pferde gut trainiert sind. Nicht. Und? Sind sie gut denn jetzt? Si, natürlich. Ja. Scheiße. Oh mai, oh mai. Genau. Oh mai, oh mai. A song to say goodbye, genau. Komm, okay, frei. Oh mai. Mein Pferd ist sauer auf mich, es guckt mich nichts mehr an. Äh, guckt mich nicht. Es guckt nichts mehr nach vorne, es guckt zur Seite, ja? Es hat keinen Bock mehr. Ja, ist... Oh mai, oh mai, oh mai. Oh, ja. Bevor ich dich jetzt aber mit zu uns im Westen nehme, ich bin nix mehr so lange wach, si? Perfekto. Kannst du ein bisschen Lehm mitnehmen, oder no? Äh, Lehm. Wofür brauchen wir Lehm? Äh, ja. Das Hauslager. Hm. Oder hier? Ja. Jeeha. Jeeha. Ihr Spitzhackt und ich halte fest. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Komm runter, Kleines. Äh. Äh. Heute. Ui. Danke schön. Ich kann mich kaum halten. Ähm. Genau, Pferd. Ruhe dich aus und lecker ein bisschen am Stein. Nein. Ähm. Ähm. Na Gott. Ah. Da könnt ihr eure Tante-Kinder-Gespräche führen, so. Und sich das klingt, so. Mhm. 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 Genau. Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Na komm schon her, alles gut. Ich tu dir nix. Versprochen. Wie viel Geld hast du? Ein bisschen Holz. Holz brauchen wir auch noch, ne? Fünf Dollar, zwei sind zu fänden. Warte, wir werfen eine Münze, eine Münze, um ein Dollar. Was hältst du davon? Okay. Warte, Kopf oder Zahl? Hm, Kopf. Scheiße, du hast gewonnen. Du bringst Unglück. Scheiße. Nein, bring ich gar nicht. Für mich schon, aber für dich selber nix. Nein, hier, pass auf. Jetzt werfen wir um zwei Dollar. Bist du drin? Okay. Warte. Glücksspiel, sowas kann man mit Kindern gut machen, oder? Warte, also Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Bedauere. Warte. Wir haben Kopf. Kein Problem. Wettschulden sind Ehrenschulden. Das wissen wir doch alle. Mhm. Krassias. Scheiße, jetzt fühle ich mich als der richten Kind abgezogen. Nein, entweder man gewinnt oder man verliert. So ist das Leben da draußen. Warte. Ich könnte dir sonst Schlangengift oder sowas geben. Was kannst du deiner Mama schenken? Wenn ich mich selbst umbauen soll, dann ja. Nein, scheiße. Eine Zigarette? Nee. Ähm. Genau. So, was machen wir jetzt? Ähm. Ich's im Kopf. Ach so. Äh, wieder um ein Dollar, ja? Mhm. Okay, dann nimm's Kopf. Ehi. Ehi, das drin, Dollar ist wieder. Scheiße, ich glaub, die Münze hat nur Kopf. Ähm. Genau. Müsst du was? Scheiße, vorne. Komm mir. Das ist auch ein Kopf. Scheiße. Ähm. No. Ja, bitte so. No, bitte nix. Behalt. Gracias. Behalt. Das war jetzt nix. Ähm. Scheiße. Scheiße, Stein, Papier. Machen wir jetzt. Oh, krass. Lecker. Glaube. Was, was ist das? Äh. Das ist so. Tut mir leid, der wohl hier hat. Tommy, ich kenn so was. Ich kenn vieles halt noch nicht. Also. Das ist so. Ähm. Du machst deine Hand flach. Das ist Papier. Äh. So eine, eine Zeichen mit zwei Fingern, das ist Schere. Und es gibt Faust, das ist Stein. Und Stein schlägt die Schere kaputt. Schere schneidet den Papier. Und Papier fängt den Stein auf. Genau. Also. Okay. Das geht dann so. Also zum Beispiel sag ich, äh. Genau. Wir machen, wir sagen, Schere ist dein Papier. Und dann. Machen wir so ein, zwei, drei. Und dann zeigst du das, was du mit zeigen willst. Was zum Teufel machst du da. Da. Guck mal, Faust. Warum, warum gehst du dauernd in die Honke? Ach so, weil du so klein bist. Du bist schon nicht so müh. Ich mach's ja noch. Na gut. Ähm. Wenn du so weitergehst, bekommst du gleich eine Umarmung. Was? Hm. Ich hab das nix verstanden. Was hast du gesagt? Wenn du so weitergehst, bekommst du gleich deine erste Umarmung. Hm. Nina, was ist denn los? Nein. Guck mal. Hey, aber wenigstens seid ihr nicht so und sagt, ihr hasst Kinder oder würdet uns erschießen oder uns sonst was antun. Äh, wer sagt denn sowas? Also ich mein sie, ich würde sie schon erschießen wollen, aber... Die lassen uns das auch immer wieder hören und das total sehen. Was denkst du, wirst du, dass ich hier ein Loch buddl? Die können doch keine Kinder erschießen, das macht man doch nix. Ja, ich hab gehört, dass viele Menschen die sich ihrer eigenen Dreh überschaufeln. Schau mal, also wenn ich ein Kind, würde ich nicht erschießen, ich würde einfach das hier nehmen. Nein, war ein Scherz. Ich tu Kinder nix. Hey, Joey, ich hefte mal mein Buddl. Frei hingegen. Der hat ja offenbar eben erwähnt, dass Kinder... Genau, dass er da an die Kakteen muss. Weißt du, Joey, schnell viele Hände, schnelles Ende und so. Ihr könnt mir da auch was geben, hm? Ich kann auch einiges tragen, hm? Ich bin wirklich sicher, dass ich hier überhaupt mitkomme. So langsam bin ich mir nicht mehr so sicher. Doch, alles gut. Wir würden dir nix tun. Da höre ich doch den Zug, dieser blöde... Ich bin schicker Brann. Soll sich in seinen Zug ficken. Ich will echt... Ich will echt... Ich will echt keinen Ärger machen, okay? Machst du nix. Alles gut. Kleine Zocki, alles gut. Ich freue. Ja. Ich bin immer noch Raya. Nimmt. Der war ein bisschen schief. Danke. Hast du gerade gefaucht? Nein. Hab ich nicht. Guck mal. Soll ich dich schon mal aufs Pferd zu Onkel Nino heben? Nein. Nein. Na gut. Ein paar Onkel Jo? Was war das denn? Hast du mich gerade angegriffen? Na, boop. Äh, wie, bo? Schö, ich hab welche. Genau. Zwei. Nein. Boop. Boah, das war umwerfend. Mhm. Ich weiß. Glaub ich. Weißt du oder glaubst du? Ein bisschen von beidem? Hm. Ich kann dir erklären, warum ich ein weißes Haus aufmachen möchte. Erzähl mal. Warte. Siehst du das in meinem Gesicht? Was wurde mir angetan? Und wem? Die Erwachsenen haben gesagt, man muss Kinder schlagen, weil man die Kinder lernen soll. Wir durften nicht zum Arzt gehen, wenn was mit uns waren, wir durften nicht lernen, wir durften nicht spielen, wir müssten viel arbeiten, selbst im Winter. Naja, aber jemandem mal einen Klaps auf den Hintern geben. Und das, was du da hast, das ist schon was anderes. Wurde ausgepeischt. An meinem ganzen Körper befinden sich nahe, aber ich möchte mich nicht ausschütteln. Und dadurch habe ich auch mein Augenlicht verloren auf dem einen Auge, ja. Aber hier, hier fühle ich mich halt wohler. Weil die Leute, ähm, zu mir wurde gesagt, ich eroberst mein Herzen. Ich weiß nicht warum oder was ich mache. Aber die anderen sagen, weil ich sehr lieb bin. Und weil ich keinem was antun und so. Obwohl man mir ganz viel Böses angetan hat. Ich bin nicht irgendwie froh, dass ich so bin, wie ich jetzt bin. Und meine Eltern haben mich, als ich ein Bibi war, haben mich ins Waisenhaus gegeben. Und ich habe weiße Haare und weiß ich nicht warum. Weiß ich nicht. Und, ja. Ich weiß nur, dass mein Name Raja Horn ist. Und dass ich jetzt zehn bin. Und ich bin halt da wettelaufen. Bin dann zum Haufen. Laufen hat mich auf ein, auf ein richtig großes Schiff des Lächers. Und dann bin ich hierher gefahren. Also bin ich ganz lange gefahren. Und dann mit der große Schuhschuh. Ja. Und dann bin ich in dieser Slapstadt an der Tür mit der große Schuhschuh. Ja. Mein Schuhschuh stand auch vorhin in San Elie. Ah, sie. Ja. Der Typ wollte viel zu viel Geld von uns haben. Vier Dollar, ich weiß. Ich wollte eigentlich mitfahren, aber dann habe ich sie wieder in die Truffel. Ja. Ich wollte eigentlich zu Fauna, aber Fauna schläft schon an Erden Sack. Was ist das denn? Die Fauna ist auch ein liebes, sehr liebes Mädchen. Um sie zu verstehen, muss man wissen, was ihr passiert ist. Aber das wird sie euch, wenn ihr sie irgendwann selber tendern wollt, selber erzählen. Aber Fauna ist wirklich wunderbar. Oh ja. Und ich bin wirklich lieb. Umso öfter du das sagst, desto weniger glaube ich dir das. Ich habe nur in Zotland immer Essen geklaut, weil wir haben nur einmal am Tag was zu essen bekommen und das war irgendwie so Haferbrei oder sowas. Besser als Pferdeäpfel. Ja, das stimmt. Ja. Und hier habe ich halt Sachen gegessen, die ich noch nie gegessen habe. Und die sind echt lecker. So wie die Bären, die ich dir gesenkt habe. Ja. Die sind wirklich lecker. Oh ja. Und die kann man überall sammeln. Und woher ich das Geld habe. Überall. Und ich mache viele Lieferungen. Und das Geld, was ich dann davon betomme, das bleibt für das Waisenhaus. Ja. Ich habe was Trostes vor. Und ich schaue das. Auch wenn ich so klein bin. Ich schaue das. Und wenn man nicht aufgibt und immer wieder aufsteht, dann wird man irgendwann groß und mutig und stark. Oh ja. Also man darf nie aufgeben und man muss sein Ziel immer vor Augen haben. Na gut, bei mir ist es nur ein Auge, aber ich ist okay. Ja. Wo sind denn die anderen übrigens? Die haben uns hier vertratzt. Entschuldigung. Oh mei, oh mei. Die kommen gleich. Okay, aber ich habe nichts falsch gemacht, oder? Ähm, noch. Ich denke nichts. Wie lange lebst du schon hier? Ähm, weiß ich gar nichts. Wie lange sind wir hier, Joe? Eine ganze Weile. Weiß ich auch nicht. Zwei, drei Wochen. Eine Woche, keine Ahnung. Mhm. Okay. Naja. Aber wir müssen gleich mal zurück, hm? Ich glaube... Ich muss mal was wissen. Von mir aus können wir schon langsam. Und trinken und so. Jupp. Oh je. Komm hoch. Eins, zwei... So, zack. Achso. Ja. Wo hast du die Bären gefunden? Hm, warte. Kann ich die Leis sagen? Was ist das? Hm. Komm her. Warte, warte. Halt mal an. Mhm. So. Und dann kommst du mal mit. Äh. Ein Kind will mich entführen. Natürlich. Komm mal her. So. Und mit etwas Glück bin ich so Bär. So was gibt es nix. So was gibt es bei uns nix. Aber bedenke, du darfst nur, also, du kannst die Bären nur mit Glück finden bei diesen Büschen, die nichts anderes dran haben. Also die nur so aussehen wie die hier. Mhm. Also wie der hier vorne. Oder da oben. Ja, der ist deine. Was nix alles gibt hier im Osten. Ui, 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 ui. Und, und die Bären, die kann sie sogar für Tarsen auf dem Markt. Mhm. Ja. Das mach ich momentan, um mir selber ein bisschen Tassen dazu zu holen. Bären pflucken. Ja. Manchmal hat man aber auch kein Glück. Oh. Da musst du mal genau suchen. Schau mal. Ganz genau suchen. Oh, da warst du ja. Ich dachte, das wäre der Busch. Komm. Eins. Oh. Ja, genau. Komm. Alles okay? Mhm. Perfekter. Ui, ui. Und ich hab dir einen Fruchtsaft gegeben. Äh, gracias. Den kann ich gut gebrauchen. Weil du sagst, du hast Durst. Ey. Dann müsst ihr mal etwas hier runterkommen. Lecker. Dafür haben wir kaum Zeit. Wir haben viel zu arbeiten. Was denn da machst du da oben? Ey. Hatt ich gut fest. Ja. Nun ja, ich bin, ein ehemaliger Tierärzt, denn ich hab früher auf einer Ranch mich um die Tiere gekommert, wenn die krank waren, oder? Andere sind zu mir gekommen und haben ihre Tiere vorbeigebracht. Okay. Genau. Und wir haben eine Ranch gefunden. In der Nähe von Mexico. Und eines Tages ist das abgebrannt. Genau. Und als die Ranch abgebrannt ist, sind wir hierher gekommen. Wir wollten hier unser Glück versuchen. Und jetzt haben wir die Ranch im Westen. Das ist so okay. Das ist schön. Genau. Also, ihr habt auch nicht aufgegeben. No. Nie much. Okay. Wir geben nichts auf. Wir machen immer weiter. Naja, und jetzt müssen wir viel kochen und unser Zeug herstellen und Rezepte kreieren. Und das muss ich auch weitermachen. machen. Nicht für mich. Für die anderen Kinder. Das ist meine Aufgabe. Ja. Die alte Carla und Amadio die hat auch paar Kinder. Amadio? Ja, Amadio. Weißt du, was Amadio bedeutet? Das bedeutet Gurtetier. Das ist ein Gurtetier. Die Stadt. Oder wie? Nur der Name von der Stadt, der heißt so. Oh, unser alter Doc. Sie, ist der das? Scheiße. Hätten wir ein bisschen Zeit, würde ich vorbeischauen, aber wird gern zu ruck langsam. Ja, nächstes Mal. Die werden wir bestimmt nochmal sein. Ich hoffe, der besucht uns nochmal. Also, der Stadtname bedeutet Gurtetier. Was? Soll ich wirklich mit? Äh, kannst du gerne. Nur wie gesagt, ich bleib nix mehr ganz so lange wach. Mhm. Du kannst dir das gerne angucken. dann weißt du, wie du da hinkommst, falls du nochmal kommen möchtest. Auf Besuch. Okay. Genau, und am besten bringst du deine ganze Familie mit und die bringen ganz viel Dolaris mit und kaufen bei uns ein. Ich kann probieren. Genau. Und Joe kann dir eine Pistole verkaufen. er ist nämlich Buchsenmacher. Oh. Er gibt Sinn. Muss hier jemand scheißen? Nee, wir wollen hier nochmal kurz ein bisschen Holz mit dem fürs Lager. Ah, ach so. Am besten ist das ein bisschen schwierig. Die Bären sollen sie. Nur wenn du möchtest. Sammel ruhig. Ich bleib jetzt oben, ich bin alt. Ich bin froh, wenn ich auf dem Pferd sitze. Du und alt. Mhm. Das glaub ich nicht. Du hörst dich sehr jung an. See. Du auch. Ich bin ja auch Herr C. Genau. Noch. Und ich bin drei mal C. Also, also drei null. Mhm. Ich weiß nicht, wie man die Schale ausspricht. dreißig. Und in elf Tagen werde ich einunddreißig. Wow. Dann hast du Geburtstag. Mhm. Wenn ich bist, dann noch lebe ich. Äh, genau. Komm schon. Was hab ich gesagt? Jemals aufgeben. Du hast es auch gesagt. Ja. See. Und was für einen Ton im Kommentar fällt. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Blum, blum. Blum, Blum, blum. Blum, Blum, blum. Blum, 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 blum. Blum, Blum, Musik Musik Oh mein Gott, ey, Chat, ist überhaupt noch jemand da, ihr Schweinchen? Wer hat die Arme sicher die beste Zeit rausgesucht, um mitzukommen? Musik 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 Ich habe viele Bären gesammelt. Was hast du gesagt, Luciano? Ich habe viele Bären gesammelt. Ja, sehr schön. Komm, steck auf. Ja, dann kannst du die ja verkaufen. Ist da jemand Mude? Danke schön. Oder soll ich lieber hier leiden? Warum? Dann will sie nämlich schnell reiben. Was sagst du? Kann ich lieber hier leiden? Nun, alles gut. Wie gefährlich ist es denn wegen den Tieren im Westen? Im Westen ist es nichts gefährlich. Sehr gefährlich. Doch, alles ist gefährlich, ja. Der Weg da rein, aber ab dem Westen selber ist alles in Ordnung. Ja, genau. Dann musst du mal reinkommen in den Westen. Wenn man da ist, dann ist man, ja. Wie ein paar Paradies. Aber der Weg dahin ist die Hölle. Vor allem nachts. Wenn du wirklich mitkommst. Wenn du mitkommst, musst du halt über Nacht bleiben und darfst erst bei Tag wieder zurück. Ja. Nur nachts kommen Wölfe und alles. Okay. Aber wenn du nichts möchtest, wenn du wieder zurück bist, dann kannst du das sagen. Wir kommen noch sicherlich am Blackwater vorbei, oder? Wir können dich auch am Blackwater rauslassen. Kein Problem. Okay. Aber dann würde ich zusammen mit Onkel Avery und mit Mama tun. Und Tante Bonita. Sind die da? Dann könnt ihr schlafen schon. Na? Habt ihr gehört? Wir müssen am Blackwater kurz vorbei. Ja, aber dann würde ich mit Mama und so mal zu euch kommen, weil ich müsste dann jetzt alleine wieder zurück da. Das wäre, glaube ich, gefährlich. Ja, zumindest... Aber es ist auf jeden Fall schön. Zumindest nachts ist es gefährlich. Tagsüber ist es okay. Tagsüber kann man da vorbeireiten. Tagsüber geht es auf jeden Fall. Mhm. Aber nachts ist echt die Hölle. Echt, Joe? Also wenn wir beide unterwegs sind, eigentlich so. Gibt es irgendwas in Blackwater, wo man dich rauslassen kann? Einfach da vorne. Bei dem Haus. Nuno, ich bring dich schon noch um. Aber... Irgendein bestimmter Ort oder so? Nein. Immer so zäh. Ich mach dir mal ein paar Kupsenfragen. Sag ja, Nico, das wär mit. Na gut. Aber nur wenn du ein Ort noch mal standen. Ja, sonst... Natürlich, weil ich müsste doch dann... Oha, Vorsicht. Müsst du doch dann sonst auch wieder allein zurück? Oh nein. Ich bin gut, nicht so. Autsch. Ja? Ja, alles gut. Ja. Da war jemand aber sehr schnell unterwegs. Oh, sie. Sie waren ja auch sehr schnell unterwegs. Ey, was haben Sie denn jetzt für ein Problem? No, gar keins. Sie reiten mit einer Kutsche. Sie sollten ein bisschen vorsichtiger sein, hä? Ja, aber wie kann eine Kutsche das Pferd denn ausreichern? Pferden sind ja viel mobiler. Sie, Sie können aber auch einfach ein bisschen langsamer aus der Stadt rausfahren, hä? Ich bin gerade erst angefahren. Mit der Kutsche. Ja, sie, aber... Karacho, hä? Es tut mir ja leid. Na gut. Ich bin nur eine gute Weite Reise. Ebenso. Ich bin froh sein, dass die Kleine gerade dabei ist. Jetzt hätte ich dem gerade auf die Schnauze gehauen. Also bringe ich ja noch Pech, oder? No. Das... No, no. Alles gut. Ha, okay. Du bringst kein Pech. Das freut mich zu hören. Der Typ hat der Pech beim Denken. Okay. Mir reicht das schon. Okay, Wally. Dann... Pass auf dich auf, hä? Mach ich. Und vielen Dank, dass ich euch terminen durfte, ja? De nada. Und du? Vielleicht können wir schon morgen Abend zum Beispiel besuchen, ja? Schö, schaut mal. Und dann denkst du mir was vor, oder? Natürlich. Okay. Auf Wiedersehen. Dann... Hat er irgendwas Dummes zu dir gesagt gerade, Nino? Nee, was Dummes nicht, nö. Er ist sich die ganze Zeit rumgekümmern, wie es mir geht. Ach so. Ich meinte ja so ein bisschen... Vielleicht vorsichtiger fahren mit seiner Gutsche. Dann... Naja. Run. Ja, ich konnte halt nicht mehr ausweichen. See. Und ihr so? Ganz entspannt, ja? Mhm. Hunter Rosie. Bin schockiert. Was denn? Hunter Rosie. Was denn? Onkel Frei? Und Onkel Joe? Irgendwann Papa frei. Pass auf. Onkel Joe geht auf jeden Fall kein... ...sicher sein. Dieses Tanten-Ding kann ihr ruhig lassen. Alles klar, Tante Rosie. Hey! Onkel Joe! Ich hab sie nicht aufs Pferd genommen. Bis mein Onkel ist... Bis mein Onkel ist... Bis mein Onkel ist... Scheiße, Mann. Was ein Kind. Scheiße. Ja. Ich seh sowieso schon nix. Scheiße, Mann. Frustrierend. Ich hab sie nicht aufs Pferd. Toll. Sauer. Wenigstens einen mitnehmen. Ja, hier ist doch eben ein Fuchs gefallen. Wo ist denn der? Ach, der ist mir schon weggepackt, ne? Ja, ich bin es bewegt. Ja, ich bin es bewegt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha, aha, aha Ist das hier ein Sturmfilm? Müde Alle müde? Ja Ja, leider gesagt, ich bin echt ein bisschen spät Ich bin gerade so entspannt am Jagen hier, bin ich mal konzentriert Ich dachte nur so, spricht keiner? Ich habe mal Angst, dass gleich irgendwas in diesem Puma oder sowas kommt, da habe ich keine Lust zu Ich bin doch schon da Ja, stimmt, du beschätzt mich ja Eigentlich müsste es andersrum sein, aber von Pumas bin ich irgendwie Achso, ich meinte... Geh... Achso, ich bin... Achso, ich bin mir... Achso, ich bin mir... みたい werde ndein träumen... Ich bin mir, mit mir... hope schon... Ja, ja, ja... Ich bin mir, während du siehst literary felщее haste "... ... Ich bin doch ein hier. 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 Ein hier. Ich bin doch 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 ein hier. Ich bin doch. Das ist halt immer so. Eigentlich kannst du als Kind fast gar nix. Oder du weißt halt kaum was. Natürlich ja. Ich wollte dich ja auffangen, aber ich habe gehört, du musst Zigaretten holen. Nein, nein, alles gut. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das gut bespielen, aber ich habe einfach bisher noch niemanden getroffen, deswegen bin ich immer sehr, sehr kritisch. Ich habe den Gateboy vergessen. Doch, ich kannte, ein Kind hat damals gut gespielt, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das Kind hieß. Ich habe den Gateboy vergessen. Ei, frei. Ja. Ein Tanz im Mondschein. Achso, nein, die Person können ich nicht. Und die Uhrzeit guckt doch keiner. Alles gut. Ich meine, ich über tale... Ich glaube, die Person kann ich nicht, aber mir wurde davon erzählen. es hat uns auch schlässiger sein die menschen uns ernst nehmen manchmal ich finde das eigentlich ganz gut das eigentlich ganz gut wenn die leute einen unterschätzen an sie doch die kugel haben sie am ende trotzdem alles gut was bekommst du das auf die veranda alles gut danke für den tanz frei war sehr schön perfekt das ist aber jetzt keine mitgenommen also die person habe ich keine arme wurde positiv ich hatte irgendwer hat in irgendeinem kind das war damals noch einmal die kühle rausbringen das wenigstens einmal noch gemacht ich würde das lager noch mal fertig machen ich habe noch ein leben ja gut das können wir aufs lager packen ich wette morgen kommt toni und er wird sich beschweren und sollte nie schlafen ich habe rückenschmerzen alles scheiße alles stinkt da ist richtig warm dort gewesen aber so feucht warm und das sind ihre alles gut schlafen sie weiter max eng luchen wird das sowieso meister alleine zurück reiten muss nur was hauptsache schien hauptsache die damen und telekom beschrieben hat die grundsätzlich ich bin mal gespannt das los kind besser kennenzulernen und eventuell auch das alchemistin kind überlege wenn ich mit rdr anfangen was ich mache habe zwei ideen beide sind interessant magst du uns erzählen chaos kate oder willst du es für dich behalten fauna ist legende ok auch ein sehr junges kind oder wirst du merken na gut ja kojuten sind auch gut zu jagen sie haben die gutes fleisch ja ein bisschen fleisch der metzger der gibt ja auch fast drei dollar für fälle und fleisch der fälle und den kandaver das ist schon okay was ich war eben wieder richtig begeistert als du wieder gesungen hast ja das freut mich zu hören kann ich nur zurückgeben sagt das nächste mal ich fühle mich immer so schlecht wenn du was gemacht hast ja wie ich ja genauso du bist fantastisch du bist fantastisch nein du bist fantastisch gut aber ihr seid eigentlich menschlich schlecht und dann wisst ihr wir haben einmal so diesen positiven moment im leben nachdem ich eben ein kind fast erwürgt habe und das irgendwie ein bisschen komisch war und dann dachte ich komm ich sag mal was nettes und er dachte komm ich sag mal was nettes und wir haben sogar getanzt und dann kommt joe und sagt so das hier sind gut aber ihr seid scheiße du musst dafür jetzt leiden musst du nichts weil ich nicht treffe arschloch okay du bist schuld du bist schuld daran dass ich jetzt sauer bin okay ich habe sowieso keine lust jetzt nochmal zurück zu gehen verdammte scheiße ich bin wütend ich weiß gar nichts und dann denke ich mir so scheiße was habe ich da wieder eben gemacht und jetzt habe ich wieder irgendwas falsches gesagt und naja sowieso bin ich viel zu unbeholfen mierda ich glaube ich sollte ich sollte einfach nichts mehr sagen rosi ab heute sagst du einfach nichts mehr also nichts in die richtung du hörst einfach deine schnauze so wie du es am besten okay ich kann meine schnauze nichts halten zumindest zu bestimmten Themen und du sagst auch nie wieder in Anwesenheit von Kindern dass andere sich ficken sollen das war nichts in Ordnung oder scheiße die wird das ihren Eltern erzählen und dann kaufen die bei mir nichts zu essen ich bin sauer hey Jungs das war eben scheiße oder dass ich dem Kind also dass das mitbekommen hat mit diesem fickdichtigen und scheiße jetzt kommen die Eltern nix bei uns essen ach wie schade dann müssen wir halt mehr Kokaina verkaufen alles wegen mir alles nur wegen dir alles nur wegen mir ach wie schade oh 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 momento okay ist es erledigt ich komm gleich nach ich nooo das ist nix dein Ernst willst du mich verarschen hola hey kallmate beruhig dich weil Onkel Joe geschossen hat musste ich jetzt leider dachte ich mir okay beruhig dich okay wir werden keine oh merda okay wir machen es auf die altbewährte ohne lasso lo siento ich hab's nicht so gemeint wir machen es ohne lasso kein beru wir machen es ohne lasso aber nur weil du es bist hey baby ich hab's nicht so gemeint ich weißt du ich hab einen harten Tag weißt du die Liebe meines Lebens hat mir die Beine gebrochen als ich versucht habe einen Apfel zu essen und deswegen sind meine Beine jetzt auch nix gebrochen wow alles gut beruhig dich beruhig dich du Süßmaus du bist ganz fantastisch so ein hübsches Tier genau so spielst du ganz ganz fein warte ich mein's doch nix ich möchte doch einfach nur mit dir ne Runde reiten weil du so schön bist mag deine Stimmresonanz danke ich muss ja noch mal zu euch im Westen da war was ja danke ach ein bisschen Zeit nehmen dann klappt das schon ja so einen wollte ich die ganze Zeit schon haben also meiner ist zwar von den Stats besser aber der ist hübscher also nicht hübscher das kommt immer auf den Zweck an also für so inoffiziellere Dinge finde ich den glaube ich ein bisschen cooler mal gucken ging zumindest haben ich habe zwar kein Geld auf dem Charakter aber immer wieder einfach irgendwelche Pferdebrandmarken passt ja ne ich habe keine Ahnung von Rassen also ich weiß ziemlich viel über Pferde-RPG deswegen ist es actually auch ein bisschen schade dass wir das nicht mit also wir hatten ursprünglich hatten wir die Hoffnung hey verpiss dich das ist mein Pferd deswegen hatten wir ursprünglich auch den Plan eigentlich so ein Ranch und Pferde-Ding in einem zu machen aber der mit dem wir das machen wollten der war nicht so begeistert von der Idee dass wir das zusammen machen aber es hätte auch nicht gepasst weil der nett ist und wir nicht aber ja nee beruhig dich alle wir versuchen es nochmal wir haben uns ein bisschen auf dem falschen Fuß kennenlernen sie du siehst aus wie Milch mit Mandeln drin deswegen hast du Mandelmilch oder so genau wie die Milch die wir verkaufen nur mit den Mandeln die noch nichts verarbeitet sind in der Milch und einer Kuh genau so siehst du aus ich hasse dich okay okay scheiße ich hasse dich immer noch und du wolltest mich treten was soll die scheiße okay jetzt haben wir ein Problem miteinander ich nehme mir Zeit für dich auf der Welt und nix Arschloch man den Milchpferd ja da was habe ich mir denn noch eingebrockst sieh 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 lauf du mal mit deinem süßen Pferdearsch sieh natürlich stell dich auf irgendwelche Hugis damit es noch mehr weh tut wenn ich runterfalle mhm dachte ich mir sieh klaro na klar mhm sieh so sicher aus sieh ich hab Lust darauf ich möchte das ich möchte dich kennenlernen sieh mande mich mande mich auf den Hugis wir kommen der Sache schon etwas näher oder sag mir dass wir der Sache näher kommen einfach nicht halidiert ich bin zu langsam gerade nachts ich mach das aber auch immer nur nachts weil ich tagsüber dafür gar keine Zeit hab erst wenn das RP schon so langsam so sich dem Ende neigt hab ich immer Zeit dafür und dann verbringe ich so viel Zeit damit irgendwelche Pferde da aus der Fassung und in die Fassung zu bringen hola lecce oh ich kann dich mande jetzt nennen hola mande hey mande jetzt nix in die Kakteen no no warum immer in die Kakteen aui aui ouch hier da warum warum tust du mir das an mande jetzt warum hast du mich so sehr warum hast du mich so sehr mande jetzt jetzt fick dich mande fick dich na 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 Ich hasse dich. Ich hasse dich. Aber du bist so schön. Oh. Wow. Wir haben es endlich, oder? Sí. Muchas gracias. Sehr nett von dir. Hey! Warum rastest du? Warum rastest du so aus? Hör auf. Nein. Autsch. Autsch. Verdammte Scheiße. Hör auf durch die... No! Ich werde... No! Was machst du? Hey, beruhig dich. Kall mal. Oh, 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 oh. Warte. Sollte nicht so mit dir schreien, hm? Hm, kall mal. Kall mal, kall mal. Kall mal. Alles in Ordnung. Wir werden Freunde, Mann, jetzt. Äh, weil ich... Ich... Glaube... Ich brauche Geld. Heißt, ich muss auch Amadeo und danach muss ich nach Dumblewick. Gibt es in Amadeo inzwischen einen Stall? No, nix. Natürlich nix. Wäre auch zu schön gewesen. Hm, oder ich frage... Oh. Ne, erstmal zeige ich dich. Erstmal zeige ich dich, Herr. Hallo, Senores. Ich bin nicht nur eine Spring-Gerl. Sehr schön. Ey! Frey! Schau mal. Ja, schön. Ich bin zu müde. Äh, war das auch ein... Oh, schön. Schönes Fell. Schön, oder? Schönes Fell. Guck mal so. Das sieht irgendwie krank aus. Warum krank? Er hat hinten so Flecken, so komisch. Ja, er sieht aus wie Mandels in Milch, ja? Ich gehe immer in Brandmarkes. Okay, ich gehe dir nicht brennen, Marco. Das Geld reicht nicht. Seit Tagen. Wir sind ruhig nach so einem. Wer aber immer nur die anderen tut. Naja. Ich brauche keine Lust jetzt, um Geld zu bitten, weil ich weiß ganz genau, ich werde vergessen, es zurückzuzahlen. Und ich habe auch einen Gamecrash. Das erleichtert mir auch ein bisschen so die Entscheidung. Genau, dann habe ich ja auch gerade umsonst 50 Stunden da, ähm, Runterfall-RP gemacht. Gerne. Aber wisst ihr was? Äh, als Wiedergutmachung spiele ich euch gleich noch ein Lied. Kriegen da einen Zusammenbruch. ... ... ... Ach, by the way, ähm... Danke übrigens nochmal Followers, die Süßen. Warte, Mandels. Wir treffen uns die Tage. Ich hab leider keine Zeit für dich. Ich dachte, ich hätte Zeit. Okay, eigentlich hab ich kein Geld. Pass auf dich auf, Mandels. Ich dachte, wir werden Freunde. Adios, Mandels. Äh, hallo, Monstie, schau. Natürlich stehst du in den Kakteen. Du dachtest ja auch, dass ich dich ersetzen möchte. No, ich hab kurz drüber nachgedacht, aber... Eigentlich... Also... Hey, no, no, ich hätte dich nix... No, ich hätte dich nix betrogen. Denk doch nix so. Genau. Ich werde auch niemals mir einen Mustang kaufen. Oder... Gar ein... No, Volk Roadster. No. No, du bist die Einzige für mich, Linda. Für immer und ewig. Genau, bist du zur grünen Oasemus, da wo die Kühe immer hingehen. Mhm. Ich schau mal eben in die Kasse. Ey, Julio. Ey, ich guck mal in die Kasse. Ob du gut gearbeitet hast. Oh nein. Hat das schon einer abgeholt? Hast du nix verkauft? Ah, schlaf weiter. Äh. Ich hab ne Frage. Hat Julio was verkauft heute? Ich hab keine Ahnung. Wo sieht man das denn überhaupt? Ach so, dann hat er wohl nix verkauft. Oder es hat schon niemand abgehoben, das Geld. Umstand. Hm. Julio, der Drecksack. Oh, schön. Hast du noch ein bisschen Platz? Frei? Ja, klar. Ja, das ist es. Sehr schön. Wir machen Hut ab. Bis dahin. Na gut. Das haben wir schon fertig gemacht, das mit dem Haus. Hauslager. Also wir brauchen echt noch Nägel. Nägel. Was auszubauen braucht man halt echt ein ganz das gleiche wie vorher auch. Also okay. Wo bekommen wir das? Ein Werkzeugmacher, glaube ich, ja? Nicht, glaube ich. Ich muss euch was gestehen. Ich wollte Mandels eigentlich brandmarken lassen, aber ich hab ihn ziehen lassen. Ich glaub, ist mir doch zu teuer. Und Linda war auch sauer. Also. Sie dachte, ich will sie austauschen. Möchte ich natürlich nix. Hab ich nie drüber nachgedacht. Vielleicht eine Sekunde lang. Niemals werdest du das. Alle, vielleicht bringe ich sie zu Oasie irgendwann. Was? Ja, ja, es ist, äh. Alles ist irgendwie ge... Alles ist voll. Es ist echt... Ich hab schon, was im Lager noch frei ist. Ich glaub gar nichts mehr. Lustig, wie die Füße in der Luft hängen. Ich brauch mehr Platz. Scheiß. Soll ich mal mit den Kühen noch gehen, oder was? Du kannst ruhig gehen mit den Kühen gehen. Ich war auch nicht, ne? Warte. Ach, ich hatte noch... Gewehr-Express. Aber man kann die nicht, ähm... Achso, man kann nur... Das sind mal 50 Schuss, oder so, ne? Wie komm ich denn darauf, dass... Dass das weniger ist? Hm. Unsere Range ist so cool, ne? Ich mag die richtig. Welcher Server? Äh, hallo. Ähm, ganz an Roses. Steht aber auch im Titel. Todesgeil, ja, oder? Ist richtig hübsch geworden. Auch, ähm, mit den Bäumen, die wir hier mal entpflanzen, ne? Die Mandelbäumchen. Oh. Na gut. Ich glaube... Wir machen erst mal alles hier. Hier würden so Pferde halt auch mega gut hinpassen. Also... Wir machen erst mal alles hier, ähm. Und... Hübsch. Und... Und... Hübsch. Und... 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 Ja, hier ist schon wieder irgendeine Schlange. Liebst zuzuschauen, wie Leute ihre eigene Story in dem RP entwickeln, so viel Kreativität und Liebe, wie man da reinstecken kann. Ja, oder? Also freut mich, das zu lesen. Wir haben, ja, wir haben halt auch richtig viel Spaß, ne? Also, es ist schon, es ist schon krass, was wir alles, was wir alles so in den letzten Tagen gemacht haben, uns erspielt haben jetzt schon, ne? Das ist schon nice, so, also, not gonna lie, so. Hätte deutlich schlechter laufen können. Hier noch etwas eigenes, viele entwickeln völlig neue Persönlichkeiten. Ja gut, mein Charakter, so wie er ist, ist eine Mischung aus zwei anderen Charakteren, die ich sonst spiele. Ich mag sie ganz gerne bisher, also... Hallo, Spedition, herzlich willkommen. Das fehlt mir, dieser Jagdniss liegt auch in zwei Euro, ich spiele. Ja. Ey, für mich als Maulwurf ist es Gold wert, ne? Das ist schon echt Gold wert. Manche sagen, im Westen lebt die Frau mit den dicksten Eiern. Echt? Wie kann denn das schon in den Osten gekommen sein? Kann ja nur durch die eigenen Landsleute gekommen sein, oder? Wobei, ähm... Der Italiener bestimmt auch, ne? Ähm... Ähm... Ja... Noch schneller will die Kacke hier aber nicht rumfliegen, oder? Lieg, Kacke, flieg. Wohn, Stein, flieg und sieg. Ja, komm. Geht mir ja um Sack hier. Kacahäufchen. Wer weiß, was er uns hatte nie. Wir haben eventuell eine Schlägerei mit den Italienern angefangen. Ey, guten Nacht, Rosi. Oh, bonas noches Schlafgott, ja? Bis morgen. Oh, gut. Ja, du auch. Also, wir haben eventuell was angefangen da an St. Denis, so ist nicht. Aber erst nachdem die meinten, wir sind schlecht gekleidet, oder so. Was für das die Immersion, dass es nicht drin ist? Tja, ich bin ganz ehrlich, ich finde das Spiel schon sehr immersiv und verstehe deswegen auch die ganzen Kritiken nicht, wenn ein Fadenkreuz irgendwo drin ist. Das ist zum Beispiel der größte Kick, ja? Leute, die sich über Fadenkreuz und sowas beschweren, nichts für ungut, aber wir wissen alle, dass die Leute sich am Ende ein Fadenkreuz anderweitig auch beschaffen können, ne? Und deswegen, also, das ist nun mal ein Spiel so, warum die Funktionen davon nicht benutzen, ne? Also, man muss das ja auch nicht komplett ausnutzen, ne? Dass man dann bei Nacht vielleicht oder generell mal ein bisschen besser gerade sieht, so. Das kann auch bei schlechten oder zu guten Grafikeinstellungen einfach sehr, sehr nice sein, ne? Und einfach die Augen ein bisschen unterstützen. Ich zum Beispiel, ich würde so wenig sehen, ne? Also, ich habe ohe zu richtig schlechte Augen. Ich würde so wenig sehen, für mich ist es halt geil, dass es das gibt. Ähm, ja. Worst case, entweder overlay oder irgendein Punkt auf dem Bild. Ja, also, wie gesagt, ne? Das finde ich immer krass, wenn Leute da so, also, das präventierst du nicht. Ich finde es sogar besser, wenn es drin bleibt. Dann kommt es halt am Ende doch darauf an, ne? Ob jemand schießen kann oder nicht, so. Und, ähm, keine Ahnung. Also, ich finde das immer siehst du an dem Spiel einfach das Spiel selber. So. Ähm, man kann sie am Ende immer noch entscheiden, so, wie man mit Dingen umgeht oder auch nicht. Und, ne? Wie gesagt, ich finde es auch scheiße, dass es eine Jagdinstinkt nicht mehr gibt. Aber man muss... Ja, klar. Also, wenn es ja nicht gibt, dann gibt es ja nicht so, ne? Ist ja auch okay. Also, hier gibt es den Jagdinstinkt, dafür kriegst du aber auch fürs Jagen dann einfach nicht so viel Dollar. Als wenn du woanders dann jagen gehst und das erschwert ist oder so, ne? Da kriegst du vielleicht dann auch einfach ein bisschen mehr Geld. Also, würde ich jetzt mal von ausgehen, so, ne? Umso schwieriger es einem quasi gemacht wird. Diese Minigame, ne? Macht mich auch immer komplett kalt. Was machen wir noch? Ich war noch wach. Aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall, in BTP. Die Geschichte mit den Italienern, die er erzählt. Er hat nur erzählt... Also, er hat ein bisschen was erzählt. Wahrscheinlich nicht alles, so. Ähm, aber ein Großteil hat er schon erzählt. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen gearscht, weil wir müssen jetzt halt mit den Spielen anstatt gegen die. Das passt natürlich nicht ganz in das Konzept, in das wir rein wollten. Ich geh mal die Hunde auslernen, bis später, falls ihr noch da seid. Ja, bis später vielleicht. Ich muss mal gucken. Falls ihr noch die Arbeiten, werde ich noch einmal das Küchen rausbringen. Geschäftsgeschäft, privates Privat. Ich finde, das kannst du nicht trennen. Wenn dein Geschäft ist, kriminell zu sein und eine andere Bande dir ans Bein gepisst hat, kannst du nicht trotzdem einfach gerade mit denen weiterarbeiten. Das geht nicht. Also, das finde ich zum Beispiel super unrealistisch. Wir müssen jetzt quasi halt dieses Zähne knirschend. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen euch jetzt sagen, ja, ist scheiße gelaufen. Leben geht weiter. Oder? Sagt uns bitte, dass das Leben weitergeht. Und ihr uns Drogen gebt. Also, das ist so gerade unsere Situation. Also, ja, Geschäft ist Geschäft und Privat ist Privat. Zählt halt nicht im kriminellen Drogenbusiness so, ne? Wenn sich irgendwelche Banden, Kartelle, was auch immer gegenseitig aufs Maul hauen. Die verkaufen sich nicht gegenseitig dann irgendein Kram, ne? Also, es ist halt, ja. Aber anders geht's halt aktuell gerade im RP nicht. Ähm, deswegen hoffe ich, dass irgendwann ein zweiter Player noch am Start ist. So, dass mir, das Gegending. Wobei ich aber auch ehrlich gesagt davon, also, überzeugt bin, dass man Sachen auch nicht aufwärmen muss. Wenn das jetzt durch ist, das Thema. Also, zu sehen, muss es irgendwann auch mal durch sein. Außer da fällt nochmal was vorne. Fadenkreuz ist nicht jedermanns Sache. Am Ende ist es, wir haben irgendwelche, wir haben Freunde einfach cheaten, indem sie inhaltlich ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm bekommen. Eben. Also, am Ende werden die Leute sich sowieso ein Fadenkreuz beschaffen. So, deswegen finde ich es gut, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben. Das ist einfach so das, was ich dazu denke, ne? Deswegen mag ich das, dass das hier nicht aus ist. Das war so ein bisschen meine Angst. Ähm, ja. Das ist ein Friday. Wenn ich spawnen, wenn das Schwarzmarkt funktioniert, ist ein bisschen anders einfach. Ähm, hier auf dem Server, oh, 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 oh. Das wird noch irgendwie alles. Da werden wir noch hintersteigen. Irgendwann. Irgendwie. Ja, ja. Aber Cierto Día, das wird schon alles so sein. Aber trotzdem, also auch wenn das theoretischer eigentlich unsere Gegenspieler sind und wir natürlich es schade finden, so ein bisschen, dass wir das jetzt nicht so weiterspielen können, fand ich trotzdem das EP heute mit denen, also das Gespräch fand ich gut. Man hat gesehen, also, dass sie da, dass sie da guten Willen haben in unserer Richtung und, ja. Schlaf gut, BTP. Bittes Mann. Ja, 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 ja. Nö, ich denke, ich kann mir das schon vorstellen, so. Oh. Schlaf gut, BTP. Schön, dass du da bist. Aber ja, bisher habe ich wirklich einen guten Eindruck von, äh, ganz und bloß, das hat schon, hab heute auch denen geschrieben, ähm, dass die, äh, also, dass ich sehr gerne in die Streamerliste mit aufgenommen werden würde und das haben die dann auch sofort gemacht. Ich habe ja bisher immer so gesagt, nee, ne, mach ich nur, mach ich nur, wenn, ähm, wenn ich mir sicher bin, dass ich eine Weile hier bleibe, weil ich mag das nicht, wenn du dich dann da irgendwie als Streamer vorstellst für irgendeinen Server und dann bist du halt nach einer Weile direkt wieder weg, so, ne. Geil, dass sie auf euch zukamen. Ja, ja, also schon nice. Und gestern, um diese Uhrzeit, zwei Minuten, nachdem ich offline war, ähm, stand wohl jemand vor Joe und meinte so, ja, ne, wir müssen reden, so. Och, ist ja, nee, ist klar, schon wieder, wenn ich offline bin, irgendwie um sechs Uhr morgens. Irgendwann um fünf Uhr irgendwas war das, weiß ich noch, weil ich gestern um, äh, viertel nach fünf den PC ausmach, ausgemacht hab. Weiß wer? Okay. Ja, es war ein irgendwie, äh, war irgendwie so ein Russe oder so, diese, diese russische Helfer da. Pff, hab dir danach noch geholfen? Okay. Das ist der Russe von den Italienern. Eine gute Bezeichnung. Das ist der Russe von den Italienern. Scheiße, dass wir noch keine RP zusammen hatten. Okay, wenn du auf einem anderen Server bist, dann wird es schwierig. Aber ich muss auch gestehen, ähm, ähm, ich find das auch gut. Ich find es gut, dass ich heute dann doch noch so einen guten Tag hatte. Ich hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich hatte ein bisschen, ein bisschen Angst. Ähm. Weil ich heute einen wirklich schlechten Tag hatte. Und dann dachte ich so, gehst du noch streamen? Bist du am Ende so schlecht gelaunt, dass, dass das irgendwie nicht cool für die Community ist? Oder geht's dir halbwegs gut? Und anfangs war es ein bisschen schwierig. Anfangs, ich bin schwer reingekommen heute in das RP. Und irgendwann ging's dann einfach los. Und es war, es war einfach cool. So, also, es war ab dann einfach cool. Und dann hab ich mich sehr gefreut. Hallo, Müdi. Na? Auch so einer von denen, die dazu beigetragen haben, ne? Dass es dann doch noch schön wurde. Auch wenn ich erst die Befürchtung hatte, dass es, äh, nicht so angenehm wird. Ich mach jetzt noch die Arbeiten fertig und die Kuh wegbringen. So. Musst jetzt aber was kochen und essen. Und was gibt's bei dir, mein Lieber? Lieber Moody? Galeria. Steimpelz, so prünkt nichts Großes. Aha, geil. Steinpilze. Bin ich richtig nice, ne? Ich, ähm, koch so ein richtiges, richtig geiles... Wie nennt man so eine Pilzcreme, ne? So... Jetzt beliebige Pilz-Sorte. Oha! Was haben sie denn hier gemacht? Das sieht ja nice aus mit dem Lila. Ähm... Also entweder Pfifferlinge, Steinpilze, Champignons, bla bla bla, irgendwie so, ne? Und halt richtig schön mit Knoblauch, Zitrone und halt so sahnig, ne? Gut, ich nehm halt Hafersahne oder so, ne? Und das mit Reis zusammen ist einfach... Oh mein Gott, das ist so lecker. Ich liebe es. Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, die Tage das wieder zu kochen. Jetzt die Tage hatte ich, ähm... Für die Jungs und mich... Ähm... Curry gekocht. Also so ein Erdmus-Curry. Das war auch sehr, sehr nice. Ich hab mir jetzt zwei, drei Tage von gegessen, weil es so viel war. Ich hab so richtig... Ich wär so ne richtig gute Familien-Mutti, ne? Ich wär so ne richtig gute Familien-Mutti. Ich koch immer so ein Riesen-Pott einfach. Und dann, ähm, gut, ne? Wir essen dann halt ein paar Tage von so. Aber ich... Ich könnte so ne Familie satt kriegen, ähm. Da gibt's dann ordentlich. Weißt du, ne? Das muss ja nur aus, ne? Ja, wir sind doch irgendwie cool. Ja, wir sind doch eher zu sehen und Leute. Oh, wir sind alles besser. Und dann sind wir? Genau. Da gibt's dann drei Tage von euch oder? Ja, wir sind richtig isch der Arbeit. Ja, wir sind einfach dazu, keine Liebe. Hallo Ratschi, mein Lieber. Dankeschön für den Rage. Herzlich willkommen an dich und deine Community. Was hast du denn so lange noch gemacht? Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Im Westen. Wo es die Mandels gibt. Cyberloops. Ah, okay. Sehr cool. Ich bin mal wieder in der RDR. Macht auf jeden Fall Spaß hier. Wir haben eine Ranch. Macht zweieinhalb Jahre ein Ende. Ja, da kann man auch mal wieder in GTA reinschauen. Zumal es ja auch was ganz anderes ist als das ganz normale GTA-RP. Ja, das ist ja auch sehr. Äh, genau. Ich habe einen Sack. Frimerin. Frimerin. Mit deinem Server? Boah, ja, Ratschi. So als außenstehende Person würde ich mir, glaube ich, ein paar mehr Infos wünschen, wie es weitergeht so. Ich glaube, die Leute fragen auch öfter mal, ne? Also, mehr Updates am liebsten. So als Feedback mal von mir. RDR 2 Online ist zum Kotzen. Warum? Findest du? Ich spiele eigentlich Action ganz gern. Hey. Hola. I'm on the room, por favor. Hey. Das Kalito da raus. Da kann er nichts führen. Äh, heute mit dem Team hin. Ah, okay, Kooperation. Bei dir auf dem Server sieht es... Ja, ja. Nice gemacht auf jeden Fall. Oh, vale, ladies. Ey, Müdi. Bist du gleich noch wach? Oder gehst du gleich pennen? Nach deiner Suppe. So eine Runde, so... Boah, ich kann nicht pennen, ne? Ey, ich hab gestern den halben Tag... Also gestern im Sinne von heute, weil morgens immer dann, wenn man gepennt hat, ich hab den halben Tag geheult und im Bett gelegen, hab geschlafen, was gegessen, dann wieder geschlafen, dann zwei Folgen Last of Us geguckt, dann wieder geschlafen, ähm, ja. Das war mein Tag und ich bin noch gar... Also... Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen, aber nur wirklich ein ganz klein bisschen und ich denke, so wenn ich mich gleich hinlege, dann liege ich da eh war. Aber nur falls du es aufbringen kannst, natürlich, Mutti. Ich hätte da natürlich nicht nein sagen. Okay. Okay. Und meine letzte Nacht war nix mit schlafen, fühlte dir... Oh... 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 Das ist ätzend. Gestern gab's... Wow. Hätte ich auch besser treffen können, hä? Hab ich aber nix. Ihr Wichser. Ich bin nach dem Essen müde. Ja, alles gut. Müde. Ich, äh... judge dich nicht fürs müde sein. Sei ruhig müde. Äh... Schlaf gut, Ratschi. Sind wir so lang? Ja, nee. So lange mach ich nicht mehr. Gucken. Wow. Bye-bye. Kann sich ja... Falls du gleich noch... Wenn ich die Kühe weggebracht hab, dann mach ich auch nen Stream aus. Kann's... Kann's ja mal gucken, falls du noch wach bist. Ob wir noch in Call gehen oder so kurz. Müde. 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 Schöne Musik dazu. Mhm. Scheiße, ich wollte euch ja eigentlich ein Lied vorspielen, ne? So ein Gute-Nacht-Ged. Und die Wanne geht schon. Ja, gemütlich, so... Ich glaub nicht, dass die Zuschauer, die hier R.P. gucken, Bock noch auf WALO haben groß. Apropos Musik. Spiel ich euch gleich noch ein Liedchen. No, 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 no. Get it. Wir gehen jetzt ins Bett, meine Kühe. Noch besser. Und was noch besser? Hey. Ein Lied. Noch. Ah. Ja, ein Lied. Ein Gute-Nacht-Ged. Geh mit noch. Warum du geweint hast. Ähm. Ja, durfte. Ähm. Haushaltsauftrennung sozusagen. Also, ähm. Musste, ich musste geliebte Katzen gehen lassen. Ja, weil ich mich um alle nicht kümmern kann, sozusagen. Und, ähm. Mein Ex-Partner hat, äh, Katzen mitgenommen. Und, ja. Es war abzusehen. Und das auch schon sehr lange. Ähm. Aber jetzt war halt der Tag gekommen. Und das war sehr, sehr tragisch für mich. Und meine Katzen sind halt für mich wie meine Kinder, so. Man muss keine Katzen mögen oder generell keine Haustiere mögen. Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass das, wenn so ein Tier einfach nur mal ein Mitbewohner ist. Ein geliebter Mitbewohner. Dass das einmal einfach das Herz bricht, ne. So. Und, ja. Die Katzen sind jetzt halt Scheidungskinder, ne. So. Und, ähm. Ja, also ich hab, ich hab noch Katzen so, sonst nicht. Aber einfach jetzt, wir hatten, wir hatten ein paar Katzen mehr. Die Crazy Cat Lady gewesen. Und es ist jetzt schon eine ganze Weile dann so gewesen, ähm, dass wir halt, also, ähm, dass er dann im obersten Stockwerk halt gewohnt hat, so. Seine Etage für sich alleine hatte. Und die Katzen, die haben oben gelebt und meine halt unten. Und, ähm, also wir geben jetzt sich noch sehr, sehr lange zusammengewohnt jetzt. Und, ähm, das ist jetzt halt halt, ja, vorbei. Und, äh, jetzt sind die Katzen halt schon mal weggekommen. Und, ach, er hat's gebrochen. Wirklich, ich hab so geweint. Ich hab, ich hab gar keine Luft mehr bekommen. Ich hab mir, also so heftig, hab ich schon lange nicht mehr geweint. Und war den ganzen Tag so ultra mies drauf. Und ich dachte mir, komm, ich möchte jetzt aber irgendwie auch die Community nicht dafür bestrafen, so. Und schau einfach mal, ob's geht. Und bin dann, äh, bin dann doch noch online gekommen. Und, ja. Oh, ich muss die eigentlich verkaufen, ne? Damit ich auch mal sagen kann. Müde. Wenn du danach keine Zeit hast, dann... Ich weiß das dann wohl. Und das ist in Ordnung, auch wenn ich traurig bin. Aber das muss ich noch machen. Bin ich den Jungen schuldig. Wir haben so viel gemacht an letzter Zeit nachts. Und ich rauch... Ja, mach das. Mach das, mach das mal lieber. So, dann bringen wir die Kühe weg. Kaufen neuer. Dann gibt's ein bisschen Musik. Und dann sind wir glücklich. Alles Gute, Dankeschön. Wollte immer Katzen und Umstände, sag immer nein. Okay, darf ich fragen? Was ist mit diesem Hund los? Mach grad schon. Wer bist du denn? Auf irgendeinem kommt... Danke für die Subscription, Hittie. Kurs geht raus. Vielen Dank für den Support. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Support. Oh Gott. Ola! Heute bitte ein bisschen mehr einnehmen, ha? Oli. Der RP ist zu gut. Ja. 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 Er hat einen Hund, der ist nicht gut, auf Katzen zu sprechen. Äh, äh, äh. Aber das ist immer kacke. Aber ja, wenn Katzen nicht gut auf Katzen zu sprechen sind, ist auch nervig, kann ich dir sagen. Ach komm. Ähm. Du bist doch jetzt nicht wirklich stuck, oder? Ja. Wale. Ich bin stuck. Ah, dann bräuchte ich das Zwei. Ja. Genau. Katzen immer zu zweit halten. Also wenn man... Gerade wenn man reine Innenhaltung hat. Meine Katze würde locker drei von den vier Kühen umwachsen. Boah, ich habe auch einen Kater. Der ist so ultra lieb. Aber wenn der sich mit den anderen kebbelt, ne? Dann kann der auch ganz anders... Boah. Wird der dann zur Sau, ne? Und direkt an der Straße, ja, also... Es ist tatsächlich auch so, was viele gar nicht wissen. Katzen sind auch einfach drittend Tiere, ne? Also Katzen sind einfach nicht dazu gezüchtet, nur draußen zu leben. Also wenn die Freigang haben und da so gut klappt, okay, Happy Birthday, ne? Aber es gibt auch viele Katzen. Es gibt ja mal Leute, die behaupten, Katzen in der Wohnung zu halten, wäre ja so eine Tierquälerei, ne? Ist halt de facto nicht ganz richtig. Katzen sind einfach inzwischen... Die sind einfach so, dass sie in der Bude leben müssen. Oder zumindest menschlichen Schutz benötigen. So ganz auf sich selber gestellt ist schon... Sie werden einfach krank und die verenden. Ist an sich so lieb. Ja, ja. Ja, ja, aber wenn die dann Rambo machen, dann können die auch, ne? Ein lebendiges Spielzeug anzuschaffen. Oh, wo laufe ich denn dann? Offroad. Ja, mein Sack. Ja, so ein Partnerchen kann ich jedem empfehlen, der Katzen hält. Also ganz allein ist es... Zumal Katzen sehr, sehr schnell dann auch diese Langeweile empfinden und dann nur noch Scheiße machen. Und auch psychopathische Neigungen dann teilweise entwickeln. Komische Dinge tun. Und fühlen. Ich halte meine Wohnungskatze gezwungenermaßen alleine, hatte viel Ärger mit anderen Katzen bei der Frau Besitzerin, dass sie ums Verrecken keine anderen akzeptiert. Viel zu lange versucht hat, nicht geklappt. Ey, das ist absolut verständlich und kennig. Hier in der Bude hat sich das dann auch aus der Not so ergeben, weil eine meiner Katzen mit den anderen gar nicht klarkam. Bis auf mit zwei, dass man das auch trennen musste. Also klar, es hatte sich ganz gut ergeben, dass man sowieso dann auf den Etagen so ein bisschen das splittet. Das hatte sich tatsächlich ganz gut ergeben. Aber Idealfall war es jetzt nicht. Und also die Hanni, die kommt auch nur mit zwei Katern, also mit den zwei Katern klar, mit denen sie jetzt lebt. Und selbst mit dem einen hat sie super viel Beef und ich denke mir manchmal so, oh mein Gott. Sie wäre auch am liebsten eine Einzelkatze, so gefühlt, ne. Aber sie kommt noch so gut mit denen aus, dass ich sagen kann, kann ich vertreten. Ja, ich verstehe aber alles, was du geschrieben hast, Ratchet, also alles gut. Das ist halt so ein Siam-Oriental. Und er hat immer seine Zähnchen draußen. Ich nenne ihn auch immer liebevoll Graf Zahle. Weil er immer seine Zähne draußen hat, so an der Seite, ne. Seine Eckzähne. Und erstens redet er sehr viel mit mir. Gut, Siam-Orientalen, die sind sowieso immer sehr redefreudig. Aber er redet auf jeden Fall sehr viel mit mir. Und er abortiert Sachen einfach. Ich hab dem das auch nicht beigebracht oder so. Ich hab einfach irgendwann mal was weggeworfen. Er brachte das wieder. Dann hab ich's weggeworfen. Er bringt's wieder. Ich werf's wieder weg. Er bringt's wieder und guckt dann auch immer so unter dem Motto. Mach nochmal, ne. Und ich denk mir so, hä, was? Du bist doch ein Hund. Du bist doch keine Katze. Also Goku ist wirklich nicht von dieser Welt. Der ist, der ist total krass, der Typ. Also. Und der hat schon viele Katzen gehabt in meinem Leben, so jetzt, ne. Aber Goku ist, der ist einmalig. Das ist so krass, der Typ. Der ist so krass. Zwei Kater und eine Katze versucht jedes Mal komplett eskaliert. Ja, das ist. Ne, ne, also das, so ein Fall ist absolut verständlich. Bei manchen, manche Tiere sind einfach nicht mit anderen kompatibel. Gerade wenn die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es gibt einfach so Faktoren, die einfach fernab der Norm sind dann in dem Sinne. Und, ähm, da muss man einfach im Indie, im Individualfall einfach entscheiden, ne. Hat noch jemand Wobble Audio? Wo, was heißt Wobble Audio? Was passiert? Das wäre was mit meinem Internet. Oh mein Gott, was ist passiert? Was habe ich getan? Wo, wo, wo? Ho, wo, 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 wo? Wo, 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 wo?